Ich bin am Platz, ich bin am Platz und schmuddel ich einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen, ihr Lieben. Es geht, es geht. Es geht, Moinsen. Er ist heute also am Start. Oh, Kartoffel, keine Ahnung, mal gucken. Es wird heute bestimmt wieder dünn, ich glaube, Dirk ist noch krank, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Moin, 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 moin. Moin. Ein wunderschönen, ein wunderschönen, moin. Es wird schon wieder länger hell, oder? Es bleibt schon wieder länger hell. Na gut, heute war ein sonniger Tag, aber wundervoll. Leute, ich weiß nicht, welche Grafika ich nehmen soll, ich habe die Wahl zwischen 30, 70 RTX und RX 6007 oder XT. Komisch, Stannux, oder? Also es sah so aus, als hätte das in der Startszene funktioniert, ne? Geil, einen Abend. Gaming, moin. Pemant. Klaus, grüße. Wester.de, moin. Was meinst du? Na ja, du hast doch gerade Freddy Bus... Ach so, Freddy Busborn. Ich dachte, das wäre hier ein Dings. Ist das schnell hier ein Emote? Irgendwas für diesen neumundlichen Zeug. Feli, grüß dich. Hallöchen. So, pass mal auf. Das machen wir hier mal weg. Denkst du, dass es bald möglich ist, die Bedeckungskarte oder die Workcam im Dashboard Live anzuzeigen? Weiß ich nicht. Ich glaube, dann hätte es mittlerweile Martin schon hinbekommen. Eher schwierig, glaube ich. Eher schwierig. Yo, Bambat, moin. Zagelmann, grüße. Toffi. Oder T-Hoffi, moin. Eggi, moin. Moin. So, neue Mods gab es heute nicht, ne? Gut. Können wir uns auch wieder ausmachen. Olek, grüße, servus. Wir werden heute wieder in die Ladenausung reingehen. Ach, ja, die sollte ich vielleicht auch erstmal runterladen, die Mods. Das wäre vielleicht fünf Urteilen. Sonst so, was geht bei euch? Wochenende gut überstanden. Ich habe über wenig Schlaf gehabt, aber es war gut. Ach, Mensch, habe ich völlig vergessen, die Mods vorher runterzuladen. Blöd. Was steht bei euch wieder an? Gaxi, war was? Wieder was? Gaxi? Was ist eine Gaxi-Party? Was ist das? Was ist das? Boah, Magen, Darm und Corona. Da hat es auch, Bruder. Also, das ist natürlich nicht so schön. Da hat es sich auch, also, da hast du ja, also, das ist natürlich geil. Nicht. Gülle fahren? Erstmal nicht. Wir hätten jetzt zu wenig ausgebracht. Deshalb hat Thomas gesagt, nö, wir fahren jetzt erstmal nicht Gülle. Im Frühjahr dann wahrscheinlich wieder, also, schauen wir mal. Hast du den neuen Filmplakate von Bummen mit einem Nudel gesehen? Die Filmplanes. Ja, habe ich auf Instagram gesehen. Oh, nein, Niki, das habe ich vergessen. Ah! Oh, nee, ne? Das habe ich völlig vergessen. Es geht jetzt auch nicht mehr, es ist zu spät. Boah, Kartoffel raus. Diesen Hirtenstock. Nee, also, nee, es gibt so ein Skript, wo du den Hof, äh, Quatsch, den Stall anklicken kannst. Und dann sagen kannst, Tiere von dem Stall bitte in den anderen Stall rüber. Ich habe das TVT-ed und der Ladewagen bremst immer, was kann das sein? Es gilt wie immer, also, ich sage das gleiche wie immer. Geht für den Support auf den Discord, ladet dort eure Log hoch, beschreibt das Problem und dann kann man schauen. Das kann so viele Gründe haben. Agra-Oberbayern, Dankeschön für deinen achten Monat, Mann. Hallo. Gibt ein neues Mod-Verzeug, da kannst du mit dem Hirtenstock Tiere verladen. Mit einem Hirten... Also, ich habe mich schon gefragt, was dieser Hirtenstock sein soll. Ich habe es mir gar nicht erst angeguckt, aber ich dachte, das wäre irgendwas Dekoratives. Ich gucke mir das mal eben an. Muss ich schnell einfach zwischen den Stall und den Hof transportieren, sonst ist die Hirtenstock benutzt. Für diesen Tue ist es möglich. Achso, die lädt man da rein und dann da hin. Okay, okay, okay. Ja, okay, geht auch. Doch, aber das ist, was ich meine, ist wirklich ein Skript, da kannst du das direkt an den Stallungen anpacken und rüberschieben. Nicht nur irgendwo verladen. Nee, Stallungen, das kann man nicht. Hast du schon Feedback vom Podcast bekommen? Also top, freue mich auf weitere Folgen, aber dass du direkt in die Cam schaust, finde ich etwas unangenehm. Ja, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, weil ich das hier im Stream halt immer mache. Aber ich glaube auch, dass es nicht so cool ist. Das Ding ist, dass ich Randy so hatte. Und dann gucke ich so nach unten. Ich müsste Randy eigentlich auf den Bildschirm packen. Also müsste im Prinzip so hier entspannt sitzen. Und so auf den Bildschirm gucken. Dann würde ich Randy auch angucken. Danke fürs Feedback auf jeden Fall. Aber bitte gerne Feedback künftig, damit Randy das auch lesen kann. Einfach bei mir auf dem Discord-Channel. Ich habe ja extra Discord. Guck mal, wir gucken uns das mal eben schnell an. Ich habe ja extra einen Discord dafür gebastelt. Hier ist das. Ah, dann muss ich mich mal kurz hier weg machen. Ah ja. Herrgott. So. Geht wieder nicht mehr. Gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Szene? Wo bin ich denn jetzt hier? Moment. Wir haben hier auf dem Discord ein bisschen weiter oben haben wir das. Grüße Podcast. Da haben wir erstmal die Kanäle verlinkt. Und darunter kommen Folgen. Und hier kommen die ganzen Folgen. Und da rein könnt ihr euer Feedback reinballern. oder eben unter das Video. Bisher war es echt positives Feedback. Und alles schön. Alles supi. Drei Minuten Werbung. Saufan. Also zugegebenermaßen hat der Twitch irgendwas an der Werbung gemacht. weshalb ich nochmal Werbung laufen lasse. Es sind also es ist jetzt eine Minute pro Stunde. Es ist aber blöd wenn die Minute hintereinander wegkommt. Ich weiß gar nicht ob ich das anders einstellen könnte. Naja. Moinsen. Mein Name was 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 So hier war noch eine Frage wie hast du deine BGA einstellen von der Prio? Komm mal gleich mal gucken wenn ich dran denke. Okay. Tobsen schreibt er ist Donnerstag dabei. Tino ist auch Donnerstag dabei. Tja. Wird heute wohl wieder eine sehr dünne Runde. Stahlwolle. Moin. Aber ist eigentlich nicht schlimm weil wir sind gut im Zeitplan. Ist eigentlich alles gut. so lasst mich mal hier noch vorbereiten vorbereiten Nein stopp 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 nicht die Mods dahin verschieben oh no komm hier rein das war ein anderes Gericht ich hatte die vergessen zu markieren ach so okay schon dir Moin Soundy Moin habt ihr eigentlich auch was anderes außer Gerst angebaut? Ja aber die Gerste damit fängt es nicht an die erste Frucht die gedroschen wird ja Hydration Trinks habe ich mir auch rein da habe ich also ich habe ich habe Taster gibt ja so eine Taster probiere Packs und dann habe ich hier Birne und Cranberry die sind beide ganz cool also ich mag das ganz gern mal so schmeckt Birne ich war nicht schlecht es kracht mich jetzt nicht weg so aber es ist okay mag ich beinah noch mehr als Cranberry aber ich werde ich hau mir halt selten so tagsüber so ein Energy rein da klinke ich mir wenn dann eben ein Eistee oder oder eben so ein Hydration ja nichts los das kannst du mal staubsaugen kommt noch kommt bestimmt noch ich weiß auch nicht warum ihr alle so scharf darauf seid dass ich hier staubsauge ich weiß es nicht was hat es damit auf sich chat wieso seid ihr so scharf da drauf was reizt euch am staubsaugen so nee Roboter gibt es hier nicht kann auch komisch schmecken nee 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 also nö ich finde Birne schmeckt ganz normal ganz normal ich bin von Beruf Gebäudereiniger also gehört das dazu staubsaugen ja aber nicht im Stream deshalb frage ich ja was reizt euch so dass ich ich im Stream staubsauge anhand des Thomas bestimmt 8R heute glaube ich nicht nein No F-Account mit Staubsaugen Lust Alter ihr seid ja wieder lust kann sein dass keine Abos angezeigt werden äh nee kann nicht sein also Agrar Oberbayerns Sub wurde vor 7 Minuten angezeigt oder was meinst du und Erik du hast doch auch ein Sub-Batch Knallwurst also weiß ich auch nicht Placement mit Dyson würde ich nehmen würde ich nehmen habe ich zu Hause finde ich geil Funktioniert Amon Dankeschön für den 26. Monat guten Abend nö Sub-Batch werden angezeigt wann geht's mit Le Ding ins Kirchen was meinst du da sind so Fragen wo ich sag dann immer wenn ihr es nicht aushaltet schaltet nochmal ab geht nochmal raus eine Runde um den Block rennen und dann kommt nochmal rein und dann immer alles entspannt hier Leon danke für deine 100 Bits Moin Katastrophe Kobold von Vorwerk ach haben wir auf was Kobold von Vorwerk wie sieht das aus Kobold Vorwerk jetzt kaufen wo wo letzte Chance ja okay 699 Euro Basisset was ist im Basisset dabei also 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 ja okay also ich bin jetzt kein Staubsauger Fetischist muss ich sagen aber ich mag halt den ich finde Dyson auch gut ist was ist ist Dyson warum ist Dyson ist Dyson nicht gut was sagt man da was sagt der was sagt der Experte also ich weiß nicht also mein Staubsauger saugt bringt das macht mich zufrieden der Monk alter aber ich schieb doch meinen Staubsauger nicht drauf ich Dreckberge durch ich saug da mit nur Staub und mal einen Teppich ab und so also ich also ich habe eine Wohnung hier so ein Ding überteuerter Müll weiß ich nicht die kosten doch alle so viel Kohle also ich habe den auch in einem Angebot geschossen aber die ist nicht so teuer auf jeden Fall deutlich günstiger als der Fuhrwerk und Beutellos ich habe keinen Bock auf die Beutelscheiße keine Ahnung ich habe mich nie mit Fuhrwerk beschäftigt weil das trägt immer so sein kommt der Fuhrwerk Vertreter das hat immer so seine Story ist bei uns gut ich komme aus dem Osten als Fuhrwerk nie so krass vertreten logischerweise meine Kindheit in den 90ern da hatten wir auch alte Staubsauger aber die waren so Jagdgrün und Beige also so DDR ja und die gehen wahrscheinlich immer noch gut dass wir hier im Stream jetzt schon über Staubsauger reden na ey ihr habt damit angefangen ich nicht kommst du aus dem Osten hört man gar nicht Riesel Moin Tim der Anime ist echt gut bei Tierhaaren aber finde er könnte etwas stabiler sein stabiler findest du ein Unstabiler mopedfreak unterstrich gönnt der Community 10 Sub alter Mopedfreak Deger alter wer heißt denn hier Manfred ist am Start bist du hier Manfred ist am Start bist du hier leckig ey Mopedfreak vielen 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 Dank für deinen Support man dankeschön krass krass wie alt bin ich ich bin 35 Jahre jung ja Tiere wir haben nämlich auch zwei Katzen und da ist das mit diesem Animal Kram ganz geil muss ich sagen diese Animal Bürsten so track ihr erst already ach so ja den rechner schau mal an ähm brauche ich noch irgendwas nö dann können wir loslegen röger mein Junge gibt nichts besseres ja 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 servus luka dankeschön für deinen dritten monat dankeschön dankeschön sven guten abend ich hab schon wieder übel trockene haut so nervig es wird immer schlimmer was halten wir von vorwerk abstand ich hab ich hab keine ich hab keine meinung zu staubsauger herstellern hey und was ist so dein lieblings staubsauger egal immer wieder gerne felix victorig ist der helle haut farbe dankeschön text to speed schon mal wieder anders wild allein thermomix ist so geil hab ich noch nie benutzt standungsalter du schreibst heute also ein lost des zeug ist ja unglaublich du was du brauchst mal einen ls22 joker was soll das sein was ist das schon wieder wer macht sich ernsthaft gedanken über staubsauger ich kurz vorm kauf hab ne frage komm günther hau raus was gab es damals hinter der mauer so einen guten staubsauger ich hab zwei jahre in der ddr gelebt ich bin 88 geboren was weiß ich denn wahrscheinlich ein modell lass es zwei gewesen sein ich weiß es nicht kommt man irgendwie an die v1 an der lande suchen ich glaube auf dem discord von agrarium müsste sie am start sein oder 1500 euro für thermomix dega 1500 was was kann der was 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 kann ein thermomix also was daran moin moin zusammen moin felix jo moin pips dankeschön für den fünften monat moin was 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 kann ein thermomix dass das 1500 euro wert ist staubsauger schon mal nicht fakt der kann alles der kann mixen den besten milchreichster welt was für faule gut das ist ja schon mal da bin ich auch schon mal da bin ich auch schon mal bei aber 1500 euro für den besten milchreichster welt ich weiß nicht er ist thermostatisch guten start in woche ich was woche ich nicht bin krank und liege im kranken aus oh alles gute spiel auf dem server mit tempo mal 12 km eingestellt aber meist fahren die fahrzeuge 1 km weniger das sind kommabereiche also alles nach kommastelle also 12,3 4 5 6 oder so kann am server liegen durchaus möglich dass das synchronisations problem ist hat mein herz so selten androh ich das ding aber digger dein herz kostet doch naja egal ich meine keine ahnung also ich hab so ein ding nicht aber wie viel zeit musstest du ungefähr in dein tiktok mit der hofer stellung vergeben stunde eine stunde vielleicht ich weiß es nicht man kriegt das immer gar nicht so mit wie viel zeit das eigentlich ist so rein hier ups so also das ist ja jetzt ist abend 20 uhr 7 hier steht noch tobis fahrzeug das werden wir mal zurück führen und ich soll die farbe hier wieder ändern also also das war nicht so oder war das so gewollt mit der farbe nee ich glaube das war nicht so gewollt als 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 entwickler mit wenig zeit mittags und triathlet ist das ding ein segen okay fair enough fair enough verstehe ich das verstehe ich wenn du keine Zeit hast und das ding halt ein übelster Zeitbonus ist so okay bin ich bei kann ich den schon wieder nicht konfigurieren hier das übernimmt so unglaublich wie nervige küchenarbeit okay ich habe echt keine ahnung davon ja überhaupt nicht sag mal man kann den wieso kann ich den nicht mit mobile workshop tabber ich habe einen Hof den haben wir doch aber noch das ist doch unserer standungsalter lehn dich mal eine runde zurück du schreibst wirklich ganz schön wirres zeug der mobile workshop tabber geht hier schon wieder nicht man und warum ist denn das hier aktiv achso vielleicht lag das am starken baum ne naja den fahren wir mal zurück den brauchen wir sowieso ich werde glaube ich heute mit diesem gefährd hier drillen zwischen frucht aber vorher muss ich noch ein paar sachen erledigen nicht böse gemeinstellung aber das ist eine nummer zu wild alles in verbindung mit hello fresh stimmt die hatten die hatten auch rezepte für thermomix das stimmt hast du einen akku bekommen ich hab den noch falsch geladen ich hab den nicht ausgetauscht er war mein fehler der läuft nach wie vor noch wunderbar mal gerade machen das macht mich wahnsinnig wenn der so schräg ist so was haben wir denn hier beschleunigungs rampe 4 wir gehen mal in die 3 und fahren mal hier vorsichtig los weil fahrzeug muss noch warm werden dann können wir gleich mal schauen fahrzeug temperatur mal hier bratwurst grüß dich aber man zu der ernährung viel besser man kann geld sparen wenn man sonst nur bestellt na so viel bestell ich nicht also die kohle für sowas hab ich auch nicht über aber okay also mich hat es wirklich mal interessiert was so der Punkt ist warum man das nimmt Temperatur haben wir im übrigen erreicht wir nutzen auch HelloFresh 3 Koffer Familie 50 Jahre und eine Woche weg ja kein Einkauf und Abwechslung ich habe ja auch mal ein Placement mit HelloFresh gehabt ihr erinnert euch vielleicht ich könnte das auch noch mal möglicherweise machen aber das wird nochmal onstream bestellen und liefern und ich habe es schon mal onstream gemacht deshalb weiß weiß ich nicht ob ich das so fühle aber das war tatsächlich echt gut man muss nicht einkaufen man muss keine Platte machen du hast wechslung und es gutes essen gewesen da kann man wirklich nichts gegen sagen da kommen da können wir nochmal hoch in den bestellungsrampe 3 naja das ist also ich finde es nicht schlecht wenn so viele leute oder wenn einige leute das von euch nützen mag vielleicht doch mal wieder ein place ich weiß es nicht aber onstream fühle ich das nicht so richtig so hätte ich lieber so eine Kurz Videokampagne oder sowas gemacht so die Temperatur hier erreicht deshalb können wir hier die Seite mal wieder weiter switch habe damit sehr einfach meine Ernährung umgestellt hat sich viel abgenommen das würde mir glaube ich auch sehr helfen das würde mir möglicherweise auch sehr helfen wir müssen dann gleich mal nach den Tieren schauen und dann würde ich beinahe schon gerne in den nächsten Tag reingehen wollen also wären jetzt Tiere müssen wir auf jeden Fall noch machen dann will ich noch die restlichen Ballen bergen die Heuballen die ja und dann vielleicht am nächsten Tag und dann kann es tatsächlich doch passieren dass wir BGA Fläche auch machen weil da stand ja auch noch Gerste äh Feeflex was wie bitte was ich gehe immer moin wurden auf der Ellerbach irgendwelche Höfe gestrichen das kann ich habe keinerlei Informationen die Jungs haben mir nur die Karte rüber geschoben ich habe ein kleines Video zu gemacht oder noch zwei Videos auf TikTok ähm also die ich habe ja nur die beiden Höfe aus dem 19er bewirtschaftet und die gibt es immer noch andere Höfe weiß ich gar nicht Big Mac Name mal fehlt hier nicht ein Display Wollte schon sagen Frage wäre dann welche Farbe die gestrichen wurden oh ne alter olli moin stimmt es dass dieses jahr schon der 25 rauskommt ich habe keine offiziellen Informationen aber ich würde es auch vermuten und wir haben bis jetzt noch keine Infos über irgendwelche neuen Inhalte aus dem LS ich ich denke mal es können gut hinhauen Thema älterbar ich habe gehört dass die noch nicht kommen mir egal ich warte auf die Schellenberge lol alter was was das für ein Kommentar ich habe gehört die Karte kommt nicht naja ist mir egal was was geil äh weiß ich nicht also meine letzte Info ist ja immer noch nach wie vor erstes Quartal diesen jahres ich glaube eine andere Info gab es dahingehend jetzt noch nicht heute nur ein anderer Zoom ja aber Freunde ich überlege mal ich könnte mir das zeitliche leisten morgen einen Daytime stream zu machen bis 15 30 vielleicht und dann vielleicht als angespielt auf der Ellerbach hm 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 Ich würde sagen Ende Februar, aber ob das stimmt, weiß man halt auch nicht. Naja, also wie gesagt, Maximum Ende März, ne? Wartet mal, ich muss, ähm... Also das erste Quartal geht halt... ...bis Ende März. Im 25er sollen nachfüllbare Siloballentwickler kommen. Günter Gülle und woher, weißt du das? Von wem hast du so eine Information? Würde mich jetzt interessieren. Das würde mich jetzt richtig brennend interessieren. Was steht heute an? Also ich möchte heute eigentlich Zwischenfrucht in unsere Ex-Gerstenfläche bringen. Kennt ihr meine Einsatzgruppe Hektar? Hab ich schon mal irgendwo gehört. Ich weiß aber nicht in welchem Zusammenhang. Scheines muss eigentlich den 25 rausbringen, weil ich glaube, die Community steigt den richtig aufs Dach. Jetzt nochmal verschieben, also von drei Jahren auf vier. Hätte ich überhaupt keine Schmerzen mit. Aber ich glaube auch, genauso wie du, dass tatsächlich der Gros der Leute echt kotzen würde, wenn jetzt kein neuer Teil kommt. Und glaube ich, glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. No way, die meisten wollen noch 22 Kilometer. Ne, 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 glaube ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten wollen tatsächlich den nächsten Teil haben. Das glaube ich auch. So, kann ich jetzt hier das Fahrzeug mal umlacken? Na ja, mal gucken. Also ich hätte auch Bock auf einen neuen Teil, ganz ehrlich. Wenn man da keinen Fun bringt, dann spielt es halt ein bisschen 22er weiter. Das ist auch nicht das Problem, ne? Leute, es kommt ja auch, guck mal. Der neue LS-Teil würde im November kommen. Bis November ist auch noch Zeit. Wir nutzen VCA und Guidance Steering, ja. Ich würde mir den 25er holen, aber erstmal im 22er weiterzocken. Ah, das weißt du nicht. Das habe ich auch immer gedacht, so. Und dann kam der 22er und der 22er war so gut, dass ich nicht mehr zurück bin auf 19er. Von daher weiß man nicht. Würde ich so pauschal nicht sagen. Also ich jetzt nicht. Aber trotzdem, also holen. Na ja, gut, ich muss mir die jetzt nicht holen, ne? Ähm, aber ich, ich würde... Wo war denn jetzt der Trigger? Ich würde... Also, ich habe mir ja vorher auch alle gekauft. Und ich würde mir auch den natürlich kaufen. Ähm. Ach, der trägt hier, okay. Und wenn es halt keinen Fun macht, spielt es halt im Haus in 22er wieder an. Aber... War das unsere Farbe, oder? Ne, das war sie definitiv nicht. Yo, so hatte Tobi den Sitzpolster. Man, meine ich, schwarz gewesen. Und haben wir hier ein 315er? Ja, Auspuffgitter. Der Rest passt. Kennzeichen passt nicht mehr. STD. Shifty 315. Keine Ahnung, das muss er sich, wenn dann... ...selber nochmal machen. Oder wisst ihr, was Toops nur immer für ein Kennzeichen hatte? Was findest du besser für die Spufung? GPS oder VCA? Guidance Steering. Ich bin ein Guidance Steering-Boy. Günter Gülle, kann ja auch gerne das Bild davon schicken. Warte, ich hab nicht gelesen. Was für ein Bild? Von was denn? Günter, sag doch mal, wo gibt's das denn jetzt zu lesen? Ich glaube, das war so. Wir konfigurieren das jetzt so. War das die richtige Farbe? Oder war der dunkler? Und blau 4? Ah, das war 4 Seiten, Matt. Äh. Ein Post. Was für ein Post? Günter, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wer hat diesen Post verfasst? Auf welcher Seite kann man diesen Post noch einsehen? Oder auf welcher Seite kam dieser Post? Und jetzt sagen wir nicht, Pics by Leon 2022. Oder irgend sowas. Wie kann ich das HUD ausblenden? Wir haben, nutzen Guided Steering. Ach, Quatsch. Wir nutzen Easy Development Controls. Und dann kann man die HUD-Sichtbarkeit direkt umschalten. Ich hab eine Post. Okay, warte. Ich muss gucken. Krass, wer ist das? Wer ist das? Und wo ist das? Das ist ja ein übelster Spoiler, Alter. Leckumio. Das ist ein richtiger Spoiler. Also da steht jetzt auch nicht wann, wie, wo, was. Aber, dass sie vielleicht Future-Partner werden. Okay, aber da, nee, das zeige ich nicht allen. Auf gar keinen Fall. Weil ich jetzt nicht weiß, was da dran ist. Und ob das offiziell ist oder nicht und so. Aber gut, Günter, an der Stelle, dass du das nicht weiter... Dann verstehe ich dich. So. Tut mir leid, Leute. Aber das, ich, ich... Da bin ich vorsichtig. Da bin ich vorsichtig. Nehmt's mir nicht übel. Ähm. Spoiler größer als beim GTI. Ja, halt, Digga, das konnte ich jetzt nicht ahnen. Ich dachte, das wäre wieder so eine haltlose Geschichte. Auch ist es tatsächlich nicht. Scheinbar. Aber gut, dann wäre ja der Spoiler... Wäre dem so... Ähm, was, was war da jetzt nochmal? Günter schrieb bei YouTube von DJ Gohem. Oder wie das? DJ Gohem? Stopp. Jetzt werden wir... Jetzt werden wir investigativ. Jetzt werden wir investigativ, Freunde. Das will ich jetzt wissen. DJ Gohem. Videos. Oder war das... Äh, war das auf Instagram? Bei DJ Gohem? Wo hat DJ Gohem was da drüber gemacht? DJ Gohem hat seit 5 Monaten Gamescom CGI Trailer. Was? Wo? 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 Moment, da muss ich bei DJ Gohem gucken. Ah, okay, 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 stopp, 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 stopp. Oh, look who it is. Gah nie. Ja, nice. Was für ein... Moa und moin Felix. Was für ein... Also hier steht Future Partner Farming Simulator. Future Partner Farming Simulator. Also gut, das mag neu reinkommen, ey, okay, gut. Also... Das können wir uns, glaube ich, alle denken. Ähm, das, was du mir gerade schickst, Günther, da packen die Leute LS25 Logos mit rein. Da packen die Leute LS25 Logos mit rein. Wir wissen ja nicht mal, ob es 25 heißt. Hier steht lediglich Future Partner auf Farming Simulator. Ob jetzt im nächsten LS oder in einem Pack oder in einem DLC. Das wissen wir nicht. Also das hat mit LS25... Das hat mit dem LS25 nichts zu tun. Zumal, also die Grafik, also sicherlich auch alles LS22 ist. Also, Freunde. Wo ist hier LS25? Wo? Ich frag euch, wo? So, was... So, was... Hä? Hä? Das hätte mich auch stark gewundert, wenn der Kollege... ...da irgendwas gespäutert hätte. Ja, da kommen mit Sicherheit noch etliche Marken rein. Ja, ob ein Seasons Pass oder als Pack oder als Einzels DLC oder als was auch immer. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. So, wo stellen wir den mal hin? Warte mal. Ne, ich fahr woanders hin. Im letzten Stream hatten wir kurz das Thema wegen Mods. Ob die auch nur für die neuen Konsolen kommen können. Die Bogenlandkreis gibt es zum Beispiel nur für die neuen Konsolen. Ernsthaft? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Du musstest dir vorstellen, dass es LS25 ist. Ja, die Leute, die... Das ist halt... Dann machen Leute wieder irgendwelche Videos dazu. Packen irgend so ein LS25. Logo rein und sagen... Yo, ich hab neuste Nachrichten. Für den nächsten kommenden LS. Ach, Digga. Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Also es kann durchaus sein, dass es 100%ig daraus Leute gibt, die mehr wissen. Gar keine Frage. Aber das gehört, glaube ich, nicht dazu. Okay, nee, warte mal. Das machen wir später fertig. Erstmal müssen wir dann hier ein bisschen aufräumen. Ich stelle den nur mal hier beiseite. Alter, ganz ruhig. Und was wir auch machen müssen... Ist hier den Classliner. Da gibt es auf dem Vertex-Discord-Community-Mod-Bereich. Den mit Einzelaushub und... Dings. Dings hier. Sag schnell. Section Control. Agrario. Was, Agrario? Ach, Agrario. Ja, Agrario könnte was wissen. Na klar. Logisch. Warum Staate-Kennzeichen? Wir sind ja, äh, in, äh, äh, ähm, auf der Landersum. Das ist im Kreis, Staate. Niklas. So, was sagen unsere Tierchen? Ja, wir müssen füttern. Also, der, wenn er es nicht weiß... Bitte, was, Simi? Der Agrario ist jetzt nicht Head of LS oder irgendein Kram, ja? Also, der arbeitet dort, ja? Glaube ich, ne? So war's da. Liebe, beste Grüße. Aber ich wundere nicht, dass er alles weiß. Und ich glaube, er ist recht nicht. Dass er irgendwas darüber erzählen würde. Also, das sicherlich nicht. Ich dachte, ST, ne? Du kannst ST machen, du kannst auch STD machen. Staat ist so etwas weiter nördlich. Aber, ähm, das gehört doch zum Kreis hier. STD kannst du doch trotzdem machen, oder? Ich meinte wohl, STD kannst du hier trotzdem machen. Berichte ich mich gerne. Es kann auch sein, dass ich falsch liege. Wir haben überall ST, ne? No joke. Die suchen PHP-Entwickler, hätte da so Bock drauf. Ja dann, bewirb dich, Mann. Nein, das ist der Kreis Steinfurt. Heißt das nicht Steinfurt? Agrario hat eine Schweigepflicht. Ja, naja, sicher hat er das. Genauso wie wir als Influencer ebenfalls eine Verschwiegenheitspflicht haben. Also, ich war schon bei Stade. Ne, nicht Stade, der Hersteller. Ich meine, der Ort. Also, ist es ST, ja? Oh, scheiße. Peinlich. Gut, dann korrigieren wir das. Es flackert bei mir schon wieder auf dem Monitor. Ich glaube, bei euch im Stream nicht. Hat man nicht irgendwo mal ST... Ne, ist überall ST, ne? Gut, gut, gut. Kann ich jetzt nicht korrigieren. Ich komme schon wieder nirgendwo ran an der Mühle. Das gibt's doch nicht. Agrario meint, dass es wahrscheinlich eine V3, der Lande so umgeben wird. Das hat er mal in einem Stream auch erwähnt, ja. Das stimmt. Ist halt auch... Also, das ist für mich so... Guck, ich verbringe sehr viel Zeit drauf. Halt die Karte im 22er, ne? Das ist so... Wenn wir uns irgendwann an den LS22 und Agrarplay zurückerinnern, dann wissen wir Landersoom. Landersoom war das Ding hier. Äh, Luca, das ist, wenn sich der Shader-Cash noch aufbaut. Das kann durchaus nur normal sein, ja. Jo, korrupte Inder. Grüß dich, Mann. Anders. Wir holen erstmal die Ballen ab. Wir holen erstmal die Ballen ab. Jetzt muss ich mal gucken, auf welcher Fläche das war. Oh, Chat. Wisst ihr noch, welche Fläche das war, wo die Ballen rumlagen? Die, ähm, vom letzten... Hä, wo ist der Sound? Twitch-Frame ist kostenlos. Kein Sub gibt's nicht. Danke dir, Mann. Danke für 43 Monate. Ähm, vom Donnerstag. Wisst ihr noch, auf welcher Fläche wir da unterwegs waren, um die Heuballen runterzuholen? Lobi, moin. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Moin. Moin. Ich bin da irgendwo... Bin ich... Was steht hier überhaupt? Bin ich irgendwo hier runtergefahren? Oh, Mann. Wo war denn das? War es die 18? Dann müssen wir mit der Drohne los. Kennst du schon die neue Ostsee-Map? Nee. Also, ich war noch nicht drauf. Ich werde sie mir auch nicht runterladen. Ähm, nicht weil sie vielleicht nicht cool ist oder so. Aber, ähm... Ich brauche sie nicht für meinen letzten Test. Hm. Hier war es nicht. Einfach mal den Tele-Lader suchen. Nee, 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 nee. Der Tele-Lader steht ja bei uns. Am Hof. 103, das klingt gut. 103, das klingt... Das klingt mir bekannt. Sekunde, Jet. 4 Number one. Because of how? Hint. Tja. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 In der Mod-Liste habe ich halt nur Discord verlinkt, weil wenn Tobi die Links austauscht, nee, Laka, das stimmt nicht. In meiner Mod-Liste ist der Discord-Link drin. Und das habe ich deshalb gemacht, weil wenn Tobi beim Update immer wieder die Links austauscht, was er ja muss, vergesse ich das halt auch immer wieder in der Liste, deshalb der Verweis auf den Discord. Das ist halt jetzt hier ein bisschen blöd, dass wir keinen Gefährt zum Entladen haben. Nix zu danken, alles gut. So, den MAN können wir auch mal wegpacken. Ich habe hier beim Tierhändler so einen MAN stehen, der hat hier Getreideschroh drin und mal eine Lieferung bekommen, aber, ja, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ich glaube, was wir noch gebrauchen könnten bei einer Getreideschrotmühle, dass wir selber Schrot herstellen. Das wäre aber noch eher realistisch so. Das spart dann auch wieder Performance, wenn wir hier wieder ein Fahrzeug weg haben. Ei, 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 nee, da müssen wir noch mal ein bisschen ausholen. 75,30 ist das hier. So, da ist vielleicht wieder das Entladen mit dem Tele-Lader durchaus ganz geil, aber eigentlich auch nicht. Guck mal, du fährst hier ran, zack, Kralle zu, ein bisschen anheben und dann sagt er rückwärts raus. Also geiler geht es halt nicht, ne? Ich finde das einfach, ich finde das einfach sehr gut. Dann haben wir sie verkauft und kriegen dafür 1.275 Euro plus 92 Euro Umweltbonus. Ja, der Verkauf von Heuballen, von der Sache her schmeckt es. Das ist halt wirklich die Überlegung, künftig machen wir Heupellets. Schmeckt das noch mehr? Boah, das wird aber eng, jetzt hier die andere Lage runter zu bekommen. Also wir werden definitiv grün an Flächen reduzieren, aber viel zu viel. So, hier siehst du jetzt natürlich, im Vergleich zum Tele-Lader etwas schlecht. Hoppala, Mikrofon bleib hier. Aber, naja. Und rein in den Trigger und weg. Da haben wir jetzt wieder 1, 2, das sind 2, 4. 2, 4, 4, 8. 7 Scheine. Mit dem Anhänger hier. Oh. Der Johnny ist nicht privat. Er ist work in progress. Man kann ihn runterladen, allerdings nicht mit dem Sound und nicht mit Vertex IC. Das kommt erst im nächsten Update, inklusive Dashboard Live. Aktualisierungen. Aber aktuell ist Adria nicht so sehr aktiv, was den 22er oder den LS angeht. Deshalb weiß ich nicht, wann das nächste Update kommen wird. So, sie Rosi. So, sie Rosi. Enge Kiste hier alles. Aber es passt. Es ist geil. Ich liebe dieses Werkzeug. Es ist wirklich zu gut, einfach nur. Guten Abend. Ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen husten nur. Ich hoffe, das entwickelt sich hier jetzt nicht. Lose Schüttungen, Verkaufspreis lohnt sich überhaupt nicht. Im Vergleich zum Aufwand, den du betreibst. Die Ballen haben 8.000 Liter. Also 8,16,24. Kubik mit einer Ladung. Ich bekomme jetzt hier bei 24,1.260 Euro. Heu bringt sonst. Wo haben wir Heu? 66 Euro auf 1.000 Liter. 66 mal 24. Siri, wie viel ist 66 mal 24? Ja. 1.584. 1.584. Also wir bekommen circa... Naja gut, was heißt es lohnt sich gar nicht. Aber wir bekommen circa ein Hunni mehr. Circa ein Hunni mehr. Ich hätte echt gedacht, das wäre... Boah, ich hätte echt gedacht, das wäre viel mehr. Da lohnt sich das ja im Prinzip. Ja, Ballen pressen. Ich meine, wir brauchen sie bei uns am Hof, aber... Von Reihen Verkauf. Ähm, wir bezahlen ja auch noch fürs Pressen. Ist das aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem Feld ein Minusgeschäft? Das Ding ist, wir können es nicht wirklich ermitteln, weil... Wir haben den Lohner ja beauftragt zu pressen. Und dieses Geld, was der Lohner gekostet hat, ist ja hier in die 103 nicht mit eingegangen. Die 103... Wartet mal, ich mach mich mal kurz weg. Die 103 rechnet jetzt alles Mögliche, was reingegangen ist. Bodenproben, wir haben das... Ich glaub, wir haben die Fläche nicht zurückgesetzt. Dann noch Gülle drauf, Kraftstoff, bla, blub, blub, blub. Und dann haben wir aber trotzdem einen guten Ertrag. Also wir machen hier Gesamteinnahmen. 47 Kosten, 15, 32 plus. Aber da sind die Kosten vom Lohner noch nicht mit drin. Ich würd sagen, wir sind bei der Fläche im Plus. Hoppla. Ähm, aber... Nicht viel. Ich glaube, nicht viel. So, kleine Abmod auf YouTube. So, liebe YouTube-Zuschauer. Ähm, ich muss halt nochmal zum Feld. Aber ich denke, für die Aufnahme hier hat's kurz gereicht. Was ich wirklich einfach nochmal zeigen wollte, ist, dieses Gerät hier am Frontladerschlepper funktioniert für mich persönlich besser als im Teelader, wie ich's schon erwähnt hab. Ziemlich geil. Aber es ist sehr, sehr wackelig. Und ich weiß nicht, ob das, das hier alles aushalten wird oder so. Aber, ja, schreibt's mir mal in die Kommentare. Was findet ihr besser? Mit dem Teelader, mit dem Trecker. Ich bin gespannt. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. So, das war die YouTube-Aufnahme. Wir fahren jetzt zurück zum Acker und machen weiter. Moin, bin's dann lang mal wieder da? Ist das ein SP-Projekt? Nee, 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 nee. Wir sind hier auf LOWZ Landerzoom. Die anderen sind einfach noch nicht da. Beziehungsweise wird's heute, so wie es aussieht, auch wieder nur Pianne werden. Ist aber nicht schlimm, weil, ja, wir liegen gut in der Zeit. Ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn nicht noch ein paar mehr Leute mit am Start sind, aber jetzt nicht wild. So, da haben wir wieder das Beispiel. Zack, zack. Und jetzt läuft er. Es ist manchmal wie verhext. Tom, grüß dich. Ja, nee, ich bin halt hier schon am Start. Und mach mal alles, was noch so ein bisschen liegen geblieben ist, damit ich mich nachher um die Zwischenfrucht kümmern kann. Und das wird dann... ...der grünen Roggen werden. Fabian! Dankeschön für deinen dritten Monat. Oh, zieh, Großer. Zieh! Oh, nee, jetzt hat man die ganze Zeit auch noch die Arbeitsbeleuchtung an, ne? So, und gib ihm zurück zum Feld hier. Herr Grauf, Elster Elbe. Grüße, guten Abend. Und danke auch nochmal an alle Follower, die neu dazugekommen sind. Vielen lieben Dank dafür. Wir bewegen uns, glaube ich, relativ zielgerichtet den 30.000 zu. Wobei ich euch ehrlich sagen muss, Klausch aus dem Nähkästchen, Followerzahlen sind irgendwie nicht mehr so... ...sagt nicht mehr viel aus. Also ich glaube, völlig egal wo. Followerzahlen, das ist nicht mehr... Das Internet ist viel zu schnelllebig geworden, als das Followerzahlen irgendwie... Also versteht mich nicht falsch. Ich freue mich über Followerzahlen, gar keine Frage, aber... ...weiß es nicht. Ich glaube, auch für Werbetreiben ist es also nicht mehr ganz so wichtig. Dankeschön trotzdem. Vielen lieben Dank, Freunde. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde nicht sagen, dass Followerzahlen komplett unwichtig sind, aber es war mal eine Zeit lang so. Wartet mal, ich mach mal hier oben zu, während wir quatschen. Es war mal eine Zeit lang so, dass Followerzahlen richtig wichtig waren. Dass man da ganz viel drauf geguckt hat. Mittlerweile. Ich kann mich nicht beschweren, ist auf allen Kanälen bei mir, gerade vor allem auf TikTok. Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und wahrscheinlich geht es da im Regelfall noch viel schneller. Keine Ahnung. Aber ich freue mich sehr über euren Support auf allen möglichen Plattformen. Das ist echt ein Träumchen. Was willst du mehr als Content Creator, ja? Das ist schon schön. Ui, grüß dich. Guten Abend. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt nochmal zur Fläche zurück müssen, wegen den paar Ballen. Aber naja. Was ich definitiv nicht machen werde, ist in den Abend rein zu arbeiten. Deshalb werden wir definitiv an den Tiere versorgt haben. BGA sind versorgt, glaube ich. Die kleine BGA müssen wir nochmal hingucken. Aber dann machen wir Feierabend und legen uns hin und stoppen am nächsten Tag rein. Dann gucken wir mal, was die anderen Flächen machen. Gerade die BGA-Flächen sind ja noch offen. Dazu würde ich mich dann auch in 8R reinballern. Also werden künftig ja auch viel mit dem 8R unterwechseln. von der BGA, der von der BGA, der Duke, grüße dich. Wiggel. Wiggel. Wen habe ich Geste? Was? Welche Geste? Ach, Boy. Du bist doch schon vorbei. Wiggel, vielen lieben Dank für deinen 14. Monat. Komm, Fahr. Ich komme da eh nicht rum. 20 Uhr, was? Wo wollen denn die alle hin? Ist kostenlos. Oh, moin, Timo. Dankeschön für deinen fünften Monat. So. Tschüpp, tschüpp. So, jetzt versuche ich mich mal nicht zu verfahren. Christian, guten Abend. Ich denke, das war jetzt relativ zügig dann links rum. Ist das ein Feld von uns hier? Nee. Oh, schöne Ecke hier. Muss ich mal so sagen. Connor, moin. Gefällt mir. Aber gut, mehr Flächen brauchen wir nicht. Was würdest du aktuell für eine Singleplayer-Karte empfehlen? Jede, auf die du Bock hast. Völlig egal. Du musst ja nicht alle Felder bewirtschaften. Also, ich glaube, was für eine Singleplayer-Karte oder was für eine Singleplayer-Empfehlung ganz geil ist, sind auch, wenn du so Mikrowirtschaften drin hast. Und da ist beispielsweise die Galgenberg, finde ich, sehr krass mit dabei. Was so meine SP-Empfehlung mit ist, definitiv. Aber wie gesagt, du kannst auf jeder, auf jeder Karte spielen. Stopp. Mori, grüß dich. Guten Abend. Peter, moin. Krummach, ja, habe ich noch nicht gespielt. Hat aber Dirk auch gesagt, zum Beispiel, geile Karte. So, wir schalten wieder Allrad zu. Zilonka ist ja als Vanilla-Karte auf jeden Fall auch echt gut. Es gibt einen Haufen Karten jetzt. Also, wenn es euch darum geht, was für Karten so geil sind und so, checkt wirklich einfach bei Yogi vorbei auf dem YouTube-Kanal. Der guckt sich so viele Karten auch an, dann kriegst du so einen guten Einblick. Checkt da einfach vorbei. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Naja, und wenn sie rauskommt, dann Ellerbach natürlich. Also, die ist definitiv auch prädestiniert. Auch von der Hofgröße her schön auf dem Singleplayer ein bisschen zu chillen. Viele schöne Karten, ja. Und nicht genug Zeit. Ja, das ist so das Ding. Also, ich gucke mir Karten gerne mal an und mache da eine kleine Vorstellung vielleicht oder so. Aber ich springe halt auch nicht mehr, was das Let's Play angeht. Also, die nächste Karte, die ich springen werde, ist von der Italien zur Deutschlandkarte von Edo. Aber das war es dann wahrscheinlich auch für den 22er, ne? Denke ich mir beinahe mal. Warte mal, die schieben wir auch mal noch ein bisschen zusammen. Können wir ein bisschen Licht anmachen hier. Vielleicht haben wir überlegen, ob ich hier meinen Lenkradknauf abbaue. Ich nutze den so wenig. Ah, nicht schön, aber naja, das können wir vielleicht am Anhänger noch zurecht schieben. Ne, Agrarsemmel, das Asrian ist aktuell nicht so aktiv, was in der LS angeht. Das kann man jetzt nicht wirklich sagen. Wie jetzt? Bin ich schon hinten dran? Das ist halt so das Ding, das kannst du halt null abschätzen. Eieieiei, das ist aber gar nicht gut. Naja, gut. Was soll's? Talbach, ja, es gibt viele Karten. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich will jetzt auch nicht irgendeine Karte vergessen, die es verdient hätte, zu erwähnen, äh, erwähnt zu werden müsste. Lag jetzt hier hinten noch was rum? Ähm. Ne. Das ist schön, hier so sinnlos auf der Fläche rumzueiern. Post Squad, moin. Ja, Asrian kriegt das ja auch mit, ne? Also, das Update wird schon kommen. Oh, die Frage, wann? Wird die Deutschland-Map nicht untergehen, wenn die Ellerbach auch zum selben Zeitpunkt kommt? Wer sagt denn, dass das alles zum selben Zeitpunkt kommt? Wo, das ist doch gar nicht gesagt, oder? Also, ich hab' keinerlei Informationen, wann die Deutschland-Map kommen soll. Aber untergehen? Nein. Warum? Mal, Edo, Edo's Arbeit, das ist, äh, was anderes so. Da ist jedes Gebäude, äh, ist neu. Alles ist selbst gebaut. Ich finde, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also, nö. Ich denke nicht, dass das untergeht. Guten Abend. Kleiner als drei, die Kuh macht nur SDR 2D2. Egal. Dr. Neon, moin. Viele sagen, Ende Februar, Anfang März. Und woher wissen die vielen Leute, dass das Wesse ist immer so das Ding. Ich hab' mit Edo immer viel Kontakt, wenn's um so'n Krams geht. Ich bin aber nie jemand, der nachfragt. Und wenn Edo mir das gibt, um ein Video drauf zu machen, dann weiß ich, dann sind's noch eins, maximal zwei Wochen. Aber bislang hab' ich's ja nicht. Also, das ist jetzt kein Karant. Es kann auch sein, dass er mich diesmal gar nicht mit dazu nimmt, so. Das weiß ich auch nicht. Steck' ich nicht drin. Ich, ich, ich prügel mich nicht da rum, wisst ihr? Ich bin ja eher von einer entspannten Rassesoftware. Rassesoftware, moin. Na, hab' ich auf TikTok gesehen. Von wem? Von Edo selber oder von... XYZ? Es gibt auf TikTok auch Leute, die meine Videos re-uploaden und sagen, ey, ich hab', ey, guck mal mein Videoschnitt an und was ich für tolle Infos hab' und blablabla. Und ich hab' die Karte schon. Also, Internet ist eine wilde Zone. Ne, Leute, die ghosten mich ja näher hier, ey. Wär cool, wenn du den Content runter nimmst, so, ne? Weil, wenn du auch nicht deiner interessiert die nicht, juckt die nicht. Juckt die Leute nicht. Also, mancher juckt's nicht. Ja, ist ja scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Was soll's? Das Einzige, was ihr dann machen könnt, ist halt, so ne Leute einfach zu meiden. Aber selbst das ist ja eure eigene Entscheidung. Deshalb, also, gibt nie darauf, was du irgendwo im Internet liest, außer von dem Modder selber. Oder von Leuten, wo du weißt, okay, die bringen schon immer Infos raus, die passen immer, das ist seriös. Ansonsten mutmaßen ist ein fettes Hobby. Das machen ganz viele. Mach' ich auch ganz gern mal, ne? Ja, es ist, es, auf TikTok sind ganz viele weirde Menschen auch unterwegs. Also, auch im Internet generell, äh, also, ja. So, allrad aus. Und Edo jetzt an der Internetseite sehr aktuell, äh, genau. Ich denke, auch wenn's da Infos zu geben würde, wär's ja in seinem eigenen Interesse, die auch schnellstmöglich dann zu teilen. Ich finde, so wie Edo das macht, ist das ziemlich gut. Schön ruhig, schön entspannt. Wenn's Infos gibt, gibt's Infos. Und dann machst du's auch wieder. Das fetzt. Und, ähm, da muss ich auch ein fettes Lob an, an Mosak raus sprechen. Die machen das ganz genauso. Die bringen die Infos raus, sagen, yo, das ist ja so. Leute, pass auf, Map kommt raus. Map kommt für die und die Plattform. Zeitraum ist der und der. Fertig, aus. Ende Nikolaus. Ciao. Geben die Karte noch eins, zwei Content Creatern an die Hand und gut ist. Das finde ich sehr, sehr entspannt. Ne, also es macht Edo eigentlich nie, außer sie ist fertig. Und warum auch. Ich meine, kann ja immer was dazwischen kommen. Das macht ja nun wirklich niemand hauptberuflich. Also, mappen, modden macht, glaube ich, niemand hauptberuflich. Außer eben die Firmen, ne? Irgendwie Creative Mesh oder sowas. Ähm, ich versuche die Woche noch einen TikTok über die Änderbach zu machen, weil das erfreut sich wirklich große Beliebtheit und es macht mir auch Spaß. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Okay, wo, moin. TikTok sagt mir, kaputte Blattwurm. Ähm, jein. Ich gebe dir recht, da ist viel lustiger Kram unterwegs. Aber das hat mit der Blattwurm nichts zu tun, sondern mit der Generation. Und je älter man wird, desto fremder wird einem die ganze Geschichte. Es gibt auf der anderen Seite aber auch halt coole Kanäle. So, weißt du? Ich würde das nicht auf TikTok beziehen. Also, TikTok ist wild und schnell. Auf jeden Fall. Es ist auch die Zuschauerschaft dort. Ist definitiv gefühlt jünger. Aber ich habe als Content-Creator halt gemerkt, dass du an der Plattform nicht vorbeikommst. Also, wenn du irgendwo am Ball bleiben willst, musst du sie mit bedienen. Ist okay. Ich habe Short-Content sonst vorher viel auf Instagram gemacht. Auf TikTok ist es halt einfach beliebter. Und das ist für mich okay. Aber ja, also generell, guck mal bei YouTube so. Lock dich mal aus deinem Account aus. Geh mal als unangemeldet auf YouTube rein. Schau dir mal die Charts an und so. Und also, was da teilweise am Start ist, ist halt wild. Aber das ist ja das Gute am Internet. Es gibt ganz viele Sachen da draußen. Wir können es uns alle aussuchen. Axel ist moin. Ich bin jetzt auf jeden Fall kürzlich auf dem Discord von Katsu gejoin. Katsu war ja Vertex-Mitglied. Vertex-Geründungsmitglied ist ja rausgegangen. Ja, das ist der Kollege, der die Hofwiesengrund baut. Und hat einen eigenen Discord und ein neues Team aufgemacht. Und hat auch einen neuen Discord dazu. Habe ich noch nicht verlinkt bei mir im Übrigen. Das muss ich mal noch machen. Weil der ist schön aufgeräumt. Da ist geiler Kram rund ums Mapping und so. Fetzt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken, wie der heißt. Der Discord heißt Modding Association. Modding Association. Verlinke ich mal noch bei mir auf dem DC bei Gelegenheit. Also wenn ihr da Up-to-date bleiben wollt, was die Hofwiesenkunden und so weiter und so fort angeht. Da ist auch Taker mit am Start und wer arbeitet. Das war noch jemand. Da war noch jemand mit am Start. Gute Adresse. Sollte man im Auge walten. Kein Zuge, wenn du das siehst. Rechnung stelle ich. Taker, der ist ein Update zur Ostseeküste. Ich finde die ist auch sehr gut gepflegt, die Karte. Ist auch eine geile Karte. Ist wirklich eine geile Karte. Höfe ist immer so ein Kritik-Ding. Aber die Karte als solche ist wirklich sehr, wäre es ein Gut. Leckst du mir am Arsch, ey. Leider Mike, 43 Monate mein Lieber. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jetzt schon dir, Fahrer. Moin. So, was sagt ihr dazu nachher Zwischenfrucht drillen mit dem T7? Da habe ich Bock drauf. Der Tobi kommt heute nicht, deshalb ist der T7 frei. Bevor er da noch Rost ansetzt, an die Bremsen und so. Da kommt doch alles von den Jungs. Ich glaube, Nobjane. Es ist zur Zeit, ist es wirklich sehr dünn. Aber nicht schlimm, weil wir trotzdem unsere Meter machen. 700 Stunden auf der Ostseeküste, krass. Naja, wir sind... Boah, 700 Stunden, Alter. Das ist... Das haben wir hier auch auf der Lander-Zoom. Das ist schon eine Menge, ne? Tekkenathlet, grüß dich. Moin. Moin. So, dann verkaufen wir die letzten Stück hier. Meist mit Heu. Tja, ich denke mal, die Saison haben wir da nochmal Heu machen müssen. Weiß ich nicht. Denke nicht. Ich denke, das Jahr geht dann auch nach der Ernte relativ zügig weiter, weil... Ein krass Schnitt. Wollen wir eigentlich jetzt aktuell auch nicht. Vielleicht ist es sofort irgendwann dann den RS-Time neu oder das? Nee. Nee, 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 nee. Erst nach einer gewissen Zeit. Und ich hebe mir prinzipiell Savegames, Mods und so ein Kram halt auch immer auf. Das kommt dann auf die Netzwerkplatte und... Hoppala, das war ich gerade. Und dann, ja. Vielleicht, vielleicht macht man irgendwann halt mal so ein... Ja, so ein Nostalgie-Ding. Und pack die alten Teile mal wieder aus, aber... Boah, nee. Die Tastenbelegung, der ganze Kraus, alles wieder so... Ach, so ein neuer LS-Teil anfangen, Tastenbelegung machen, das ist schon... Das ist ja schon... Das ist ja fast schon Arbeit. Ähm, Fan, der Tobi arbeitet dran. Lang wird das nicht dauern. Was das Update vom T7 angeht. Halt, stopp. Ach, Gen7, sorry. Sie machen 20er. Keine Ahnung. Ist da ein Update angekündigt gewesen überhaupt? Ähm, ich will heute dann noch später auf... Wenn wir hier mit der Vorbereitung fertig sind, möchte ich grünen Rocken als Zwischenfrucht auf die ehemaligen Gerstenfälle hier aufbringen. Der Bjarne war ja an der Bodenbearbeitung. Boah. Darf ich euch eine Frage stellen? Natürlich, dafür ist das Stream doch auch da. Ich kriege ich noch einen Frontlader. Äh, der 600er, der kommt. Ob der 700er am Frontlader bekommt, weiß man, glaube ich, gar nicht so genau. Glockenzeichen, guten Abend, wunderschönen guten Tag. Herzlich Willkommen. Entweder hat er es angekündigt. Okay. Weiß ich nicht, wann der 600er kommt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dann definitiv wieder ein Video zu machen wollen würde. Wenn ich ihn eher bekommen würde. Landerzoom, ich glaube, auf dem Discord von Agrario müsste es mit drauf sein. Ansonsten, glaube ich, LS Portal war auch die Seite genannt. Allerdings gibt es da keinen Support mehr von Agrario zu. Mein Tipp für euch, für die Zukunft, wenn ihr Maps runterladet, nicht in den Mod-Ordner. Den Mod-Ordner nicht als Backup-Ordner nutzen, sondern macht euch eure Festplatte, externe Festplatte, USB-Stick, whatever. Macht euch einen Ordner Maps. Und da macht ihr dann wiederum, wie hier in dem Beispiel zum Beispiel, einen Ordner Landerzoom. Und da drin legt ihr alle Versionen ab, die ihr jemals runtergeladen habt. Und da habt ihr immer alle Versionen am Start. Nicht einfach überschreiben weg Tschüss. Immer schön versionieren. Man weiß nicht, wofür wir es nochmal gebrauchen können, wisst ihr? Standierfahrer, ich hab, oh Gott, ihr habt, nix anderes hab ich behauptet. Nix anderes behaupte ich. Ich bin der, ich, also ich bin der Letzte, der irgendwo irgendeinen, ähm, Stress macht. Ich hab nur gesagt, ich weiß nicht, wann und wie und wo und was und ob und ein Update kommt und wann der 600er kommt und so weiter und so fort. Ich hoffe nur, dass ich ihn diesmal auch bekomme. So wie den 700er vorher. Mann. Alles, keine Ahnung, alles gut, alles entspannt. Und. Ja, gerade gibt's nur noch die V1-2. Aber die V1-2 ist doch quasi die mit den Höfen hier, oder nicht? Oder? Achso, schon die V1-2, alles klar. So, wir mal hier ein bisschen sauber machen. Entschuldig, bitte. Oh, oh, ich hoffe, das wird nicht mehr werden. Ich konnte mich bis jetzt den Keimen und Viren der kranken Leute entziehen. Also, Frau war ja krank und Kind war krank. Aber so allmählich. Können wir hier noch ein schönes Bild machen? Warte mal. Oh, ich glaube, das Bild schmeckt vielleicht noch ein bisschen mehr. Als HDR speichern. Ihr habt die V1-1, okay. Ach, war auf der V1-2, waren quasi schon die Höfe geändert. Verstehe. Okay, naja, dann schade. Aber die kursiert auf jeden Fall noch im Netz und ist auch von Agrario akzeptiert. Sag ich mal. So, hier noch ein Bild. Zack. Und ich überlege... Ah, nee, machen wir heute nicht. Eigentlich zu Donnerstag muss ich mir jetzt auf jeden Fall aufschreiben, dass wir den Tier-Rüberschieb-Mod wieder drauf nehmen. Was hättest du von Thrustmaster-Farmstick? Mua! Hab ich den YouTube-Video gesehen. Das geht noch immer, was ich sage. Ich hab ihn nicht in Benutzung, aber ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte. Das Ding ist reiß-leistungstechnisch absoluter Knaller. So, ich muss mir mal das Gefiedel ein bisschen lauter machen. Michi K20, grüß dich. Astro-Blix, moin. So, stellen wir den Anhänger erstmal... Moment, Moment. Oder lag noch irgendwo Stroh? Guck mal, hier stehen ja noch die Kisten. Oh, nee, hier hat er keinen Strom mehr, ne? Das macht dann aber alles... Das macht hier alles... Wo ist eigentlich der Schneidwerkswagen? Egal, das macht nachher alles, Bjarne. Danke für die Aussage, meiner soll morgen kommen. Du, nix zu danken. Also, das Ding ist wirklich Preis-Leistung. Ich glaube nicht, dass es Fitted Farms immer einen besten Joystick gibt, ähm, in diesem Geldbereich. Moin. Zocker, grüß dich. Oh ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen Kratzen im Hals. Ich hoffe, das verhärtet sich nicht oder so, aber... Wenn, dann, ja, sag ich euch Bescheid, dann... Dann pausiere ich wohl die Woche noch, aber aktuell alles schön. Ich hab Bock, ich bin motiviert, ich will angreifen. Ich hab drei Videos auf dem Settel stehen, die ich machen möchte. Jo. Ausrufzeichen Headset, Zocker. Ausrufzeichen Headset. Hab ich auch ein kleines TikTok drüber gemacht, vor kurzem. Ähm, Jonas, das ist korrekt, aber dazu gibt's einen Fix bei Agrario. Da ist das beschrieben, was man ändern muss, damit das wieder funktioniert. Alter, was ich jetzt hier schon überall schon lange geschrabbelt bin. Genau, das muss man einfach... Das ist nur irgendwie ein Eintrag, den man machen muss. Irgendwas war keine große Sache. Genau, hier standen nämlich auch noch, ähm... Ballen rum. Der SK unterstrich Erik gönnt der Community 10 Subis. Erik! Alter! Ähm, danke für deinen Support, Mann. Danke für deine 10er Bombe, Alter. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Wenn jemand dabei ist, der vom Erik einen abbekommen hat, Liebe in den Chat. Danke dir, Erik, Mann. Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich. Dankeschön. Es ist wirklich so schön, was er für einen Support gibt, Freunde. Das ist... Ach, das ist einfach schöner. So. Den stellen wir jetzt hier ab. Der kommt... Wenn denn... In der Weizenernte nochmal ran. Ansonsten brauchen wir den jetzt erstmal nicht mehr. Und den Johnny können wir eigentlich auch stehen lassen. Ja, den können wir auch stehen lassen. Okay, Zocker. Ähm, ja, also... Was die Langlebigkeit des Astros angeht, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich nutze es ja... Nahezu täglich, quasi. Also, wenn ich jetzt hier im Schnitt bin oder so nichts aufnehme oder so, dann, ähm... Nehme ich keine Kopfhörer. Dann habe ich immer die Boxen an, aber... Oh, an die Leute, die es getroffen hat. Ey, Erik, danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Vielen, lieben Dank. So, hier bist du. Hier bist du. Machen wir erstmal drüben in der Halle noch das Licht an. Und fahren den Tele-Lader mal noch beiseite. Ups. Ah, ha, 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 ha. Das Astro kannst du nicht mit dem alten vergleichen. Ne, da... Also, das Astro sieht halt aus wie das alte. Ich weiß auch, da ist viel, viel, viel dran gemacht. Ne, die Treiber, also die Boxen, Mikrofon, Software, blablub. Also, es läuft halt nicht mehr unter Astro, sondern ist halt jetzt... Es ist halt jetzt ein Logitech, ne? Also, es ist noch ein Astro, aber, ähm, von Logitech G. Halt gekauft, ne? Vereinen, vereinnahmt. Ich wollte heute eigentlich mal noch den anderen Wallenauflöser dran machen für, für Stroh. Aber vergessen, den hochzuladen. Und Donnerstag vielleicht mal machen. Anu, was sind denn hier die Rundumleuchten an? Das muss ja nun auch nicht sein. So, hier müssen wir sachte sein. Fahrzeug ist noch kalt. Dass wir ja nicht zu viel Gas geben. Hattet ich schon immer Astro? Ne, ne, ne. Ich hatte vorher Bayer Dynamic. DT 770, DT 990. Die hängen ja auch noch, aber ich hab Bock auf Kabel los gehabt. Und hatte das Glück... Oh, die Ballen stehen nicht gut. Dass Astro, beziehungsweise Logitech G, so rum, ähm, Leute für ein Placement gesucht hatte. Oder was mit mir zusammen gemacht hat halt. Und da kam natürlich dann eins zum anderen, ne. Und es ist gut. Es ist wirklich gut. Also ich muss das nicht sagen, ne. Es ist meine freie Meinungsäußerung. Die kann mir keiner nehmen. Aber es ist wirklich gut. Es ist vom Sound gut. Es ist vom Tragekomfort gut. Ja. Bis jetzt hab ich da wirklich gar nix, gar nix dran auszusetzen. Okay, weil ich das Gefühl hab, dass die 990 Pro sehr leise sind. Die 990er haben ja 250 Ohm. Und für 250 Ohm brauchst du schon... Ach, wie mach ich das jetzt hier? Für 250 Ohm brauchst du schon ganz schön Feuer. Weißt du, was ich mein? Aber du brauchst ein Audiointerface, was da schon ein bisschen Feuer reingibt. Und ich hab zum Beispiel ne Fio F-I-I-O. Und wenn du das 990, 250 Ohm damals da reingeknallt hast, kam da richtig laut, saftig, geiler Sound raus. Aber du brauchst halt sowas. Du brauchst halt ne ordentliche Soundkarte zumindest oder sowas. Die ein bisschen, ja, Feuer hat. Habt ihr alle in den eigenen Hof? Nein, 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 nein. Ich bin hier auf Milchviehbetrieb mit Tobi, Adrian und Dirk. Sind wir Milchviehbetrieb Wessels. Bin auf Hof Wessels. Und Tino, Martin, Thomas, Bjarne. Habe ich mal vergessen? Die sind... Jogi, ab und an. Die sind beim Lohner. Ja, das GoXLR, ähm... Ich hab da mal Thomann gefragt, weiß nicht, ob du die Seite kennst. Ähm, das GoXLR hat zu wenig Saft. Du bräuchtest halt... ...da dran wiederum... Ja, sowas wie ein Audio-Verstärker. Damit die richtig zur Geltung kommen. Deshalb habe ich... ...halt dann gewechselt. Und hatte dann... Hier, die 770er. Mit 80 Ohm. Die 80 Ohm reichen völlig aus. Aber die 250er hab ich auch auf jeden Fall geliebt. Das weiß ich leider auch nicht, Zocker. Au, das war nicht viel. Wie teuer war das? Hä? Was sind denn das für Ballen? Mein Headset... Einfach Ausrufzeichen Headset, Jonas. Dann... Ich hab mit Logitech zusammengearbeitet. Mich hat das im Prinzip gar nichts gekostet. Logitech hat mir das gestellt. Aber das kostet... Das Astro... Ähm... Wie ich es jetzt auf den Ohren habe... Kostet 400. Das A50X. Stopp! Nein, 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 nein! What the heck? Was ist hier los? Mann! Oh, was? Hä? Digga, was? Passiert denn hier gerade? Was ist das denn? Das geht auch nicht mehr an. Das geht nicht mehr an. Was ist hier los? Warum geht denn hier nicht mehr an? Ja, Sebastian... Das war die Taste für hier abladen, ja. Aber, ähm... Die Frage ist, warum der nicht mehr angeht. Fahr mal vorbei! Noooin! Nochmal i. Ne, i bringt da ja gar nichts. Das gilt für die Tür zuerst. Ach, der ist eingeklappt! Ach, das erklärt einiges. So Hä, da habe ich aber ganz viele verschiedene Tasten gedrückt, die ich ja nicht hätte drücken sollen Oh Mann Nochmal Zocker, ich weiß nicht, warum da jetzt nicht mehr geht, okay Kann ich hier nicht beantworten Musst du den Support bitte mal anschreiben, versuchen mal einen anderen Wie ist das angeschlossen, über USB wahrscheinlich, ne, versuchen mal einen anderen USB-Port Gucken mal, ob alle Kabel richtig sitzen Mehr kann man dazu nicht sagen, ne So, das müssen wir dann mit dem Besen sauber machen Das mache ich am besten mal gleich, das ist ja zum Kotzen Das war nix, Felix, achso, dort ist, dort liegt noch Das war mal Gebi, gar nix Harmsi, Dankeschön für deinen 25 Bits, sehr liebenswürdig Na, das machen wir mal anders, da fahren wir von der anderen Seite ran War mein Fehler, Chat? Wie soll dieser Ordner sein? Was sonst? Boah, den ist ein Boomer, Gebi Junge, 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 Junge Müssen wir mit dem Besen ran Moin So, wir wollen Besen So geht's nicht Besen war mal ein schmutziger Konvert aus dem 19er Ich glaube, den gibt's so gar nicht irgendwo zu downloaden Oder es gibt mittlerweile zum Downloaden, ich weiß es nicht Ja, bleib liegen Lass dich bitte nicht stressen Ich bin ja nur eben am durchmarschieren, Mädels Alles ist gut Max, grüß dich Was krieg ich aber hier? Warte mal hier Junge Nicht krank werden, Felix Ah ja, da liegt ja auch noch Stroh Das Besen war auch mal gleich weg Besen, Besen, Seid's gewesen Ganz schnell, welches Gedicht? Besen, Besen, Seid's gewesen Welches Gedicht? Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Sehr schön, Max Wunderbar MG auch Wunderbar Wunderbar Hab ich damals noch Schule vorgetragen Schlecht Ich hab ne Eins bekommen Oder ne Zwei Ich weiß nicht mehr So Wenn der Pop-Out-Chat schneller ist Als der Stream auf dem Fernseher Ja Ja Ein Zauberbesen, der alles verschwinden lässt Ja, ja, ja It's magic Da Hauptschule hatten wir sowas nicht Ah, gut Kann ja sein, dass man trotzdem mal von gehört hat No Front an irgendwelche Ne, weiß Bescheid Alles gut, Zauberlehrung Ist ein Gedicht Ich weiß allerdings auch nicht mehr von wem Naja, auf der Realschule Hatten wir das Und, ja, Gedichte Gedichte lernen und vortragen Dinge fürs Leben halt Ne, die du immer wieder im Leben benötigst Gedichte vortragen Aber Letzten Endes Ist das Gedichte vortragen Ja auch immer so ein Ding Du lernst das freie Reden Das Kommunizieren Guck mal, das Das Streaming Und das YouTube Goethe, kann sein Weiß ich gar nicht Das Streaming Und das YouTube Was ich jetzt so mache Wisst ihr wiefern Oder wie sehr mir das hilft Oder geholfen hat Jetzt frei vor Menschen vorzutragen Das ist Wahnsinn Kannst du das Gedicht noch vortragen? Ne Ne, ne, ne Also, wo ich das vorgetragen habe Das war vielleicht Wie alt war ich noch? 15 Das ist vor 20 Jahren gewesen Keine Chance, Mann Riebeck hat mir eine Grundschule In der Grundschule? Was? Ne, Max Ich kann ganz viel mischen Aber das sind aktuell die Bestandteile Ich muss das Silo hier leer bekommen Und wir sind im Zweiten Jahr Hier auf der Lander Zoom Meinungen zu Forza Horizon Spiele ich Nicht jetzt Ich habe auch gar keine aktuelle Konsole Und Die Rechner stehen hier im Büro Also spiele ich da auch nichts Keine Meinung zu Kommt da noch ein neues Video hin Genau Deshalb machen wir das auch leer Weil ich da auch eins Von Castro platzieren möchte So wie das daneben Das hatten wir schon umplatziert So wie das ist So Frühes Futter Doch Max Wir haben auch Meister Kraftfutter zusetzt Das müssen wir also mal noch mixen Aber ich muss hinten das Silo leer bekommen Deshalb nehme ich bevorzugt aktuell nur Die Silage die wir da hinten drin haben Damit das Silo leer geht Also haben wir gerade jetzt nicht so gutes Futter Ja das stimmt Aber guck mal wie sie sich hier freuen Ui Ist das ein Junge Auf jeden Fall ein Jüngeres So wie das geflitzt ist War das keine alte Kuh Bei mir sinkt die Milchleistung aber gewaltig Ja das ist durchaus möglich Also Wir haben bislang noch nicht großartig anders gefüttert Und die Milchleistung Ist Guck mal Wir haben 34 Kubik Ich weiß gar nicht warum das überhaupt nicht mehr abgeholt wird Das ist schon mächtig gewaltig Eigentlich wird das ja automatisch abgeholt Oder kann man das irgendwo steuern Dass das nicht automatisch abgeholt wird Ne ne Ohne Zusatzmod kann man das doch nicht steuern Vier Tage pro Monat Äh pro Woche Also Ja vier Tage pro Monat haben wir So rum Genau Also ein Tag ist eine Woche Kruzfix Muss die Milch nicht selber verkaufen? Nee Eigentlich nicht Ich weiß noch nicht ob man das im erweiterten Tiersystem irgendwo einstellen kann Weil wenn wir hier mal schnell in die Statistiken rein Ähm gucken Hatten wir Auch schon Geld durch verkaufte Milch 27k im Juni Also Wird es eigentlich abgeholt Ich dachte immer es war andersrum Man benötigt einen Mod Ohm Dass es nicht mehr abgeholt wird So rum war es oder? Maximilian Dankeschön für 21 Monate Moin So den saugen wir jetzt hier komplett auf den Ballen Ob da noch Mixfutter draus wird Ah Das weiß ich gerade nicht Was haben wir jetzt drin? 56% Ui Maxima 50% Zu viel Müssen wir ein bisschen was rausbekommen Timo Dankeschön für deinen sechsten Monat Vielen, vielen, vielen lieben Dank Da gehen wir mal kurz was bei den Beiden Kleinen mit rein Ich wollte aber den Ballen jetzt halt auflösen Ich glaube Standard ist der eigene Verkauf Ehrlich? Muss selber verkauft werden? Naja dann gucke ich gleich nochmal Dann verticke ich die jetzt hier einfach Aber ich denke die wurde immer mal abgeholt Okay, okay, okay Dann wenn ihr das sagt wird das schon stimmen Grüß dich Calimero Fahr mal vorbei Stopp Das müsste reichen Ja Ein früherer Erstteil war das mal so, dass er abgeholt wurde Ah ja Okay, na dann wartet mal Dann schauen wir gleich Dann schauen wir gleich mal Hallo, wo bekommen wir die ganzen Vorlagen für SimDashboard her? Du findest bei mir auf dem Discord Von Shifty Ähm Den ganzen DB Äh SimDashboard Katalog Warte mal, wo war denn das? Wo konnte man denn das machen? Könnte man hier rangehen? Tiermenü öffnen Wo soll ich denn die Milch aber verkaufen? Wo macht man das denn, Chat? Ne, selber wegbringen? Ne, ne, ne Hm Nein, 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 nein Ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt recht Und Wir haben Wartet mal Wir haben ein Mod dafür Muss mal eben auf den Server gucken Ähm Von, ähm Vertex Haben wir den noch drauf? Funktioniert er halt nicht mehr Äh, das ist so ne Automatik Milksale Von Vertex Design In der V10000 Funktioniert er noch? Oder funktioniert er nicht mehr Und deshalb wird keine Milch mehr verkauft? Weil eigentlich haben wir den automatischen Milchverkauf drauf Vielleicht haben wir einfach auch noch ne hohe Milch, äh, Last Zum Dashboard ist nicht kostenlos Ne, du brauchst schon die Bezahlversion Aber du bezahlst halt für einmal Für die Pro-Version Äh, zahlst du, äh, 14 Euro Und das ist ein Leben lang Ja, ne, danke für dein Prime Vielen lieben Dank Ziehen wir den Standardproduktionen? Nein Nein Also ich Kann ja die Milch nicht auswählen Morgens um 6 Uhr Okay, dann haben wir einfach nur ne sehr hohe Produktion gerade Klar, wir haben halt auch sehr viel Nachwuchs, ne Kann man auf dem Tablet Sachen mit dem LS bedienen? Ja, mit dem Dashboard geht das Thresher habe ich da zum Beispiel drauf Wir haben ja jetzt Habe ich ja heute im heutigen Video gezeigt Wir haben ja jetzt Schwader mit Einzelaushub Da gibt es auch ein Sim-Dashboard Aus dem neuen Center noch Das könnte man damit benutzen Und so weiter und so fort Kannst ganz viel damit machen Sphinx, grüß dich Dankeschön für deinen elften Monat Janik, vielen lieben Dank Blüten geht super Die hatten heute Fasching In der Kita Als Spider-Man ist er gegangen Hat er sich gewünscht Das war super Vorhin kurz FaceTime mit ihm und Mama gemacht Und da habe ich ihn gefragt Hier da unten, wie war es? War es schön heute? Ja, riesig Spaß gehabt Das sind immer so Momente, Chat Also ich weiß nicht mehr Es gibt ja auch einige von euch Die auch Kleine Kids haben Aber dieser Moment Wenn du mit deinem Kind Eine Woche allein zu Hause bist Weil es krank ist Du zusammen chillst Ich muss schon sagen Da fällt mir Wir fallen dann so eine Tage Auch wo Fasching ist Da fällt es mir schon Echt ein bisschen schwer Dann auch nicht mit da zu sein Ich meine, wenn du aus der Kita Kommt es ja platt So, ne Aber Ja, es ist Ja, weiß nicht Spider-Man hat immer wieder Den Tag gerettet Genau Angry Turtle, moin So, SiRosi Einmal noch hier rein Einmal noch frisches Futter Family in mir Ich bin ein bisschen angeschlagen Aber ich glaube Ich kriege es weggedrückt Mal gucken Den anderen geht es gut Frau und Kind geht es gut Kinder sind schon was Schönes Ja, definitiv Also wirklich jetzt Mein kleiner Süßkeks Gehe ich auch heute Abend Wenn ich nach Hause komme Gehe ich nochmal rein Dann möchte er meist nochmal Frisch zugedeckt werden Gibt es noch einen Schmatzer Wunderbar Was hältst du von den Bauern-Demos Berechtigt, richtig und wichtig Die Kälber-Igros sind nur Deko Naja, ist so, ne Lucky Game Manchmal ist es einfach so Bei mir ist es halt Zweimal in der Woche der Fall Aber Ja, das ist Zeit ist einfach schön Dann geht es ins Bett Immer so 19, 30, 20 Uhr rum So, das reicht Und die Kleinen Haben auch noch genug Hier haben wir auch noch genug Stroh Wunderbärchen Ich würde sagen Wir prüfen mal noch Die kleine BGA Und dann geht es Den nächsten Tag rein Oh, ich muss langsam Mal auf den Discord gucken Brudi, nicht dass Bjarne dann schon am Start ist Und ich ihn verpasse Weiß sie Ähm, so Bjarne war mit dem einen Feld Auch schon fertig mit Scheiben Gewesen, oder? Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen Verstehe ich nicht Ähm, im GE Weitestgehend Maxi So, den müssen wir wieder sauber machen Der ist schmuddelig Der war schlecht Der war wirklich schlecht Ja, der war schlecht Da fehlte auch was, ne? Ja, 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 ja Da fehlte was Fast vergessen Die Abo-Walle Na, also sag mal Dankeschön Für deinen elften Monat Vielen lieben Dank Ja, ist gut Nee, 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 nee Nee, nee, nee Wir gucken gleich mal In eine Bürotabelle rein Ich muss gucken Wie die Bruchtfolgeplanung aussieht Nachtschicht ruft Ich wünsche einen ruhigen Dienstzwiebel Was steht heute sonst noch an? Ich möchte heute grün rocken Als Zwischenfrucht Auf zwei unserer Ex-Gerstenflächen bringen Das will ich heute im Boden haben Beziehungsweise am nächsten Spieltag Weil in die Nacht rein habe ich keinen Bock Ganz ehrlich Ähm Ja, und dann wird auch schon wieder die Gerste reif sein Bei den BGA-Flächen Schätze ich mal Renziur, grüß dich Lieber größere oder kleinere Maschinen Map-abhängig Ich finde, das ist Map-abhängig Ähm Hast du eine kleine Map Die aber hier So eine Anstiege hat Brauchst du schon ein bisschen Leistung Ich persönlich Fühle mich am liebsten In der 250 bis 300 PS Klasse Habt ihr Fruchtfolger Also wir benutzen eine Fruchtfolge Wir haben den Thomas Das ist halt ein Landwirt Also der ist in der Landwirtschaft unterwegs Dankeschön fürs Follow Und der kümmert sich um die Fruchtfolgeplanung Siehst du Und da möchte ich jetzt nämlich auch mal reinschauen Moment Chat Finden wir Zeige ich euch Das ist Mackerschlag-Kartei Ich glaube, das ist die hier Komme einen Tick später PS-Grüße an meine Frau Und mein Kind Was? Was? Ab wie auch Alles gut Gucken deine Frau Und dein Kind zu? Glauben nicht, ne? So, wir kommen auf die Liste drauf Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Ah, Hilfe Wo bin ich? Hallo? Was ist denn das? Hier haben wir ja gar keinen Warte mal, was ist denn das? Haben wir hier irgendwas? Achso, höre ich das selber nicht? Höre ich mich anders an? Hallo? Höre ich das selber nicht? Moment Also, so geht's nicht Sind gerade beim Abendbrot Ja, liebe Grüße Warte Liebe Grüße Hallo So, wo war ich? Audio-Routing Lasst dir Zeit, Bjarne Lasst es euch schmecken Samples Habe ich auf dem Kopf Warum? Wieso höre ich das selber nicht? Hört man mich anders? Wartet mal Hört man mich anders? Hallo, hallo, hallo? Hört sich das anders an, Chat? Ja, wieso höre ich das nicht? Ähm Samples Also, wir werden wir auch aufs Chat-Mic Hä, wieso höre ich das nicht? Ach, scheiße Gut Egal Ähm Was ich eigentlich wollte Ist Einfach nur das Licht anmachen So War das Fruchtfolgeplan? Ähm Habe ich mich auch irgendwo Auf der anderen Seite? Ich Das ist natürlich jetzt Ups Nee Nee Ach, blöd Kann ich mich irgendwie Auf die andere Seite schieben? Basecam Seht ihr? Das ist im Übrigen der Grund Warum ich mich links hinpacke Weil rechts gucke ich mal An den Bildschirmrand Aber gut Ähm Milchviehhof Hier, Mann Das ist Jahr 1 Das ist Jahr 2 Zwischenfrucht Nee Das war doch nicht die Datei Das war doch nicht der Fruchtfolgeplan Oder Wartet mal Ich prüfe das mal gerade Im Im Spiel nach Wir haben beispielsweise Die Fläche 25 Nee Warte mal Was war Gerste? Gerste war Ach, nicht schon wieder Und hört mit Itten auf T-I-E-F-K-Ü-H-L-F-R-I-T-T-E-N Also wir hatten auf der 197 Hatten wir Gerste Keine Zwischenfrucht geplant Nur Ölsat Das kann doch gar nicht sein Das war doch Das war doch auch Grünrocken geplant Als Zwischenfrucht Das ist doch alt hier Das stimmt doch nicht hier Nee Nee Chat Wartet mal kurz Ich glaub das ist alt Ich muss mal Eine andere Datei suchen Ich glaub Das ist es nicht Hm 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 Das ist doch Aber das ist es auch nicht Ich krieg Krise Ich liebe solche Witze Das ist Fantastisch Freu mich Wir freuen uns Das ist die Datei aber auch nicht Ich bin verwirrt Ich krieg Krise Fruchtfolgeplan Haben wir wirklich Haben wir wirklich Ähm Ölfrucht Das wäre auf Der 88 Beispielsweise Ich mein ich kann auch Ölrettich drin Ist kein Ding Aber ich hätte gedacht Wird ein Grünrocken Wer kommt heute noch Bjarne Die 111 Können wir noch nicht machen Weil da hat der Luder noch Sein Gramm rumstehen Die 148 Hm Ja Kettle und Crops Die sind pleite halt Hat der Potenzial Definitiv Aber Pleite Gibt es nicht mehr 178 Wo ist denn die 178 Oh das Gesuche Auf dieser Karte Da unten 178 Ist auch noch Ölsaat Ich glaube Ich mach heute Die 178 Ejo Ja das hatte Sehr gute Ansätze Kettle und Crops Reich für Sim Ich habe nur die Also ich habe die Premium kost 15 Euro oder so Aber es gibt wo auch Eine All LS Version Also wo auch künftige LS Teile einfach mit Dabei sind Logos Moin Jetzt muss ich aber Nochmal gucken Ich hatte noch mit Thomas Geschrieben Ich bin ein bisschen Verwirrt Wo habe ich denn mit Thomas Geschrieben Ach man Nachrichten Näher In die Flächen Wo Rabzeiten Kommt aus Ich verstehe Überhaupt nichts mehr Es ist das Problem Dass also Thomas halt Viel Also keine Zeit Mehr zum Mitzocken hat Und ich krieg's Ja einfach Nicht mehr Gebacken Dankeschön Niklas Wo bekommen wir Landesum V1 her Ich glaube LS Portal Und ich glaube Aura verbitten Mods ist sie Also In Flächen Wo Rabze Reinkommt Darf ich 40 Kilogramm Entfahren Das machen wir Aber nicht Das machen wir Erst im Frühjahr Grünrocken Haben wir Überhaupt gar nicht Vorgesehen Wie ich das Gerade sehe Oder wir haben Ölsaat Das kann nicht Stimmen Das kann nicht Stimmen Weil wir haben In der Liste Die ich hier Habe Kein Grünrocken Drinnen Das ist Das ist Nicht möglich Ich finde Die Liste Nicht mehr Oder war es Der Feldplan Nee Warte mal Warte 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 Chat Das ist eine Katastrophe Alter Was in den Dokumenten Los ist Hier Hier haben wir's Vollgefrucht Mais 111 Hier haben wir's Hier haben wir's Ich hab's 111 Muss Grünrocken Rein 111 Muss Grünrocken 178 Muss Grünrocken Rein Rapsfelder sind Noch nicht getroschen Nein 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 178 Genau Das ist die Fläche Hier unten 148 Ach du Gäder So Das ist der Aktuelle Gerste war drin Grünrocken Dann kommt Mais 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 Zuckerrüben Sind schon wieder mit drin Warum Müdi Geht eigentlich Dann werden wir die 178 Genau Ich hab's Ich hab's Ich hab's Wir können uns alle wieder hinsetzen Ich hab's Wir werden heute in die 178 Grünrocken Als Zwischenfrucht reinhauen Das Hexte mal runter Und danach kommt Mais rauf Man muss dann zwischendurch nochmal schön geflügt werden Kennt ja einen guten Mod von Klasskern 4.2 Der auch die kleine Haube mit verbaut hat Die kleine Haube Kleine Haube Saß die ganze Zeit Was Nicht vor Spannung aufgestanden Versteh ich nicht Wir müssen jetzt mal die kleine BGA hier noch überprüfen So hier haben wir halt auch noch so ein Ding ne Hier haben wir ja von der Sache her ein Strohkraftwerk Also Wir könnten an den Betrieb auch noch reichlich Strohballen verkaufen von der Sache So Gärreste 319k haben wir hier auch schon wieder drin Was haben wir alles als zusätzliche Früchte Rocken und Grünrocken 58 Nö Da brauchen wir ja auch nix reinschmeißen Nö Da brauchen wir ja auch nix reinschmeißen Dann legen wir uns pennen Ganz einfach Dann machen wir Feierabend Zapfen Streich im grünen Kakadu Ich speichere nochmal Ich habe ein Fruchtfolge geplant in der Modliste verlinkt im Bereich Ne In der Modliste ist es glaube ich gar nicht mehr oder? Heftig wie die zwei Jahre rumgingen Kingmax Vielen lieben Dank für deine zwei Jahre Support Vielen, 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 vielen lieben Dank Dankeschön Ähm Was wollte ich sagen? Ja In der Modliste müsste ich unter Reale Dokumentationen Einen Fruchtfolgeplan verlinkt haben Also zumindest Welche Früchte Wie, wo, was 8 Uhr Ich muss erstmal checken Wetter Staub Geh weg Oh Wetter wird schön Oh Wetter wird schön Da können wir schon eher starten Da stehen wir schon um 6 auf 17.900 verkaufte Milch Da haben wir es doch Aber nicht alles vertickt Guten Morgen Liebe Landersoom So, da schauen wir nochmal hier Ähm Gerstenernte Sind wir noch volle Pulle drin Können wir eigentlich den Server beschleunigen Rapsernte kommt im Juli Ich würde sagen Wir können den Server mal beschleunigen Machen wir hier Schön Zack Gibt's da nicht Ein gutes Einbottetoffel Rocken und Co Bestimmt Die Ostseeküsse hat aktuell Von Haus aus Grün Rocken Ackergras Und so ein Kram So ein Moment Wenn man mit einem leeren Tank Zur Tanke fährt Kippen kauft Und auf einem Hausweg einfällt Dass man gar nicht getankt hat Boah, ich muss auch noch tanken Ey Aber die Preise Die waren halt richtig Spunlos heute Wie viele Kühe Haben wir Sekunde Hier haben wir 270 drin Wo ist denn hier der Trigger Hier drüben Und hier Haben wir Probleme Den Trigger zu finden Anderen Seite Oder was Merke 270 Chat Merke 270 Rechenaufgabe Incoming Hallo Tiertrigger Sechs Kühe Und wieso Ist hier überhaupt Offen Tiertrigger Oh Süßi Ach Gott Schnoch Ich finde Ich finde den Trigger Nicht Ich finde das Tier Menü Nicht Und hier haben wir 70 drin 270 270 plus 70 Sind 340 340 Die haben schon wieder Knast Da haben wir mal schnell Noch was rein Und dann Ja Ist es auch 20 Uhr Und dann können wir Mit der Ackerarbeit Beginnen Ein was wollte ich noch Schauen Bevor wir das machen Kurz noch mal Drohne Kurz Wie ist dein Motto Hat Gas zweimal rum Und dann gibt keiner ohne Rapsflächen Die 133 Das will ich mal schnell Abrüfen Hier müssen wir Nämlich nochmal Ne Behandlung Glaube ich Machen Hier müssen wir Glaube ich Nochmal eine Behandlung Machen Obwohl Die hat 160 bis 180 in der Spitze Und was braucht die Weiß man nicht Was ist noch Raps 135 Die kriegt auf jeden Fall Noch ein bisschen was 39 36 Die kriegen auch noch was Und das war's Mit unseren Rapsflächen Okay Dann möchte ich Überprüfen Gerstenfläche BGA 212 212 Taschenrechner sagt Korrekt Ja Ne Ist noch nicht durch Ist noch nicht durch Okidoki Drohne gelandet Typer sind ja Auf dem Land Ist der Beste Guck ich grad nicht so viel Was ist hier passiert Abgestellt Wie der Letzte Beim Syndrax Auch schon eine Luft raus Leon Moin Oh diese Lichtstimmung Zauberhaft Mensch Ist das schön Das ist irgendwie Das ist irgendwie Ist das schön Ich feier's Moin mal hier Kurz einrasten Ja Ein Zustand auf dem Hof Warum Läuft er oder was Was Wo ist Wo Problem Alles gut Ach der Hand Geist zweimal rum Ach Da gibt's schon So das ein oder andere Original Ja da hab ich ne Antwort drauf Es gibt dort ein Fix Auf dem Agrario Discord Das kam mal mit Mit nem Update Dass das dann nicht mehr ging Die Karre ist schief Bei der Mann die Kühe Sind aber Ähm Doch nicht leer Die Kühe Haben doch noch Fick's Ich hab nen Bug Niklas Ich hoffe das ist heilbar Ich hoffe das ist heilbar Keine große Sache Keine große Sache Also ist wohl relativ easy Zu fixen Meine Punkte Hab ich Gelöst Eingelöst Hab Aber wieder nur 1000 Es gibt keinen Bug Auf Twitch Wenn du deine Punkte Eingelöst hast Und schon wieder 1000 Hast du halt schon wieder Viel geguckt Oder wie meinst du das Also ich kann das nicht beeinflussen Mehr wie viel Punkte hat Das ist so ein Twitch Ding halt Ne Ich hatte nur 1000 Ja und jetzt hast du Jetzt hast du mehr oder 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 wie Weil dann ist er gut Danke für deinen 37. Monat Gleich haben wir das Silo leer oder Naja ein bisschen ist noch Scheint so dass der Bot Ihm nett die Punkte für den Sound abgezogen hat Wie gesagt das ist kein Bot Das ist Twitch Achso Ja doch das ist Naja Dieser Sound Dings Ja gut dann Seid froh Dann könnt ihr wahrscheinlich Kostenlos Oder es wird erst später Ähm verrechnet Mir soll jetzt recht sein Ähm ändern kann ich ja dran sowieso Nix will ich auch nicht Ist mir dann auch Tatsächlich egal Wenn ihr Spaß habt Und es nicht übertreibt Sonst muss ich es ja ausmachen So Chat wir werden heute Eine Wette machen Wir werden heute wieder Eine Wette machen Wo ihr Kanalpunkte setzen könnt Achtung Glücksspiel Kann man kein echtes Geld gewinnen Und kein echtes Geld verspielen Nur Kanalpunkte Und zwar werden wir das heute wieder so machen Ich werde drillen Wie ist dein Motto Und wir machen vorher eine Umfrage Nicht jetzt Machen wir nachher In der Vorhersage Schaffe ich es ohne Fehler zu drillen Oder nicht Wobei es diesmal easy ist Trotzdem Ähm Weil ich muss ja keine Gassen machen Ich dachte immer LS ist Gorse mit 26,6 GB Bei mir dann kommt Forza Horizon 84,2 GB Wart's mal ab Wie groß GTA 6 dann sein wird Also das ist schon echt krank Was so Größen Mittlerweile sind Da ist der LS Wirklich ein Kindergarten Gut Dann kommen noch ein paar Gigabyte Mod Ordner Je nachdem Aber ja Bei Tomatoes Wurden die Punkte Ordnungsgemäß abgezogen Aha So Niklas Und nun Was machen wir mit dir Oje Waffe Ich wünsche eine gute Besserung Kopf hoch Hau dich hin Ruh dich aus Schone dich Wohnst du in einem Haus Oder in einer Wohnung Oh Haus wäre schön Kann ich mir aber nicht leisten Ich wohne in einer Wohnung Ey guckt euch mal an Wie schön das hier aussieht Ist doch nicht wahr Ist das bezaubernd Oder ist das bezaubernd Ich muss auch noch ein Stück vorfahren Ich hab's geschafft mit der Landerzoom Ne Fantastisch Grafikeinstellung Ausrufzeichen Grafik Hier Von hier kommt's Licht Okay Na weiß ich nicht Ist das ein Bild Ah W- Digga Was Ja Ich hab ein Blue Screen Auf meinem Spielrechner Sekunde bitte Das war's komplett Naja Der Stream läuft ja noch War ja zum Glück Nur Der Spielrechner Surfer pausiert Alles entspannt Und sonst so So Schwarzer Bildschirm Status LED Ist aber grün Auf dem Board Moment Ich mach nochmal richtig aus Die Kiste Kann man bei Holi auch Im Supermarkt kaufen Nein Holi gibt's nur bei Holi selber Boah Was war nicht alter Das war mal Ein richtig herber Blue Screen Aber durch mich selber Verursacht Weil ich hab ein USB Hab und hab alle Laubenden Geräte Getrennt dadurch Also alle An den USB Hab angeschlossene Geräte Das fand aber gerade Nicht so geil Haben wir was bestellt Und fand's geil Das ist schön Niklas Das ist gut Katastrophe So schwarzes Bild Warte mal Dann müssen wir nochmal Hier das Eingabe Am Monitor Ein krass So Geht gleich weiter Kannst du eine Grafikkarte Bis 500 empfehlen Ich bin gerade aktuell Null im Hardware Game Zumindest was PC Komponenten angeht Zumindest was PC Komponenten angeht Szenenwechsel Mein Lieber So Wir brauchen Track ER Wir brauchen So Im Dashboard Brauchen wir heute nicht So Hier fährt gerade Alles hoch Muss die Spiegel Wieder anmachen Wir sind ja ungeduldig Aber das war ja gerade Also da hat sich gerade Da haben sich gerade die USB-Geräte Volle Bude verabschiedet Nicht schlecht Ne Nicht schlecht Max du kannst aber auch Bei mir auf dem Discord Im Bereich Software Hardware fragen Da gibt's auch etliche Leute Die da am Thema sind Ellerbach oder Deutschland Karte Ich hab die Ellerbach Im 19er gefeiert Im 22er Wird ich Spiel geschlossen Brudi Im 22er Würde ich's Nochmal Anspielen Ich sage Deutschland Karte Für mich persönlich Weil es neu Ist halt Nicht damit zu tun Dass die Ellerbach Jetzt nicht gut wäre Oder so Ihr habt's ja in den Videos Gesehen Also im Video Und Auf den TikToks Vielleicht Oh Jetzt bin ich auf Alte 4 gekommen Bruder Ich komm nicht mehr Auf meinen Discord Dann bist du dort Wahrscheinlich gebannt Aus welchem Grund auch immer Dann kannst du mir mal Deinen Namen sagen Von mir aus öffentlich Oder per Whisper Und dann können wir da mal nachschauen Ja das war ein kleiner Sturnum Aber wir sind ja gleich wieder zurück Ostseeküste Ich glaube auch für die Konsole Ist das Ich weiß gar nicht welche Es noch so gibt Aber ich glaube Ich glaube für die Konsole Ist die Ostseeküste Somit die geilste Karte Weil die bietet viel Hat die die Multifucht Jetzt auch Auf Ne Hat die auf der Konsole nicht Oder So Dass du noch andere Früchte mit hast Außer die Standardfrüchte Straßen zu eng Ich finde die Straßen Übel geil Doch hat sie Sondern dann ist es auf jeden Fall Eine der besten Konsolen Maps Würde ich sagen So machen wir den Spiel Sound Auch mal wieder an Wegen Ackergras und Grünrocken Ja das ist dann schon geil Ich wurde vor ein paar Wochen gehackt Und dann wurde von allen Servern gebannt Achso Ja gut Wenn du gebannt wirst Kommst du da auch nicht mehr drauf Man bannt dich dann Von dem Server Aus Sicherheitsgründen Weil dein Account In jedem Channel Dann irgendeinen Scheiß postet Deshalb wirst du dann gebannt Ähm Ich sag dann immer Ihr müsst 2FA aktivieren Ändert euer Kennwort Klickt nicht mehr Irgendwelche dummen Links Niemand Niemand Chat Lasst euch das gesagt Niemand schenkt euch im Internet Und auf Discord irgendwas Niemand schickt euch im Discord Irgendeinen Link Und sagt Ey Alter Du hast was gewonnen Hier kostenlos Komm bitte Nimm's dir Und auch auf YouTube In den Kommentaren Wird niemand auf dem Kommentar Von euch antworten Sagen Hey Ich bin's Agrable Schau in meiner Telegram Gruppe Du hast gewonnen Wird nicht passieren Also ähm Schreib mir deinen Namen gerne Ähm Whisper mir den von mir aus hier Ähm Dann schalte ich dich wieder frei Sobald Sobald Ähm Ähm Insofern das nochmal mit deinem Account passieren würde Wird's ein Permabun kriegen Weil wer nicht lernt Der lernt nicht Ne So Da sind wir wieder Wo waren wir stehen geblieben? Wie geht das? Ähm Achso Warte Hier rechtsklick auf meinen Namen Und dann hier Anflüstern Oder so Hier war ich stehen geblieben Genau Bild wollte ich machen Ne Hab ich Bild gemacht? Ich hatte Bild gemacht Oder? Ich komm hier nicht ins Fahrzeug rein Haben wir den Flugmodus an? Ne Wieso komm ich dann nicht ins Doch ich komm ins Fahrzeug Wollte schon sagen Konsoleneingabe Äh Ich mach das über Den Spielfilter Wann kommt nochmal die PS5 Pro raus? Keine Ahnung So Jetzt kann ich hier die Konsole wieder nicht Warte mal Oh Mann ey Moin moin Ich hab mir den Spielfilter eingespeichert Ich glaub immer wenn ich den Ausmache Oder Gameleuchter Das sind alle Einstellungen weg Das ist glaub ich ein Bug Im aktuellen Nvidia Ähm Treiber Warum blond? Was? Weil ich blond bin? Was soll ich sagen? Ja Ja Naja Weil ich persönlich auch blond bin Und ich mich so ein bisschen Darstelle Ihr habt Fragen manchmal ey So Nächste Fütterung Kannst du während des Spielens USB ziehen und stecken? Ja Nur nicht alle auf einmal Weil dann gibt's auch mal ein Blue Screen Ne Ne Wir hatten das jetzt auf YouTube Tatsächlich Das Ich nehm mal an Es ist ein Bot Oder irgendjemand der Blödsinn betreiben möchte Ähm Leute unter den Videos Angeschrieben hat Und geantwortet hat Nur mein Logo drinnen Nur mein Logo drinnen Heißt aber komplett anders Heißt nicht Agrable Und die Leute haben mir geschrieben Und gesagt Hey ich hätte was gewonnen Ich sag Leute Lest doch bitte Guckt euch doch die Namen an Die euch antworten Ich heiße Agrable Ich heiße so wie der Kanal heißt Nicht anders Ja Also es ist Wahnsinn Wie leicht glaube ich Manche Leute im Internet unterwegs sind Ihr müsst da echt aufpassen Ihr müsst da wirklich krass aufpassen Ja Max Ähm Wenn deine ID gesperrt ist Deine ID gesperrt Das war kein Mann alter Aber du hast schwarze Haare Was Ich hab da keine schwarzen Haare Digga Ich hab da keine schwarzen Haare Welchen Namen Oder Nummer muss ich geben Na deinen Discord Namen Na blöd Niklas Bist du bestimmt nicht Aber ich hab keine schwarzen Haare Also sorry Ich werde ja wohl wissen Welche Haarfarbe ich hab Schwarz ist das nicht Na Digga Also ich zieh jetzt meine Mütze nicht ab Aber Ich hab doch Also das sind doch Das sind Dunkelblond Ist das da Hier Das ist nicht schwarz Es ist nur wenig Es ist nur wenig Aber nicht schwarz Hier Blond Blond und wenig Ich finde das sieht aus wie schwarz Niklas Digga Ich hab keine schwarzen Haare Und wenn du das jetzt nochmal schreibst Dann kommst du Auf die stille Treppe Mann ey Was hier los Schon wieder So Weiter jetzt Farm blind Naja klar Wer kennt's nicht Die blonde schwarzschwäche Wer kennt's nicht Ja das kann über die Camp schon Ein bisschen anders rüber kommen Keine Frage Das stimmt Also in Ausreden sind Wenigen die sich weiterentwickeln Es ist so warm Wir brauchen keine Haare mehr Alles Evolution Ganz sehr schwarz Färben Klar Mit Färben ist gar nichts Also Also eher Ähm Zieh den komplett ab Ich hatte mal eine SMS Bekommen von der Ja das ist auch Standard SMS vom Telefonanbieter Von DHL Und Nachzeigen Das ist halt auch so ein Ding Niemand wird euch da per SMS Irgendwie zu irgendeiner Zahlung Aufforderung So das sind Auch so diese typischen Maschen Na Also Wenn nicht irgendwie Offizielle Briefe Oder so ein Kram Oder in der Offizie In der In der App von DHL Da nichts drinsteht Dann würde ich auch niemals Generell nicht Ähm Darauf reagieren Aber das musst du halt auch Erstmal wissen Und gerade so die jüngeren Menschen Ist eben alles immer Ein bisschen schwierig So Mich hat schon mal Europol angerufen Warte Heck Was Wo ich gerade in Peru Montage war Es hieß Mein Personal ist was Wurde geklaut Und zwecks Zweckentfremdet Alter War das so Oder war das Europol Fake Das ist ja hart Das hätte ich ja noch nie gehabt Also Also Geht ja auch nicht Ich bewege mich jetzt also selten im Ausland Aber Leckum jo Moin Jo moin Was geht ab Äh Ja 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 Es ist ein Trauerspiel Aber Wir kommen voran Alles gut Ja Ja So Chat Aber jetzt werde ich etwas Etwas Chat fauler Etwas antwortfauler Gleich Weil ne Und ein bisschen mit Pianne Pass auf Pianne Ich hab hier Nein du hast ja Du weißt ja was ich gemacht hab Oh ja jetzt Nächster Tag sind wir drin Top Du hast ja bestimmt erstmal zu tun mit deinen Fahrzeugen und Bodenbearbeitung und so ein Kram Hattest du die Fläche neulich fertig bekommen Ja Sehr geil Achso Da muss ich Ich bin jetzt fertig Oh warte mal Da muss ich jetzt auch nochmal fliegen gehen Weil Also heute wäre geil Wenn du Heute etwaige Mann Etwaige Bodenbearbeitung Nicht als Lohner In Anführungszeichen machst Weil Ich jetzt nur noch hier alleine bin Wird mir das zu teuer Ja ja alles gut Passt Äh 148 Wer hat bitte die nächste Fläche Okay 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 Scheiben Jo Scheiben Und dann mach ich da direkt Saat Ölsaat drauf Äh Quatsch Ne Nicht Ölsaat Sondern Ja Sach Ähm Grünrohr Das wollte ich jetzt nämlich mal vorbereiten Tiere sind gefüttert BGA Können wir jetzt nochmal schnell prüfen Das klingt gut Hast du schon die Treckertour gesehen Ne hab ich noch nicht komplett durch So BGA läuft noch Boah Thomas Sowas macht man doch nicht Man schickt doch nicht irgendwelche Bankdaten weg Wieso das Wieso macht man denn sowas Warum Niemand Kriegt irgendwelche Was Hä Ganz gefährlich Alter Okay man Ne Ich trille heute mit dem T7 Damit der Damit die Rost Äh die Die Bremse nochmal freikommen Wird er Ja Das bereiten wir jetzt auch mal vor Ne Dirk ist noch krank Denk ich mal Hast du nochmal mit Dirk Ja Ist noch krank ne Ja Ist noch krank Hat Jetzt was bekommen Verschrieben bekommen Ah endlich Aber Ganz Wochen noch platt Aber was für ein Arzt Alter Ich meine Ich finde das immer ganz gut Wenn die Ärzte nicht sofort Antibiotika geben Aber wenn halt Wirklich gar nichts passiert So Dann Man war ja dann glaube ich Das dritte Mal beim Arzt Boah das weißt du nicht Also auf jeden Fall Das zweite Mal Das weißt ich Ja Aber gut ne Na Oh schönes Licht Ja ne Ist geil Ist gut Ich hab auch fast alle Fahrzeuge Hier beim Lohme Es fehlt nur noch der Ballenwagen Und der zweite Drescher Und ich glaube Ich hab den falschen Schneidwerkswagen gekauft Achso Da Hol ich mal noch den 6R zurück Der steht da nämlich auch noch rum Ja Scheiße Ich hab den falschen gekauft Ja Ja nur gut Das ist also ne Na wenn nicht jetzt Wann dann So räumen wir mal langsam los Denn der muss auch noch ein bisschen warm werden Zustand hier nochmal 40 Okay Der wird relativ schnell warm Wie jetzt wird er wieder kälter oder was? Hä? Maschinentemperatur Warmen werden hier Zackig So Das ist ein 6,50R Ursprungsmodell DINZ Und ja aber von Von Gerne viel umgebastelt 6R stellen wir in der Ecke Ich will nämlich unbedingt mal gucken Ähm wie die ganze Trillerei Mit der neuesten DBL Quasi aussieht Oh ja Interessiert mich mal Ne Wir haben nur ein 6R Und das ist der 250er hier Aber den gibt's nicht von DINZ im Mod ab Ne Der muss auf DINZ sein Discord gehen Oder wenn man die Modliste aus Wo solche Mods Da hab ich ihn glaube ich auch verlinkt Also altes DINZ Modell Ne Ansonsten 7R 8R Ist ganz klar die Empfehlung aktuell Immer mit der Anbrüche Also gerade wenn du so mit den Displays Das haben möchtest Dann ist das eigentlich exakt so wie hier Also was heißt exakt aber So ziemlich Genauso So Chad Wollen wir dann eine Vorhersage machen Also quasi wetten mit Kanalpunkten Ob ich drille ohne Fehler Ich sag mal Wie gesagt Es ist Eigentlich Eigentlich Naja eigentlich ist es gar nicht so spektakulär Weil Ähm Ich hab ja keine Gassen zu machen Obwohl Ne stop Wir machen Grünrocken Da muss ich Gassen machen Oder Fahren wir in den Grünrocken überhaupt was rein Oh Jetzt muss ich überlegen Fährst du schon zu 148? Ne 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 Ich bin gerade auf dem Weg zum Hof Ich hab den 6R zurückgeholt Okay gut Gut In welchem Sinne ohne Fehler Na ja im Drillbild halt Sprich ne Gasse gemacht Wo keine sein sollte Ne Gasse vergessen Oder so n Kram Abstände passen nicht und sowas Darf ich auch mit abstimmen? Ne Weil ich kann mich ja echt gut ablegen Ne Gut Okay Doch nicht Du Du auf jeden Fall Ich hab schon so viele Punkte verhauen Alter Ja Zocker halt ne Zocker Ne Ja Na dann schaffe ich das ja noch die beiden Schneidwerksanhänger zu holen Na ja also ich sag mal Ja Also wenn Ein Ein Bin ich Bin ich gerade zu Na hast du Hast du die am Shop stehen? Ja 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 dann kann ich einen mitnehmen weil da steht doch noch Dirks Karre Die kann ich dann auch in dem gleichen Atemzug gleich mal mit Mit rüber nehmen Das wird top Ja na das kriegt man ja wohin Das tauschen Da ist ein Schneidwerk rauf und runter das mach ich dann später aber erst mal Dass ich schon mal da stehen Ja Ja kein Thema Bei Tinos Karre die steht ja bei euch Ja Ich hab's aufgegeben den immer wieder zum Lohner zu fahren Ja Ja ne das Ja Verstehe ich Ja So Alter was für ein riesen Schneidwerkswagen Herrlich Oh ne Jetzt muss ich mich aber von Dirk anlabern lassen Der ist für 1080 bis 1380 ne Also Tiptop Hinterachslenkung Schön Auf jeden Fall mal noch einen ganzen Zacken Größe So hatten wir hier im Fahrzeug Kameras Ja 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 Aber... Wenn Dirk das tut, was denn? Tür nicht zu machen. Was soll denn auf den drei Metern passieren, Chat? Hallo hier, du scharfer Typ. Willkommen in deinem Fendt. Boah, Dinger. Was hab ich denn für Ping gerade? Ich weiß nicht. Tausender. Ganz heute. Tausend? Dann mach ich heute Solo. Wo steht denn hier der Tempomat? Steht ja kein Tempomat drin. Oioi. Hä? Was ist denn das für eine Karre? Moment. Da steht eins und zwei, aber das stimmt nicht. Weil wenn ich hier was verändere am Tempomaten, eingestellt ist er aktuell auf 66. Und das bewegt sich nicht. Da stimmt was nicht. In der Maschine. Und 66 empfand ich nämlich als etwas viel mit dem Schneidwerkswagen hinten dran. Da fahren wir vielleicht mal über 50. Alter, lädt ja eh was runter oder was ist hier denn los? Seid ihr ja echt Dankeschön für dein Prime? Da weiß ich nicht, was da bei dir los ist. Da fängt jetzt ganz laut. Okay. Was hab ich denn? Lass mich mal gucken. Bei mir ist normal. Alter, ich kotze ab. Oh ja, dann mach ich das heute solo, wa? Ja, mal gucken, ne? Hot! Ist das Fahrzeug eigentlich warm, ja? Nicht, dass wir dann noch kaputt fahren. Ey, jetzt... Ich glaube, jetzt fängt er sich gerade an. Sehr schön. Alter, die Schneidwerkswagen sind riesig. Naja, die sind, glaube ich, von der Länge her gleich lang. Also wie die einen. Ne. Ne. Auf gar keinen Fall. Der ist definitiv länger. Wie ist dein Motto? Handgast fahren herum und er gibt Kanone. Mann ey, das ist auch der nächste Weg, bis zu euch immer sein muss. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Aber das ist komisch mit dem Tempomat. Entweder hat Dirk ja noch was umgebastelt oder so, aber... Eigentlich stimmt ja der Tempomat da drin immer merkwürdig. Ja, das ist schon cool, die Kiste von Dirk. Keine Frage. Aber ich glaube, er überlegt auch... Der wollte ja auch einen 728er aus. Können wir uns einfach nicht leisten. Weil hier, das war ja ein 933er, ja genau. Der kommt mir wirklich übelst viel länger vor. Übelst viel, weißt du? Übelst viel länger. Naja, siehst du, das habe ich doch gemerkt. 30 cm sind 30 cm, Junge. Ja. Für die ein ist viel, viel, das ist wenig. Ja, naja, genau sowas. Okay. Hensi, oah, du altes Ferkel. Dann müssten wir theoretisch auch noch den Raps spritzen. Aber das hat jetzt auch... Also das kriegen wir easy noch hin. Das krieg ich vielleicht sogar Donnerstag vorher hin. Wie kann man ein Silo schneller verdichten, indem man mehr Gewicht draufbringt? Silowalzen, Siloverteiler. Gründe Geschichten. Was hat den Schlepper geändert? DBL eingebaut. Sounds, glaube ich, auch noch. Weiß gar nicht mehr. Das ist schon einen Ticken älter oder einen Ticken länger her bei dem 900er hier. Tekanathlet, hau rein. Kauf Türk heute und sie machen 20er. Äh, nein. Das mache ich auf gar keinen Fall. Gönne ihm doch mal was. Sag mal, hör mal. Sag mal. Ich gönne immer. Sag mal. Wir fahren 6R und die Mitarbeiter hier 900er, dies, das. Hast du nicht gesehen? Ich gönne. Kannst du mal die Tür öffnen? Nee. Mach ich jetzt hier nicht, wenn ich aussteige, mach ich die Tür öffnen. Ah, da musst du schon, musst du schon mit Bedacht fahren hier. 248, Digga. Komm ich da ein bisschen. Ey, das ist nochmal nicht besser. Steier Absolut oder Fenn 728? Ich bin beide halt nur ein paar Meter auf dem Asphalt gefahren. Also... Ich kann da nicht wirklich ein Urteil jetzt so geben. Was fragst du, Bjarne? Oh, ich hab best längs voll überlegt gerade. Achso. Also mit dem kommst du nicht mehr ganz so schön rum. Hier musst du jetzt wirklich anfangen, einen Schlenker zu fahren. Okay. Wirklich schönes Licht, ne? Wird doch ein sonniger Tag. Wetter vorher, sachte, sachte... Oh, Alter, Digga. Wetter vorher, sachte... Ah, Mann! Wetter vorher, sachte, sachte, nur Sonne. Hahaha, Digga. Sachte nur Sonne. Er war ganz kurz eingehakt. Ja, da hat es mal kurz gekracht, Junge. Da hat es mal kurz richtig gekracht. Na gut. Der war ja komplett aus. Na? Ah, ich... Akkuliner in der Mod-Liste. Ähhh... Weiß nicht... Manello! Begrüße! Begrüße! Ich stell dir die Grüße an den Mitspieler. Jo. Come on. Ja, ich lass dir da mal den Schneidwerkswagen hier stehen, weil... Ja, stehe. Genau, weil ich wüsste jetzt auch nicht... Wohin der jetzt gerade... Haben wir hier zufällig irgendwas von uns, was wir mitnehmen könnten? Ne, ne? Bei euch? Da steht nur noch eine Scheibenegge, die der Gemeinde gehört. Keine Ahnung warum. Boah. Boah, gut. Jonas, was soll ich jetzt mit dieser Aussage anfangen? Tut mir leid, wenn das Spiel bei dir im Singleplayer ruckelt. Hallo Dirk. Du Schaffer Typ. Willkommen in deinem Fenster. So, jetzt haben wir mal Tempomaten hier wieder hochziehen auf. Volle Pulle. 66. An und für sich wüsste ich wirklich nicht warum Dirk tauschen wird. Klar, der 728er ist geil, aber wir haben halt auch den 933er. Der fährt auch 66. Er hat auch alles, was du brauchst. Hm. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht finde der das Modell schöner. Ja, aber ich wüsste nicht, der 900er ist... Gleiches Niveau würde ich sagen, ne? Ist ja auch von Schnippel. Ja. Kann es sein, dass Dirk sich selber gern mag? Schona, ich habe keine Ahnung, wie du da drauf kommst. Für den Sound beim Einschenken müsste man ihm eigentlich mal den Oberlenker auf den Fuß fallen lassen. Bin ich ganz deiner Meinung, Simi. Hehehe. Fängst du beim Scheiben... Du machst... Ah ne, vorgewendet zum Schluss, ne? Ja. Ja... Ja, dann mache ich das auch so. Weil dann kann ich auch schon anfangen zu... Ah ne, warte mal. Stopp. Ne, kann ich nicht. Also doch könnte ich schon, aber... Oha. Na, dann lohnt sich doch das Wetten heute vielleicht. Bei Ölrettich hätte ich jetzt auch... Zumindest die Konturen angefangen. Fängst du am Rand an oder fängst du in der Mitte an? Wer kann am Rand anfangen? Fangen wir bitte am Rand an. Lange Seite. Dann könnte ich dort die Konturfahrt schon machen. Das wäre... Sehr nice. Okay. Come on. Sehr schön. Einmal den 728er hat man auch in der Beschuldigung immer sehr gelobt. Der 933er geht halt genauso brachial ab, ne? Keine Ahnung, warum dort tauschen wir. Wir wissen wirklich nicht. Ähm... Für was die zusätzliche Schneidwerkswagen? Holt ihr noch andere Drescher, Fracht, Stahlbolle? Mh... Ne. Wir haben aber auf... 10,80m Schneidwerke umgestellt. Genauso wie den Lexion. Auf 8700er. Und dazu... Brauche ich noch passende Schneidwerkswagen. Das heißt, die anderen gehen dann halt zurück? Genau. Ja. Und die sind ja mit in den Pack drin, also. Ja. Kann man die auch benutzen? Ja. Ich glaube die anderen, die jetzigen sind vanilla. Die wir jetzt dran haben. Ja. Die alten. Mh... Nää, wirklich, mit Hinterradlenkung? Ja. Krass. Crazy Talk, grüß dir Chef hat mich heute erinnert noch TikTok hier zusammenzuschneiden beim letzten Podcast muss die Woche auch nochmal, sonst kriege ich Ärger sehr gut ja, krasse Plattformen ja, ja, auf jeden Fall wie gesagt, war immer echt ein Fehler von mir zu denken dass die Plattform irrelevant ist also nicht generell irrelevant sondern für mich irrelevant aber, nee ist nicht so auch wenn das ist wild, weil du hast übelst viele Nachrichten anfragen, auch übelst viele Dinge, wo ich einmal nicht weiß mit umzusetzen, okay aber alles cool die Plattformen selber in der Verarbeitung und macht Spaß und vor allem ist die Komprimierung echt gut es ist sehr gut von der Qualität dort ja, die Chinesen geben da schon ganz schön heftig Gas so so, ich park jetzt die Fahrzeuge alle vorwärts ein wenn wir uns hier vorwärts einparken so, den brauchen wir auch nicht den brauchen wir auch einparken 148 ja bitte lass uns noch Saatgut haben das wäre echt super wichtig du scharfer Typ willkommen in deinem Fendt ich höre meine Schritte nicht mehr ja wie viel ist denn das 284 Kilo Mann gehen Saatgut mehr ich könnte kotzen dann müssen wir echt nochmal zum Händler fahren die 148 oh ne, das ist die Feldwegstrecke ne darunter er nützt nix gut, dann müssen wir einkaufen ähm poah, wie viel Sack kaufen wir denn mal wir müssen keine Ahnung kaufen wir mal vier Sack das ist schon in Ordnung ist der HOS selbst gebaut was ist HOS hat der Hof ne, in der V1 ist der so, Freunde da noch ein Regal rein naja, das wird kompliziert das zu platzieren du hast prinzipiell völlig recht aber das könnte wir können es mal kurz ausprobieren etwas kompliziert werden naja, gut das kann man dann hinkriegen wenn wir das hier mal aufgeräumt haben wären wir wahrscheinlich wir liegen noch Ballen wo? 147 Neuball oh ne, kein Bock, Alter ich bin durch mit dem Thema das kann doch nicht wahr sein schlecht wären sie nicht aber, Mann, ey ein Dashboard für ein 800-900er Favorit was brauchst du denn da, Dashboard was meinst du da oh, ist ja zuckelig hier am Hof, Alter weil du hast doch und meinst du den zusätzlichen Monitor drin oder was also du kannst ja ein Prefab verbauen von den Farming-Dudes aber ansonsten 800-900er hat kein Computer also ansonsten sind ja die DBL-Integrationen mit drin Zapfel, Allrad, dies, das auf deinem Discord war auch einer der gefragt hatte aber nicht nur nach dem Pack sondern auch noch ich glaube drei oder vier andere Schlepper ob das jemand einbauen könnte achso, das habe ich gesehen, ja da wurde schon drauf geantwortet ja Klaus Nielsen Moin aus Dänemark Grüße nach Dänemark zurück wartet mal ich will das glaube ich hier na ne, wir starten vom Shop aus ich will nochmal ein Sondervideo machen Wallenbergen ist ewig lästige Thema naja, also beim Heu dachte ich hoppala dachte ich vor allem, dass wir durch sind aber ähm, ja naja falsch gesagt dem ist nicht so ja, das ist dann der erste Drill mit der 6DC da bin ich gespannt so, was haben wir hier da ist das da da ist schon ein bisschen Bock drauf Chat, wie seht ihr das? Drill mit der Horsch bisschen Grünrocken in den Boden drücken ein GPS Terminal boah, was ist denn heute auch mit dem Server ey ja, verstehe ich GPS Terminal gibt es aber auch ganz viele Beispiele wo so ein Trimble drin ist ne, so ein guck mal zum Beispiel in Bjarne's Karre im 39er hast du das drin ähm, also du kommst da nicht drum rum dir das selber zu bauen nehmen wir uns noch ein bisschen Gewicht mit ja, würde ich schon gerne na gut, was soll machen können es ist wirklich das aus meinem quasi ne, Copy-Paste genau Notes anpassen fertig genauso wie wenn du jetzt die John Deere Variante hast könntest du dir zum Beispiel vor Marmeladenbrötchen ne GPS Seite da reinklatschen ja, ja mein ich mein ich ja aber du musst es halt also du musst es halt machen genau musst es halt machen fertig gibt es das nicht außer im 7R 8R Pack von Marmeladenbrötchen da ist GPS drin T7 ist GPS drin 930er ist TMS drin 930er ist GPS drin ähm ja das war's andere kennen ich so weit glaube ich nicht also ja gut Xerion noch ne ähm Syntrac so wir holen uns mal noch ein Gewicht aus der Werkstatt mal ein bisschen wenigstens den Bumper vorn dran da holen wir uns den ja den Kollegen mal komplett drüber und dann müssen wir gucken haben wir eine seite mal äh äh wie machen wir das hier haben wir das drauf und hier oben machen wir den unten erst mal GPS eigentlich würde ich den unten gerne schon benutzen hat Tobi hier die Fahr-Beschönungsrampen sind ja auch drinnen geil heil heilig vielleicht gibt es auch noch Hilfestellung von Ackerkomm Waffel seine Videos für den Bereich so, aber ja, also wenn sich die Modder halt dazu entschließen das so nicht zu übernehmen, was auch völlig okay ist dann kommst du halt nicht drum rum das selber zu basteln so, können wir den hier hinten noch ein bisschen anpassen der wirkt so hoch hat der irgendwie nee, ne nee warum gibt es keine Updates vom Headland Management mehr Stange, was brauchst du denn für Updates? was fehlt dir denn? nee, wenn der nee, ich meine das jetzt ernst also wenn irgendwas das klang jetzt ein bisschen blöd aber wenn irgendwas auffällt oder so dann kannst du das gerne dem Martin natürlich als Feedback geben das läuft eigentlich glaube ich aktuell ich weiß gar nicht, ob Martin da gerade dran arbeitet so, auf zum Händler also wenn dir was auffällt gib ruhig gib ruhig Feedback Stange also kein Thema so ist es nicht aber ich glaube das ist eigentlich aktuell läuft das ganz gut, oder? okay, warte mal erstmal brauchen wir aber tatsächlich den Apparello hier vorne jetzt nicht und den Hauptmonitor können wir auch nochmal umstellen habt ihr eigentlich auch das Problem mit der Konturführung meint der Mensch mit dem Lenkrad nicht funktionieren? nee das läuft eigentlich schön den T7 in der Modliste habe ich meinen Discord verlinkt denn dort gibt es den im Download im LOWZ Mods Download Bereich weil Tobi halt immer mal fix gemacht hat und dann den Link austauschen muss und ich es dann an der Zeit eh nicht ralle die Modliste zu aktualisieren habe ich einfach nur einen Discord verlinkt wo der halt an der Basis ist entweder bei Tobi, bei Shifty auf dem DC und bei meinem Fall habe ich halt meinen DC in der Modliste verlinkt ich hatte es in der Modliste trainiert ich hatte es auch noch ein Video da kann man ganz viel Nachrichten ich kann nicht mehr runterladen ich kann nicht mehr runterladen was ich auch nachvollziehen kann aber ich habe immer so viel auf dem Tarot stehen dass ich dann so eine Aktualisierung von links einfach verballern LOW Modding ähm nein das Problem haben wir nicht naja also LOWZ Mods darunter läuft dann 39 TMS und der T7 haben einen eigenen Bereich bei mir auf dem Discord Server und da gibt es auch einen eigenen Download Bereich und das ist als Post angelegt könnt ihr in eine Galerieübersicht gehen habt ihr wie so eine Vierecke wie auf so einer Modseite und da sind die nochmal einzeln aufgeführt und da werden dann auch Links ausgetauscht beziehungsweise da werden dann auch ähm die ähm die nächsten Versionen reingepostet in diesen Post wiederum dann seht ihr das dann habt ihr das schön untereinander alles wie geht's wie steht's fragt uns das Sekundor ähm ja bin ein bisschen angeschlagen aber am günsten ist gut bei dir Bjarne ja alles gut ja muss ja man muss ja noch ein Fenster aufmachen das ist so warm hier drin bist du ja am schürzen ja ein bisschen grad man das ist halt auch das Ding ich weiß es nicht ich baue halt übelst gerne Rechner die hübsch aussehen und mit Glasfenster und so dann steht er ja auf meiner Höhe aber da kommt eine Abwärme von ich bin grad ein bisschen am am schwitzen boah man aber fix Fenster auf ja musst du aufstehen ne Problem aber ja mach ich gleich wenn ich in meinem Hitler angekommen bin ja genau ich muss mir dann auch gleich noch eine Flasche Wasser holen ich hab so'n Durst Gusto hab ich schon ausgedorsten Gusto hab ich schon ausgetrunken Wasser ab hier kennst zu weit aus dem Fenster leben ne aber ich glaube ne das schaffen wir nicht ne doch nicht ne alles gut bis klar Map steht im Titel im Titel fast die Vorfahrt genommen Steinungs da hat mir volle Brude die Vorfahrt genommen nicht nur fast boah hier sieht's auch aus ey überall stehen hier die Paletten rum am Händler aber das sind ja eure Paletten ja leider ist das richtig alter die Scheibe schafft ne boah ja das ist krass ähm wie war das jetzt was hab ich hier alt N zum aufmachen wie gehen denn die Klappen jetzt auf hier wie hab ich denn das ach man ey ich vergesse es immer wieder N ist es nicht Steuerung N nee aus Alt N nee Y nee Steuerung rechts N nee geht nicht auf na klar geht die Klappe auf ich weiß noch nicht mal welche Taste ich dafür belegt hab ich glaube bei der muss das komplett aufklappen nee oh nee N nee Y nee Alt Y nee Alt Groß Y nee Alt Y nee ich krieg die Krise ist das in der Tastenbelegung irgendwo hinterlegt Abdeckung öffnen vielleicht muss ja ne muss ja muss die echt aufklappen dafür denke ich guck mal wie lang die jetzt klappt ohne dass ich halt umdrehungen gebe wie langsam das find schon geil ok 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 dann probier's noch mal Alt N nein Steuerung N nein Alt Y ist Spurenanreißer Alt Groß N nein Alt Groß Y nein G nicht N nicht Y ich krieg Krise Valla Krise es ist Zeit für ein Flachwitz was trinken Führungskräfte Leitungswasser lass mir in Ruhe euren Flachwitzen ey Abdeckung Steuerung Alt N hab ich es aber ganz genau genommen so so kleines Video hier noch starten ne mhm schön einen wunderschönen guten Tag YouTube wir werden heute Zwischenfrucht drinnen Zwischenfrucht ist angedacht Grünrocken und da ich nicht möchte dass die Bremse hier fest geht beim New Holland hab ich mich dazu entschieden heute mit dem T7 mal los zu dengeln das werden wir jetzt machen dafür haben wir hier die Säcke Saatgut muss ich mich auch noch kaufen ja und dann verladen wir das jetzt erst mal achso ich hab vergessen mir Wasser zu holen ne geil mach ich gleich erst verladen wir mal schnell haben wir hier das Händlerfahrzeug der ist jetzt natürlich auch noch kalt müssen wir langsam fahren hat der eigentlich Arbeitskameras oh ja oh yeah nur die eine ah interessant ja ohne dran oh 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 hoppala abgesoffen wie hab ich denn das geschafft ist ja kalt hast du Tronikok gemacht ja ist ja ja und mag er nicht nee zwei Sack schaffe ich leider nicht ein bisschen mehr RPM ah gebe ich ihm mal wow 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 so ich glaube wir haben hier die konfiguriert alle Kinder rennen aus dem rennenden Kino wir können uns doch nicht machen im Klappstuhl wie ist dein Motto Hardcasts fahren herum und er gibt Kanone ne jetzt weiß ich natürlich nicht ob das die Saatkammer Mann ey Server ist heute noch ein bisschen zickig ist hier starker Bauer an nö möchte ich das wissen ah ja das passt Saatkammer ist hinten äh äh nein sechs Kühe tatsächlich nicht also bitte wenn du diese Umfrage noch machst ne ja dadurch dass hier gescheit ist siehst du ja wo vorher Fahrgassen waren ja das ist ja aber eh Zwischenfrucht permanent Fahrgasse aber ich frage dann die Leute nochmal mir ist doch das egal wenn die Leute trotzdem wollen ja ja klar ich mach auch mit ich geh wieder all in ich geh immer all in na alter eine Arbeitskollegin von mir hat ein Lotto gewonnen ja fünf Fricht ja und ich weiß nicht wie viele aber ich glaube ich glaube sogar zwei Superzahlen das ist aber aber also in Anführungszeichen nur 7000 Euro ja gut ne wenn du überlegst bei anderen Spielen bist du ja schon Millionär ja nun ne aber das ist eben ne so ist er mit dem Glück so ist es ne mit dem Glückspiel so wir haben da jetzt reingegeben 2000 Liter das reicht auf jeden Fall mehr als aus wir starten den Onkel Otto hier mal hier rufen wir uns das rauf Wasserflasche stimmt Wasser muss ich ja noch holen Moin wir holen uns das rauf gut okay dann geh ich mal ganz schnell ein Wässerchen holen ähm Moin gleich wieder da tschüss tschüss also Freunde ich würde drauf tippen dass er das schafft ohne Fehler das Feld ist super easy und er kann genau sehen wo die Fahrgassen laufen aber ich müsste selber entscheiden ich tippe auf jeden Fall gegen ihn all in wie immer nee der hört uns nicht der hat Angst dass es nicht funktioniert wenn er sich nicht und wehnen hören können wer der durch den Gang rennt würde ich aber tatsächlich auch Geld für bezahlen um das mal zu sehen. Also grundlegend renne ich ja schon mal nicht. Alter, geil. Zwischenfrucht mit Fahrgasse, wir haben uns nochmal eine Schule. Ach ja, Zwischfrucht kommt hier rein, ne? Da hab ich nichts gesagt. Ja. Ja, aber was sollst du denn da für Fehler machen, Alter? Ja. Oder? Deshalb weiß ich aber, ob wir überhaupt eine Umfrage machen, weil... Ja, ne? Gut, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Machen wir beim nächsten Mal lieber. So, die Displays sind eingerichtet. Ich muss mir nochmal den Weg angucken. Ähm... Wir fahren hier runter. Dann scharf links. Scharf rechts. Das gehe ich wohl hin. Irgendeine Umfrage musst du machen. Ich will auch Punkte verdienen. Nö. Oder verdienen. Siehst du, die Leute schreien alle in der Umfrage. Oh, selbst die Klappung bei der Roche ist so gut. Das ist herrlich, ne? Schöne Modelle. Auch die Ecke von denen hier ist supergeil. Ja. Warum verzögert der Kollege schon wieder? Habe ich hier schon wieder... Ja, ich hab schon wieder ein Dings an... Ach nee, Freunde, was war denn das nochmal? Ähm... Das hier dieses, ähm... Ah... Das ist ja wieder so stark verzögert. Hier, Pedal. TMS-Pedal hier. Was war denn das nochmal? Das war da wieder irgendeine Tastenkombination? War das nicht einfach nur alt groß? Ja, was war denn das noch? Ah, das habe ich... Jeden Chat habe ich das. Äh, jeden Stream. Hat das noch mal drin, ey? Versteh nicht. Ich vergesse es immer wieder. Ein Rennseer weiß das eigentlich immer. Und sagt es mir auch immer. Was war denn das nur? Alt V? Ach, STRG Alt, ja. Danke. Nee, he, he. So, Landwirtschaft spielsüchtig, ja? Umfrage, 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 umfrage. Spielsüchtig. Okay. Nee, nee, nee. Nee, nee. Bjarne, das hat er beschafft. Ja, ich bin, ich bin ein Arbeiter. Ja. Ja. Irgendwas mit Autos, LKWs und Flugzeug und... Ja, ja. Irgendwas. Groß Feuerwehr und... Nee. Ein bisschen was von allem. Ja, genau. Muss ich hier schon rum? Chat muss ich hier schon rum? Muss hier schon rum? Ja, natürlich. Entschuldigung. Wie stellt man es ein, dass man Schalltraktoren abwirkt? Ja, es ist so ein Vanilla-Sprub. Ja, das ist absolut Vanilla. Vanilla. Ja, der ist Pix20, grüßt dir. Wo bist du denn gerade? Auf irgendeinem Feldweg. Boah, Digga, ich hätte wenden müssen, Alter. Da hätten wir eine Umfrage draus machen können. Und was? Ich habe jetzt gleich nur noch Vorgewände. Hm. Das wäre ich nicht gedacht. Ich müsste vielleicht mal noch... Sag mal wieder was. Was? Was denn? Nee, ich muss in der YouTuber... Nee, es ist ein Mann, nein. Ich muss in der YouTuber-Aufnahme noch anmachen, dass man dich auch hört. Oh, so. Äh, Thunderbolt, danke dir. Thunderbolt sagt, er hat alle Folgen von uns gesehen. Alter. Dankeschön. Jetzt ab, wenn ich klappse. Oh, 130 Folgen? Kannst ja nur bescheuert werden. Nee, 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 nee. Oh, doch, doch. Hm, hm. Tschalala. Kann es sein, dass ein Alert und Text-Speech einen Hall haben? Möglich ist es. Weiß ich nicht. Naja, vielleicht, ähm, ist es bei dem MB-Truck auch so. Also, ich habe ihn schon mehrfach abgewirkt bekommen. Mehr-fach. Fahre ich überhaupt noch richtig? Weiß ich nicht. Mit leerer Sattmaschine zum Feld? Sag nicht, ich sage nur, nein. Alter, das ist ja so krass. Natürlich nicht. Tschalalalalalala. Jesus, wie schlecht meine Qualität ist. Jetzt hol dir doch aber auch mal richtiges Internet. Das kann ich nicht mehr ertragen. Hör mal weiterfahren. Irgendwo kommst du schon hin. Nee, das Feld müsste gleich auf der rechten Seite kommen. Wo liegen denn da Ballen? Aber nicht viele, oder? Aber da bin ich doch gerade. Ich sehe keine Ballen. Boden, na. 147. Bin ich da gerade? Ich bin da gerade, oder? Ganz unten. Da habe ich auf jeden Fall welche gesehen, ja. Okay. Drillmaschine, Horch-TLC. Grünrocken drille ich jetzt hier gleich drauf. Ich muss die Maschine gleich noch einstellen. Vorgewendemanagement einstellen. Wie ist das? So, da haben wir nochmal unseren Acker. Allrad-Diff-Sperren-Automatik. Wo zeigt das der Kollege hier eigentlich an? Warte, nochmal auswählen. Ich glaube, im Tacho. Nee, für die Allrad-Diff-Sperren-Automatik zeigt er gar nichts an. Achso. Ah, hat er bestimmt aber drin. Boah, bestimmt. Ohne Fahrgassen. Ja, ja, ist nur eine Zwischenfrucht. Hier wird dann, ähm... Boah, die werden wir dann sicherlich mulchen. Scheiben, keine Ahnung, einarbeiten dann. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Lange Seite war die da hinten. Steuerung als C war das, glaube ich, Florian. Ja? Welche Fläche hetzen gern als nächstes? Das ist dann egal. Okay, gut. Ach, nee, das ist nicht egal. Sorry. Ähm, warte, warte, warte. Ähm... ...und 111 haben wir noch. 178... ...178... ...111 und die 9... ...ist die 9 unsere Fläche? Oh. ... polskジャ Kenya. So. 78, 111... ...178, 111... ...und 9. Ich sehe auch hier. Nee. So. Schön. Fertig. Nee, Zwischenfrucht-Tracks immer nicht. Ja, die hat ja... Das wären ganz schlechte Erträge, weil... Das... Nee. Ich denke nicht, dass wir die Hexen... Okay. Dann stellen wir die mal eben noch schnell ein. Haben wir hier irgendwo stehen? Was da drin ist? Nee. Och. Haben wir. Und umstellen können wir das mit... Z. Grünrocken wollen wir haben. Tempomatstufe. Werden wir die 1 nehmen. Und dann gehen wir erstmal auf geschmeidige 8. 그림. Gut. Passt. 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 so desweiteren brauche ich den proceed hat wir fahren manuell ja gut das passt unter frustrierung ist aktiv war sowieso nichts drin und dreht meine karre eigentlich im stand 1600 touren wahrscheinlich ist handgas hochgezogen es gibt leider keine ne wofür eine abstimmung leute ich muss keine fahrgassen machen die fruchtart kann nicht im juni angepflanzt werden moment was grün rocken saatzeitpunkt september ja gut ist ja nicht so schlimm nimmst du als nächstes die neuen weil die neuen kriegt ölsaat katastrophe ein glück haben wir ein und dasselbe sagt gut für alles die neuen ist natürlich extrem am arsch der heide die neuen ist doch warte mal die neuen das war doch auch so eine richtige sinnlose fläche um rechts war ich die krise alle das medizin verkauft die scheiße kann ich nicht wie macht thomas alles alles wie ärger wo für eine abstimmung kann ja nichts schief gehen ja mann lasst mich in ruhe ist das neue astro sehr bequem auf jeden der also wirklich jetzt das ist mega weich mega bequem leicht im verhältnis auch die neuen was die neuen das da steht meist drauf das funktioniert so nicht gut da kann ich mir das video sparen da mache ich einfach ein bisschen mit bodenbearbeitung beziehungsweise wir könnten den raps spritzen fahren also ich weil die gersten flächen kann ich sind noch nicht ready 278 ja es gibt eine realistik sie doch nicht was welche fährst du 25 von 178 wieso stehen auf der fläche wo sind wir hier was ist das hier wo bin ich 197 steht in akkusen und liegen strohballen das ist gut was ist das wer war hier was ist das für ein scheiß frage mal unsere freunde oh dicker ich mache jetzt erstmal die aufnahme aus man was ist das hier so läuft es ja nicht ähm das video kann ich löschen ist ja jetzt erstmal nicht schlimm aber was kann ich löschen was ist denn los bei ich frage naja das ist also wirklich ich weiß auch nicht ich weiß nicht wer zuletzt den akkusen benutzt hat ich weiß nicht warum hier noch ballen liegen es ist also aktuell ist es etwas chaotisch gut ich habe echt keinen bock ballen zu sammeln wirklich nicht ich auch nicht digga ich habe so viel gesammelt jetzt lu münsterland akkusen ne gut schon nochmal gesagt ja die gehört uns ja gut gut ähm dann auf der 111 steht auch noch ein lexion rum den kannst du wegfahren ja das ist nicht meiner fahr ich auf keinen fall weg aber ich fände es gut wenn er von unserer fläche verschwindet na so ne äh ich geh jetzt auch in den bodenbearbeiter alle mal im arsch lecken hier kein bock mach zack so so drehen machen wir heute nicht freunde das war die bodenbearbeitung chanux kannst du den titel bitte anpassen in stoppesturz ich habe ja glaube ich ähm was habe ich denn eingetragen ich glaube ich hatte zwischen frucht und co eingetragen mach bitte ähm stoppesturz und co draus wir sind noch nicht im drillzeitraum steinfinner jetzt habe ich nicht überprüft im vorfeld unbearbeitung mit 75 30 hm ne oh ne habe ich mir auf die brille gefasst oh ich habe mir auf die brille gefasst fettflecke ja ja bohnenbearbeitung ist auch cool freunde bohnenbearbeitung ist auch cool so 178 Digga fahr erstmal den lexion da weg hey da steht im weg da muss bohnenbearbeitung gemacht werden ja mit dem fahrspuren proceed der heißt proceed so was haben wir denn hier geschwindigkeitsspeicher 2 20 kmh das können wir mal auf 25 anfassen 26 und tempomatik dann rein hier ankertbeschreibung fix ab anfang sagte man wäre gut in der zeit und wie er diese zeit vertrödelt hat ja also das ist korrekt mach mal eine leichte abstimmung mann ey diese spielsüchtigen hier was denn für eine abstimmung schon wieder ob ich es hinkriege zu scheiben oder was nix nix jetzt mal in der saat machen wir das wieder und dadurch dass ich bis jetzt immer verkackt habe was ich natürlich doppelt und dreifach auf ehrlich herrlich 14 ist auch richtig schön auf der fällt mir auf ja finde ich echt schick Agrable, du bist asynchron Nein, bin ich nicht Jonah, einfach F5 drücken Ich habe keine ausgelassenen Frames Ich habe keine Übertragungsführung Ich bin definitiv nicht asynchron Das ist jetzt schon ein bisschen schade Ich habe mich schon ein bisschen gefreut auf Drillen Aber gut Steckst nicht drin Was der Thomas gedacht hat Nein, Thomas hat ja alles richtig gemacht Ich habe noch nicht darauf geachtet, wann das Saatzeitfenster ist Achso, na gut Nur die andere Fläche da unten Wo er ösert, wo sie das haut nicht hin Ich spiele mit Reha Ja Wir haben eine angepasste Version, die es leider nicht zum Download gibt Das ist ein bisschen schade Was wir nicht verwendet haben und auch aktuell nicht verwenden Ist Reha Implements Reha Implements, das verwenden wir nicht Das ist irgendwie Zu viel des Guten Center of Gravity auch weg Center of Gravity auch weg Genau Ein bisschen zu hart So, dann stellen wir den hier mal beiseite Der kommt ja aber dann demnächst zum Einsatz Implements ist so Ja, wenn du Dinge anhebst, dass das wesentlich schwerer ist und mehr Bewegung drin sein soll Was von der Grundidee auch sehr schön ist Aber leider in der Umsetzung zu aggressiv Stoppenschutz mit dem 728 Ähm, ne, wir können die Die 728er Ich glaube, das hier Ist noch ein gemieteter Oder ein Vorführer Der kann dann auch mittlerweile hinweg Die waren wirklich nur Als Transportschlepper mal In der Vorführung Wir arbeiten mit unseren Maschinen Nein, nicht mit dem 728er Obwohl vielleicht eine Runde Mal auf wieder Was ist das hier für ein Gewicht? Was ist denn das für ein 1800 Kilo? Na komm, gut Ehe eine Runde mit dem 728er Weil ihr es seid Warum komme ich da nicht rein? Habe ich noch einen Flugmodus an? Ja Das ist der falsche Schlepper In den möchte ich nicht rein Ich möchte in den hier Ach du Scheiße Äh, wo ist deine Trigger? Boah, das will ich auch nicht Scheune, Grüße Das ist eigentlich noch Mods Für Mod-Testings Ja, guck mal Wir haben heute Schwader gemacht Das kürzeste Letztest, was ich hier hatte Drei Minuten Aber hat gereicht So, was willst du mehr sagen? Oh, pass Ja, da gibt es schon noch ein paar Sachen Also, doch definitiv Scheiße, ihr tanken Naja, also Wir haben Bei der neuen BGA Eine AdBlue-Säule Aber ist halt natürlich Ne Warum wir auch immer dort Ende haben Weil die hat gar keine anderen Fahrzeuge Außer den Radlader So, ist das Fahrzeug warm? Das Fahrzeug ist warm Gibt es so eine Placeable App-Hotage-Schule oder was? Ne, ich denke mal Adrian hat die per GE-Ränge sitzt Blut-Tankstelle Haben wir Äh, Vanilla oder was? Ne, AdBlue geht Wort Ah ja Das gefällt mir Das ist wirklich gut Dann kriegen wir davon noch eine Oh, warte Mich nimmt man eigentlich am besten mit Robot, Hydro, Pale, 1, GT Einen auf Digga, was? Was? Ist das der Ballenauflöser Den wir hier auch haben? Digga Achso, äh Das ist das Der ist das aber nicht, oder? Ähm Uh, aber Dankeschön für deinen dritten Monat Vielen Dank Ja, gar nicht Da musst du Rein Laden Wenn du den hier meinst Den meinst du sicherlich nicht Du meinst bestimmt Den anderen Aber ja Also wir beladen den Mit dem Tele-Lader So So Schön Sechs Meter Knorre hier Herrlich Geh mal Düsen Sehr gut Oh, wir sind damit Die Äh Ich weiß Nein Ja, ich weiß , ich weiß Ich weiß Das ist das Aber Ich weiß wie ich bin nicht Ohohoho, ohioi, da ist Gewicht drauf, Jungs. Da ist Gewicht drauf. Oha. Äh, Missy, Dankeschön für deinen 14. Monat. Vielen Dank. Oha, oha, oha. Fahrgassenabstände. Äh, wir arbeiten 28 Meter. Joa, Graufe Elster, Dankeschön für deinen Gibt-It-Sub an Biertekenkowalski, Alter. Äh, Biertekenkowski, sorry. Dankeschön, Mann. Sehr edel von dir. Sehr edel. So. Cool. Jetzt können wir dann eigentlich hier unten in Universal, brauchen wir nicht. Bestandsanzeigen brauchen wir nicht. Nicht alles nicht. Können wir unten bleiben. Würde gerne ein Real-Damage-System auf dem Spiel schon spielen. Habt die Modderbauer schon mehr, ist das heruntergeladen und er wird nicht ins Spiel eingefügt. Ähm, Harmzy, Dankeschön für deine 25 Bits. Erstmal säubern den Eimer. Ja, das ist keine schlechte Idee. Und dann fahren wir auf die 111 runter. Nutzt sich schon die Power-Spritz-Auskursiv-Farming. Joa. Das machen wir aber Donnerstag dann wahrscheinlich. Achso, dann muss ich Bjarne mal noch was fragen. Ob wir da prioritechnisch noch was hinkriegen. Das wäre natürlich endgeil. So. Tür zu, Tür zu. Ja, äh, immer noch das Prefab-Terminal der Dudes in 500er. Kriegen wir das hin? Ne, da nicht, aber dann, also demnächst bräuchten wir das. Für die Pflege und so weiter. Bei mir wedelt das Gestänge wie ein Kolibri bei der Arbeit. Gibt es eine bekannte Komplikation mit irgendwelchen Mods? Welches Gestänge? Nur wenn wir es schaffen, sonst lassen wir es halt weg. Weißt du, Bjarne? Jetzt nicht weltbewegend, aber wäre ganz nice. Zumindest nur das mit der Spritze, das reicht ja auch schon mal. Da haben wir hier eigentlich die Allrad- und Windspann-Automatik drin. Machen wir mal rein. Von der Paus für die Spitze. Nö, nö, eigentlich läuft die gut. Hast du Area Implements oder sowas drin? Area Center of Gravity. Nymato, wir nutzen Easy Development Controls. Ich überlege morgen Daytime Stream. Ich habe die Zeit dafür. Daytime Stream angespielt. Elevac. Was sagt ihr dazu? Keine Ahnung. 10 bis oder 11. Nee, Morgen habe ich noch Rückenknacksen. 11 bis 15.30 Uhr oder sowas. Also halt nicht abends, sondern Daytime. Hab Bock drauf. Keinste nicht jeder, ist klar so, ne? Aber wollte ich schon mal gesagt haben. dass ich das für morgen mir in den Kopf gesetzt habe. Center of Gravity, ja. Wer hat es mal ohne versuchen. Mach das mal. Es könnte schon daran liegen. Was haben wir hier eigentlich nicht im Haupt-Display noch drin? Moin. Moin. Die gleichen, okay. Äh, ja. Angespielt. Ja. Genau. Wo, 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 wo. So, hier sind wir auf der Fläche 111, da steht's. Navigation 111. Dankeschön, was ich verlohre. Da gucke ich mal eben schnell in der Arbeitsliste, was mit der 111 dann wird. Sekund-Chat. Guten Abend. Hab auch die Seitenkonsole L. Ah, hat aber bei jedem Neustoffen S. Sonst müsste ich die halben Tasten neu überlegen. Oder sind vertauscht. Ähm, Manschki, wenn du das an einem Hub hast oder so, zieh einfach das USB mal ab und mach's wieder dran. Wo hatten wir denn den scheiß Plan jetzt schon wieder? Wie richtig Krise ist es? Also im nächsten Projekt machen wir das vernünftig. Mit der Dokumentation. Das ist hier, das ist eine einzige, das ist eine einzige Katastrophe. Ach, hier ist es doch. So, 111. Erste Grünrocken Mais. Dann wird ja hier eh tief eingearbeitet. Dann, alles klar. Ah, ein Problem mit der Silofolie. Ich bekomme sie nicht mehr weiter. Auf. Man muss den Savegame gehen und auf geschlossen stellen und dann wieder öffnen. Da gibt's, glaube ich, auch Videos dazu, die das erklären. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gut erklären kann. So, dann gehen wir hier schon mal auf Geschwindigkeit halten. Hier vorn drin steht ja sogar die Tempo-Marchstufe 1. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Die 1, die 2 auf 40. Die 2 nehmen wir mal auf, ne Ahnung, 25. Werden wir sowieso nicht schaffen. Dann, ruhig, ruhig, schlepper, ruhig. GPS an. Schön, 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 schön. Dann stellen wir mal eben GPS ein. AB-Linie. AP-Linie drin. Nö. Jetzt. Triebsatzdruck. Warum ist das schon wieder auf klassisch? Warum ist das schon wieder auf? Ich... Ach, Gott. So, aufwärmen. Gut, dann können wir aber... Ist der noch im GPS drin? Nein. Machen wir das Ganze nochmal. Was unterscheidet sich bei den Getrieben? Äh, CVT Modern hat keine... Keine Fahrbereiche mehr. Bei Allrad und Diffspannautomatik ist aber noch drin. Nein. Okay, ausheben haben wir mal drin. Ja, obwohl, hey, die Mommodanpassung 1 ist okay. Und die 1 läuft auf 10. Ja. So, was machen wir, wir haben 6 Meter. Schreibe von Knoche bergab, 18 km haben, aber bei nur 55 bis 60 Liter pro Stunde. Das ist natürlich, ja, mal gucken, was er bergauf macht. Ich drill gerade gar nicht, Leandro, ich bin im Stoffelsturz. Das erinnert sich vorhin erledigt. Aber hier, geschmeidige 1.150 Umdrehungen. Das ist halt krass. So, vorgewende Modus. Das könnten wir eigentlich auch gleich mal eine Automatik stellen. Mal gucken, ob wir die einstellen. Lass die mal einstellen. Vorgewende Automatik an, Auslöser hinten, vorgewende Breite, machen wir mal 18 Meter. Ein automatischer Verhältnis an, dann müsst ihr das automatisch machen. Ist natürlich ein Problem, weil wir schräg reinkommen. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Aktiv haben wir es jetzt. Wir haben eine Knoche hinten dran. Müsste aus dem Modup sein. Knoche, 6 Meter. Bergauf, im Übrigen auch, 18 km, 60 Liter. Also, das ist halt schon sehr effizient. Alter, verbraucht gar nix. Knapp 1200 Umdrehungen. 6 Meter, ne? 6 Meter, ja. Hangar. Aber guck, ich hab 12,50 Meter. Wegauf von 18 km, 92 Liter. Okay, das war zu... Wie, was, was? Wie viel? 18 km, 12,50 Arbeitsbreite, 92 Liter. Das ist auch sehr sportlich, Alter. Ich hab die vorgewende Breite nicht übernommen. 18. Ich hab vergessen, mit Enter zu bestehen. Hängt auch voll in der Last, ne? Also, voll. Mir geht nicht. Naja. Hier ist das schon ein bisschen im Konzen. Und geht er automatisch rein, jawoll. Jawoll. Ich brauch gar nix machen. Das passt. Und vorgewende müsste es auch passen. Ja. Ja, das ist halt... Also, die mehr PS bei dir merkst du halt, aber... halt auch fast auch wieder verbrauchen, ne? Ja, nicht ganz, aber... für ein ganzes Stück mehr. Ich hatte den realistischen Verbrauch eingetragen. Also, wirklich, ne? Ja. Realistisch, realistisch. Und da hat tatsächlich Testigen gesagt, du, pass auf. Wir haben letztendlich zehn Stunden damit gespielt. Spieltechnisch... Na, schwierig. Also, du musst es nicht hören, ne? Da sind es tagsinnäher, Alter. Ich hab nicht weh. Manchmal rund 65 Liter Verbrauch. Naja. Ja. Und du kommst ja nicht immer an die Grenze. Nee. Weiß nicht. Guter Kompos, muss ich sagen. Aber was ich auf jeden Fall jetzt noch mal runter gesetzt ist, wie schnell er dreckig wird. Das muss ich auch mal wegmachen, weil das ist too much. Also, Chat, ich mach grad nix anderes außer wenden. Alles andere macht das Fahrzeug komplett automatisch. Ne, wenn die Vorgewende automatisch drin. Komm. Ich mach gar nix. Rein gar nix. Jetzt nur da ein Lenk. Habt ihr die Werte von den Stoppeln angepasst? Ne. Also... Ah, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das... Ich weiß nicht, ob Adrian da mal noch dran war. Adrian hat so viel an der Karte gemacht. Ich... Das kann ich nicht sagen. Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Weiß ich nicht. Ja, GPS wird mit eingeschalten. Wir arbeiten mit dem Headland Management aktuell. Und haben dort auch die Vorgewende Automatik aktiv. Das ist einfach nur Treckerfahren für Faule. Mehr nicht. Langweilig. Alles klar, Kantaro. Ja, ist halt nun mal so. Also, wenn du, keine Ahnung, im Lohner sonst wie was machst, glaube ich, das ist manchmal ganz angenehm. Muss ja trotzdem noch ein bisschen überwachen und tun und machen, ne? So ist ja nicht. Das auf dem Fall, ja. Aber ja, klar. Man könnte im Kontrast mal irgendwann eine andere Fläche halt mit einem Schalter machen, mit einem alten. Wo außer Lenkssystem gar nix drauf ist. Klar, man muss da mehr machen. Aber ich find's halt cool, wie das alles so funktioniert. Klar, passiert nicht mehr viel, das ist richtig. Na ja, es ist schon ein superschneller und supereffizienter Schlepper hier, ne? Ja, das ist schon geil. 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 Muss man wohl sagen. Das heißt, dass wenn ihr die Kupplung rettet, dass es nicht funktioniert und ihr einmal auf manuell und wieder auf Kupplung plus Schalte stellen müsst. Was? Was? Ähm, Kupplung? Ne, haben wir nicht. Ist geil. Einen Abend. Gewicht unten. Oh, ist runtergegangen. Na ja, ne, ich muss den ja nochmal zurücksetzen wegen Getriebe hier. Und scheinbar der Hydraulik. Ähm, wer muss das Gewicht neu andoxeln? Nein, nein. Hab ich nicht drauf geachtet. Ja, ja, ja. Das Gewicht bügelt vor, das muss so. Muss man gleich auf der Rücktour nochmal ein Bild machen. Weiß ich nicht finden, warum sind Sachen so bei dir? Ich kann das von hier aus leider wirklich nicht beantworten. Kennst du WarCrop? Ja, kenn ich. Jetzt aber, glaub ich, aus performance-technischen Gründen haben wir uns dagegen entschieden, ja. Oh, ich glaub, vierfach ging da auch nicht, ne? Doch, doch. Ach so? Das geht wohl schon. Krass. Aber, ja, Performance-Geschichte, ne? So, gerade ein Deddy noch dazu. Oh, meh. Tino sagte, das Raster muss einfach feiner werden. Ja. Und da ist die Hoffnung im nächsten LS natürlich dann da. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier ist das mit der vorgewendeten Automatik so eine Sache. Wenn wir halt schräg hier anfahren, er müsste trotzdem links von uns den Abstand messen. Wie gesagt, ich mach jetzt nix. Ja, und hier geht er schon wieder automatisch runter. Oder ist das Problem? Äh, dass die vorgewendete Automatik, wenn wir so spitz zulaufen, nicht so gut funktioniert. Ich hab eine Frage, was ist besser für die Performance? Festgebaute Objekte und Deko oder nicht? Also alles, was du auf der Karte platzierst, du kriegst Performance. Was halt richtig gut funktioniert, ist so in der Halle wie von der Strohbergung. Ballenlager und so ein Kram, ne? Gibt's auch von der Strohbergung. Gibt's in der Halle als Palettenlager, da könnt ihr auch Ballen einlagern. Tausend Stück. Und wenn die dort eingelagert werden, werden die nicht mehr mitgerendert. Das spart Performance. So, hier fahren wir relativ, zack. Relativ gerade runter, da haue das wunderbar hin. Aber spitz zulaufend ist für das vorgewendete Management etwas kompliziert. Das macht er auch sehr schön in der vorgewendeten Automatik. Er geht erstmal, er bleibt mit dem Tempo noch unten, senkt schon mal die Geräte ab, damit die nicht mit voller Geschwindigkeit den Boden reindonsen. Pferd ein paar Meter rein und dann gibt er Gas. Also, macht ihn schön programmiert. Gefällt mir. Headland Management heißt das. Ist immer wieder geil, weil zwischen den Drill-Sessions ist immer so viel Zeit bei uns im Spiel, dass man dann immer wieder die Vorzüge dieser Systeme vergisst. Ja, das stimmt. Auch Konturen am Fahren, ne? Ja. Das ist so geil. Ja, Yannick, ich persönlich schon mal gar nicht. Ich bin kein Modder. Ich baue das alles gar nicht ein. Die Ballenlager, das haben wir uns selber umgeprimelt. Das gibt's so nicht. Das einzige, was wir jetzt machen könnten, ist so hier zu wenden, weil dann müsste das möglicherweise hinhauen. Ne, hier geht er auch schon, oder? Doch. Wenn wir so wenden. Ah, da geht er auch zu früh eigentlich rein, aber komm. Was soll's? Ich muss natürlich auch so probieren können. Das ist das so, die Meterzahlen zum Vorgewende wieder runterstellst, ne? Das er näher dann fährt. Naja, das ist ja zu nah. Ne, das ist ja zu nah. Ich müsste eigentlich weiter wegstellen. Aber das Problem ist, dass ich unten halt gerade auflaufe und nur oben schräg, weißt du? Ja, ne, das stimmt auch nicht. Das funktioniert dann nicht. Ja, theoretisch müsste ich die Vorgewende automatisch einfach rausnehmen, werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Ähm, weil ich sie so nicht nutzen kann. Muss halt selber aufs Knöpfchen drücken. Ne, ich habe hier auf dem Joystick, ihr seht das hier, die grünen Button, links ist Fade-Modus, rechts ist Vorgewendemodus. Und dann kann ich umschalten. Ne, mach also jetzt hier einen Druck auf die Vorgewende. Ne, wenn es GPS schon die Grenze erkennt, dann drücke ich das Knöpfchen, drehe um. Denk hier schon mal rein und drücke jetzt schon wieder auf den Fade-Modus. Da geht hier alles schon mal runter und zack, weiter geht's. Bin ich sogar ein bisschen schneller als der Automatiker. Das wäre doch nicht so Bock, warum? Euer Surfer oder was? Labprank? Hier läuft eigentlich. Hier läuft gut. Ping ist super, FPS ist super. Oh, FPS. Es ist auch diese neue FPS-Anzeige gezeigt. Im Übrigen, ich weiß nicht, was sie anzeigt. Ich habe echt keine Ahnung, was sie anzeigt, aber ja. Bisschen am Ruckeln bei euch? Nö, vielleicht ist es das Streamen oder was. Also hier ruckelt eigentlich nix, ne? Ich bin da nochmal ein. Klar, wenn da mal 160 oder so geht. Also gerade, der stockt immer mal kurz, ja. Aber das ist schwer, ich bin nicht so gewohnt. Wieso? War die vorgewende Automatik jetzt schon wieder an? Ist es doch gar nicht, hä? Ah, der Fade-Modus war noch an. Gut. Machen wir natürlich aus. Ja, wendig ist die Kiste auch. Das kommt auch noch hinzu. Ja, das stimmt. Also keine Ahnung, wie viel FPS das jetzt nur tatsächlich sind. Ob das die 60 sind oder irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht, aber Performance ist gut. Keine Ahnung. Ich kann jetzt natürlich auch immer einmal eine aussetzen, aber so wendig wieder ist, komme ich halt ja auch wunderbar rum, ne? Ich habe zwei FPS-Anzeigen, weil ich AMD Fidelity nutze. Und im aktuellsten Patch. Da ist das so. Frag mich nicht, was die Anzeigen und warum die so sind. Aber, ja, da sind sie. Ich könnte auch über hier Dings, ähm, mir die FPS anzeigen lassen. Das könnte ich eigentlich mal Testes halber machen. Wollen wir mal kurz stoppen hier. Ähm. Was ist denn das hier? GeForce Experience. Ähm. Wo war denn das hier? Einstellung. Hat Overlay. Leistung. FPS. Also, das kann halt nicht stimmen. Also, ich habe halt im... Achso, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ja, geil, Alter. Ähm. Der zeigt mir 133 FPS an. Ich habe im Leben hier aktuell keine 133 FPS. Also, ich habe keine Ahnung, was da dieses Fidelity und hast du nicht gesehen, äh, überall anzeigt. Aber, ähm, richtig ist das nicht. Was ich hier mal noch machen könnte. Was war das? STRG R. Da war das ALT R. Das war doch mal... Ich kann dich auch nicht mehr öffnen. Dieses Menü. Ach, ja, scheiß drauf. Mein ALT R. Naja, aber es geht bei mir auch grad nicht. Okay. Ja, ja, gut. Scheiß drauf. Aber ich mach jetzt mal Geschwindigkeit halten, weil da kann ich besser regulieren. Ey, der ist doch auch irgendwas mit 133 angezeigt. Ja, sorry, wir sind auf dem DD-Server. Ich weiß, dass er das anzeigt, aber im Leben, im Leben ist das nicht die realen FPS. Das kann nicht sein. Boah, das Ding ist halt, ähm... Stasano, Alter, danke für deinen dritten Monat. Das Ding ist halt, dass du mit dem FidelityFX und dem Fidelity Super Resolution hast du nicht gesehen. Aber genau, der rechte Wert ist, was vom Spiel her kommt, der linke, was tatsächlich davon gerendert wird. Und irgendwas dazwischen ist dann das, was da wirklich, ich weiß es nicht ist. Ist... Keine Ahnung. Kompliziert. Ganz grummige Sachen. AMD Fidelity genauso wie DLSS optimiert die Performance bei einem besseren Look. Also, es ist definitiv mit DLSS und AMD Fidelity wesentlich schärfer und wesentlich kräftiger. Aber wie kann das sein, dass meine FPS 60 sind während das Spiel 130 liefert? Also, ich verstehe die Technik dahinter nicht. Also, ich kapier's nicht. Also, ja, das ist so, aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert oder was das zu bedeuten hat. Check ich nicht, check ich nicht. Weil nur jedes zweite Bild verarbeitet wird. Oh, ah, okay. Das ist, äh, der Clou an der Performance Thematik von FSR und DLSS. Ich kenn, wie gesagt, ich kenn mich da null aus. Ja, das spart halt Performance, ja. Okay, gut, macht Sinn. Und, ähm, ich glaube, der scale dann entsprechend aufgrund irgendeiner Berechnungsgrundlage hoch. Naja, auf jeden Fall sieht das Spiel... ...schöner aus und läuft genauso gut. Oder sogar ein Stück besser, ne. Oh, okay. Ja, diese ganze Grafik-Scheiße, Alter. Ich kenn klar, Mann. Will ich mich auch gar nicht mit befassen. Ja, wenn du zufrieden bist, musst du das ja auch nicht so, ne? Ja, ich bin zufrieden. Ja, aber wenn der nächste LS halt... Also, ich, ich brauch halt auch nicht zwingend einen Shader oder so. Wenn der nächste LS schön hübsch aussieht, dann ist das nicht notwendig. Nö. Und hier auch reale Landwirtschaft. Videos aus der realen Landwirtschaft, wie gedrillt wird. Das kann man wunderbar übernehmen. Pilote, ähm, das CVT-Add-On hat im Escape-Menü, hast du ja unten ne Hilfe. Hier ist ins Escape-Menü und hast unten ne Hilfe. Und da ist auch das CVT-Add-On mit drin. Und da steht alles drin, was du wissen musst. Ansonsten kannst du auch hier noch... Ups. Hier nochmal sehr gern mein Video dazu anschauen. Da habe ich auch alles mögliche dazu gezeigt. 178. Fertig. Äh, sehr schön. Dann haben wir... 205. Ne... 9. Ne, 9 auch nicht. So eine 5 steht... Ja, ja, also ja, du kannst jetzt auf den... Du kannst es auf den anderen Flächen einfach weitermachen. Weil jetzt sind die... Ja. Schaut aber. Ist gleich. Ja, ja, mach mal. Genau, ich habe Fidelity 3 und Off-Balanced. Ich habe immer balanced. Das sieht gut aus. Da habe ich auch noch mit einem Wiederspielfilter nachschärfen. Oh. 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 Ja. Ja, das ist... War mir bei uns zum Beispiel... Also... Ich mag... Gut, mein Sohn wird 5. Brauchst das Baby von im Prinzip nicht mehr, wenn er den höchsten rufen oder er kommt dann selber mal raus. Aber ja, ich kenne das auch noch. Also... Das ist so, ne? Aber glücklicherweise ist da mein Sohn und Mann wirklich extrem pflegeleicht. Das kommt wirklich selten vor. Entweder... Hat er Durst. Oder er ist wirklich irgendwie... Schlecht oder irgendwas. Ansonsten pennt der durch. Herr-lich. Ich muss mehr trinken, ich kriege Kopfschmerz. Scheiße, ey. Ich glaube, ich werde krank, Chef. Mann. Oh, Scheiße, Anno. Das liebe ich. Das hatten wir auch auf der MVP hatten wir das öfter. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber der muss dann auch immer irgendwo hin und ist aus der scheiß Karre nicht ausgestiegen. Und dann stand sie da. Perfekt. Ja, Gordo, das sind ja auch nur 3-4 Einstellungen, die man dann schnell wieder macht. Also... Ich update halt auch nicht jeden Treiber sofort. Weil, naja, du hast halt öfter eigentlich mal das Problem jetzt... Naja, was heißt öfter eigentlich nicht. Aber jetzt war halt mal das Problem, dass sich bei jedem Spielstart zurückgesetzt hat. Ja, ich update so oft eigentlich echt nicht. Ich sag mir über Never Change Running System, wenn alles läuft, sehe ich immer keinen so richtigen Grund zu updaten. Außer beim Stream-Rechner, da mache ich das bei der Intel Arc. Und die Treiber-Updates von der Intel Arc-Grafikkarte, die sind immer übelst krank. Als Intel wirklich extrem gut, was die Performance-Boost angeht. Was soll ich immer über meine Mandeln lustig machen? Das hat nun mal der Arzt gesagt. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Chef? Was soll ich machen? So was bleibt bei euch hängen, ne? So ein Blödsinn bleibt bei euch hängen. Mir ist auch warm heute so, also irgendwas ist komisch im Körper. Irgendwas stimmt nicht. Wollen wir mal draußen, draußen sind zwei Grad, ich hab drei Fenster auf Kippen. Irgendwas ist komisch. Hey, 4090 will aktuell gehalten werden. Na gut, okay. Verstehe ich. Das verstehe ich. Aber bei Intel Arc hast du recht, weil die bei 0 so gesehen angefangen haben, sieht man die Sprünge noch. Genau. Genau. Die Sprünge ist ja wirklich krass gewesen. Also, am Anfang war es teilweise so, dass die Arc im Leerlauf 30% Last hatte. Das war schon ein bisschen Kacke, da hat die wirklich Strom gefressen. Und dann kamen Updates und die ist so in der Performance hochgegangen und im Verbrauch so runter. Wahnsinn. Ist halt bei mir einfach eine AV1-Encoder-Decoder-Karte. Encoden, decoden, encoden, decoden, mehr macht die nicht. Und dafür ist die perfekt. Wenn ich Geld, also wenn mir das Geld aus dem Hintern rausputzen würde, hätte ich dann wahrscheinlich auch eine 4080 reingepflanzt. Oder vielleicht eine 4070, das hätte auch gereicht. Aber die macht im Endeffekt auch nichts anders. Das Ding ist einfach nur, dass Twitch jetzt AV1-Streams im Test hat. Da gibt es eine extra OBS-Version für. Aber nur für die 4.000 neuen Video-Reihe. Schade. Das Geld war den guten Job. Ey, die hat 280 Euro, glaube ich, gekostet. Und die, ich rendere über die, ich mache, also das, also, ja, die ist top. Die ist top. Da eine 4070, 4080, gibt natürlich noch wesentlich mehr Leistung. Vor allem wesentlich mehr VRAM. Aber ich habe nur die kleine mit 8 GB genommen, weil ich mir dachte, für Streaming und encoden und decoden reicht das völlig aus. Du, tut es ja auch. Aber, sollte ich irgendwann mal wieder in die Richtung gehen, gucke ich mal, dass ich da vielleicht was dickeres reinschmeiße. Aber es ist jetzt einfach nicht notwendig so, ne. Die, guck mal, ich, ähm, streame. Na gut, das Stream geht über die CPU. Aber was streame ich eigentlich? Ich glaube über die, ne, über die CPU nicht. Die hat null Last. Ich streame über die Grafikkarte. Ich nehme über die Grafikkarte den Stream AV1 auf. Ich habe, ähm, Wiederholungspuffer aktiv über Vertical Plugin. Und ich habe vorhin auf dem anderen OBS auch noch aufgenommen. Und alles nur über diese Grafikkarte. Also vier Instanzen. Das ist schon heavy, Alter. Haha, ja. Ja, Andi, die haben mich dazu gezwungen. Also der Chat hat mich genötigt, 728er zu fahren. Ich wollte eigentlich gar nicht. Braucht man zum Stream eigentlich zwei PCs? Ne. Ne, brauchen wir nicht. Ich wollte das immer haben, weil die Qualität ist halt ein Stück höher. Die Hardware wird aber auch, ähm, so viel besser und besser und besser und besser. Dass, ähm, die Qualität auch mit einem Single-PC gut geht. Es sind, es sind so Kleinigkeiten, ähm, die Kameras bedeuten schärfer und all so ein Kram, weil die Deliziertheit gerendert wird. Die ist nicht mit drin so im, im, im Bild im Endeffekt. Du entlastest natürlich den Spielrechner. Aber, ja, ne. Also mit einem modernen Rechner brauchst du es auf gar keinen Fall. zwei PCs, um vernünftig zu streamen oder aufzunehmen. Auf gar keinen Fall. Ich würde immer dann zu einer NVIDIA greifen, ähm, die ja den NVENC Encoder drauf. Kann mittlerweile ein AV1, ähm, über einen dedizierten Chip auf der Grafikkarte. Daher brauchst du keinen Rechner. Ich finde es halt gut, wenn der eine Rechner halt rendert, kann ich an dem anderen noch was machen und so weiter und so fort. Also, ich wollte es immer haben. Es war so ein Traum von mir. Ihr habt es mir ermöglicht. I love it. Qualität ist schon, schon ein Stück besser auf jeden Fall. Aber, ob diese, diese Qualitätssteigerung jetzt unbedingt sein muss, gemessen an dem Geld, was du zusätzlich ausgibst, hm, ne. Also den, ähm, Renderrechner, da habe ich auch wirklich nur aufs, aufs, äh, Rendern und aufs Stream ausgelegt, bei der Hardwareauswahl. Ne, du hast den i9, habe ich da drauf. Der i9 hat eine, eine Grafikchip noch zusätzlich drauf, eine iGPU, die nimmt er beim Rendern mit dazu und ich habe die Intel Arc-Karte, die nimmt er beim Rendern auch noch mit dazu. Also das ist halt eine richtig geile Symbiose aus den Komponenten, dass er halt, ja, so schnell wie möglich den Kram verarbeitet. Vorteil ist auch, wenn er mit PC abschmiert, ist das Stream noch on. Ja, das ist doch richtig. Genau, die Spuren sind vom Proceed. Mit, die haben wir jetzt reingedreht, Fahrgassen halten, ne. Bleibt bei dir die GPS drin, auch wenn du lenkst? Nein. Soll ja auch nicht. Wenn ich eingreife in die Lenkung, dann unterbricht halt das Signal, ne. Wär schlimm, wenn wir das nicht machen. Äh, Leandro, die Indoor-Kamera-Skript, äh, Player-Cam-Skript, irgend so'n Kram muss raus. Was? Was war denn das? Intro-Player-Action-Cam? Ne, irgendein Kamera-Mod. Ja, Pirane ist kein Ding, alter, wirklich nicht. Kind geht vor, alles easy, alles easy. Ich unterhalte mich hier mit dem Chat, alles gut. Macht Tochter, haut euch hin, alles ist gut. Wir sehen uns an uns. Passt. Muss ich jedes Mal nach Wiese-Mähnen kalken? Ne, immer dann, wenn, ähm, der pH-Wert halt, ähm, nicht passt. Dann sollte gekalkt werden. Musst du dich nach jedem Mähnen? Nicht, nö. Einmal in der Saison oder so. Reicht da, glaub ich, völlig aus. Je nachdem, wie viel du dann auch ausbringst. Mich nervt das immer, wenn ich die Spur fahr, aber mein Lenkradius zu groß ist, bekomm ich GPS nicht rein. Naja, dann musst du ein bisschen weicher fahren. Dann lenkst du zur Harz, dann lass doch einfach ne Spur aus. Und fahr hier der zweite. Ja, Alex, das ist halt das Ding, warum wir uns überlegen, ob wir das mit der Prämus halt ziehen, weil... Boah, das dauert einfach, ne? Das dauert einfach krass lange. Ja, der erste Mal hat es die Spuren in den nicht gegrubberten... Ich grubber nicht, ich scheibe. Ich mach Stoppelsturz. Wenn ich grubbere, sind die Gassen auch weg. Müssen wir die Fahrgassen grubbern? Ja. Aber hier kommt eh nur ne Zwischenfrucht drauf, äh, kriegt eh keine Gassen. Das ist egal. Da gehen wir mit rein, da drill ich mit rein. Dann wächst da auch was in den Gassen drin. Aber theoretisch könnte man die auch als Permanentgasse nutzen. Ja, sie werden eh immer so angelegt. Theoretisch könnten die auch immer drin bleiben. Ne, ich drill, äh, Quatsch, drill, sag ich schon. Ich scheibe jetzt einfach so ein bisschen gegen die Richtung, ne? Für die Durchmischung, Ausfallgetreide, das alles ordentlich mit eingearbeitet wird. Fährt man ja immer so, ah, keine Ahnung, was sind das, 15 Grad abweichend. Oh. Mich, Miche, ich, äh, ich verstehe nicht so richtig, was du von mir willst, weil, weiß hier jemand, die Mod, die mit den Spuren in den nicht gegrubberten. Äh, tut mir leid, also ich mein's nicht böse, aber ich versteh wirklich nicht, ähm, was du meinst. Wäre Bodendruck technisch ja richtig. die Gassen zu lassen, ja. Genau. Ich meine, ähm, ja, Jan macht das auch so, ne? Twitch-Farming. Komm mal wieder die gleichen Gassen. Nachteil ist halt Komfort, das rattert irgendwann richtig heftig, ne? Im Reellen zumindest. Hannes macht der, macht Hannes noch Gasse? Also, ja, Hannes probiert immer übelst viel aus, find ich immer übelst spannend. Aber ich meine, ich hab lange kein Video mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er das aktuell macht. Ich glaub, äh, die Spuren in den Stoppeln ist, ähm, Fruchtzerstörung 2.0. Genau, Hannes macht keine Gassen. Ich hatte das auch mal gesehen. Er hatte mal irgendwie Gassen gemacht, hat aber Zwischenfrucht drüber gemacht. Und er hat dann keine Gassen mehr nachgezogen, sondern ist einfach per GPS dann gefahren, ne? Und er hat also so ähnlich wie, wie René Menglewski. Der macht ja auch keine Gassen, ne? Der haut es einfach so rein. Genau, er hat feste Gassen, aber nur am GPS, äh, genau. Ja, ist ja auch, ist ja auch sinnig, ne? Also, warum nicht? Und er gar nicht mit 4m Drille bis als 27m Spritze geht nicht auf. Ja, das stimmt. 4 und 27. Das geht nicht. Na, ich glaube, hier können wir gleich das Vorgewendemanagement mal ausschalten. Und dann gehe ich auf Geschwindigkeit halten. Den Rest mache ich manuell hier in der Ecke. Dann fahren wir eh die Kontur vor. Und dann meine ich, dass wir auf der anderen Seite Achso, jetzt sind wir natürlich im Geschwindigkeitsspeicher 1 gewesen. Ich meine, dass wir auf der anderen Seite Ähm, dort vorne noch was haben, ne? Dann mache ich das erstmal fertig hier. Dann haben wir komplett Fahrt über Joystick hier. Das liebe ich, ne? Da kannst du die Beine kreuzen. Machst du alles schön über den Joystick. Finde ich herrlich. Finde ich herrlich. Finde ich herrlich. Ich weiß auch gar nicht, ob man das... Also man muss das in einem Map verbauen. So. Aber wie? Keine Ahnung. Ah, hier haben wir dann noch. Okay, die Ecke haben wir noch. Aber dann können wir trotzdem erstmal hier unten fertig machen. Ah, komm. Ein Stück Grenzen. Welche Mod braucht man dann mit der Geschwindigkeit, damit ein Joystick fährt? Also ich fahre mit VCA und im VCA heißt das Geschwindigkeit halten. Haben wir hier ein Fahrzeug eigentlich? Kameras? Nein. Welches Feld ist das? Wir sind auf... auf der 111. Äh, war das? Permanente... Ja, Geschwindigkeit... Äh, VCA Geschwindigkeit halten oder permanent halten ist das. Und dann mache ich Joystick vor, VCA schneller, Joystick nach hinten, VCA langsamer. Man benutzt also die Pedale im Prinzip jetzt gerade überhaupt nicht. So, das Feld lassen wir dann auch so brach liegen, wie es ist. Wenn der Saatzeitpunkt da ist, dann drehen wir hier Grünrocken rein als Zwischenfrucht. Bis dahin liegt das Feld jetzt erstmal so. Aber hältst du sie da nicht auf, wenn du mit Pedalgas gibst? Jaja, mit Pedal kann ich auch Gas geben. Aber wofür? Ich will ja mit dem Joystick fahren. Dann benutze ich ja meinen Pedal nicht. Weißt du? Also klar könnte ich das auch mit dem... Wenn du jetzt keinen Joystick hast oder so, kannst du das natürlich mit dem Gasbedarf machen. Das ist... Das geht. Ich kann das Ganze auch mit der Bremse einbremsen. Das geht auch. So, fahren wir hier erstmal die Konturlinie hoch. Und dann schalten wir gleich wieder das vorgewendige Management zu und fahren hier oben die Ecke weiter. Ja, der ist natürlich Bjarne mit seiner dicken Karre, ne? Mit dem 930er und 12 Meter Drille. Das geht natürlich nochmal anders vorwärts. Da, ja, da ist er wieder. Moin, Moin. Moin. Das wird doch auch eine Pendels. Hm? Guck, hab's mich verarscht. Ja, da werden wir dann einfach mal zusehen, dass wir, wenn wir der Bodenbearbeitung durch sind, Anlagenversorgung, Pfleger vom Raps. Oh. Und dann warten, bis die Gerste von der BGA reif ist, ne? Hm, was war jetzt die nächste Fläche? Ähm, na, ich fahre mir jetzt nicht alle durch, oder was? Also, ich bin auf der 111, dann hatten wir die 178, 148. Und auf der 9 steht der Mais. äh, noch die 153. Also, jetzt ein Gästefläche, ne? 205. Ja, ne, also alles, alles, was wir geerntet haben, scheiben, ne? Ja, 192, 188. So noch ein paar. Grünrocken haben wir nachträglich verbaut, von Neue. Aber die Ostseeküste aktuell, gibt es eine Version, eine Multifruchtversion, irgendwie auf dem Discord, auf dem Taker, glaube ich, Community Mod Bereich, die hat Grünrocken und so ein Kram mit drin. Leider hat es Chines nicht vorgesehen, Grünrocken, so in den Geschichten. Allgemein, was Zwischenfrucht angeht, kennt Chines nach wie vor nur Gras und Ölrettich. Das ist halt mittlerweile auch ein bisschen dünn. Ich hoffe, das ändert sich im nächsten Teil. Da kann man eine Geschwindigkeit auch mal ein Strick haben, mal aufbinden. Genau, und für Konsolen ist das mit der Ostseeküste ebenfalls Multifrucht. Finde ich auch cool. Das macht schon Sinn, ne, Grünrocken, kannst du häckseln, kannst du als Zwischenfrucht nehmen. Wie gesagt, wir werden das nicht häckseln. Das wird so ein bescheidener Ertrag sein, weil die Fläche ja eher ein Stickstoff nahezu aufgebraucht hat, komplett. Also, das lohnt sich halt einfach überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine Zwischenfrucht. Wird damit eingearbeitet, ne, gemulcht am Ende. Also, ich würde es dann mulchen. Ich weiß nicht, wie Thomas das vorgesehen hat. Oh, denke ich. Und, ähm, grober in der Jahr, tief. Und dann kommt noch Mais, ne? Wenn nicht, Gas, aber Fluch. Und ein Saatbett Mais sollte schon vernünftig sein. Ach so, apropos, da müssten wir ab sofort eigentlich wieder das Skript aktiv schalten, was, ähm, den Waldstatus, alle Quatsch, den, doch, den Waldstatus automatisch setzt, bei jeder Trille. Ich glaube, das ist aktiv. Ach so, perfekt. Ja, weil wir hätten das mal deaktiviert, wo wir Mais gelegt haben, logischerweise. Wenn das wieder aktiv oder noch, ja, dann ist ja gut. Die Fruchtzustörung, dass ich in meiner Modelliste, die muss, die wird in Karten verbaut. Das ist kein Mod, den du in den Mod-Ordner legst. Ja, du fahrer rein. Das ist schon Wahnsinn, was du mit zwölf Metern in der Zeit halt reißt, ne? Das ist krass, ne? Ja. Das ist wirklich krass. Normal, du ja auch noch eine echt krasse Geschwindigkeit hältst, ne? Warum deaktiviert bei Mais? Weil du bei Mais keine Rückverdichtung hast in der Einzelkorn-Maschine. Du hast ja keine nachlaufende Walze. Na, so eine Rückverdichtung findet da immer nicht statt. Du hast vergessen, wenn kündigst du das ja an, auf Instagram nochmal, wenn du morgen Daytime machst, oder? Ja, ja. Aber wenn dann wahrscheinlich auch eine knappe halbe Stunde vorher noch oder so. Also da auf jeden Fall Auge auf. Ja, spontan, ey. Ja, ich nehme mir das von morgen schon vor, aber es kann ja immer irgendwas sein, ne? Man steckt da nicht drin. Äh, das stimmt. Und ich weiß auch noch nicht, wie lange ich durch die Stadt brauche, weil ich noch bei uns in der City drin bin, bei der Osteopathie. Mal wieder schön alles da rumdrücken lassen. Herrlich, freu mich. Das sind die einzigen Schmerzen, die ich wirklich liebe, wenn du eh Rückenbeschwerden hast, wenn da einer drauf rumdrückt. Boah, das ist geil. Ich liebe das. Ja. Oh, das ist geil. Ich muss mir echt so eine Massagegun holen. Ich habe da richtig Bock drauf. Hab ich bei gar nichts. Ist das nicht angenehm? Also wir haben schon angenehm, aber nee. Es geht man ja nur ums Angenehm, aber gut, an den Rücken komme ich deshalb auch nicht, ne? Nee. Naja, dann eben nicht. Dann muss es eben doch die privaten Masseuren sein. Müsst halt mal ein bisschen mehr reinsappen. Ist halt aber echt mies von euch, dass ihr mir das nicht gönnt, ne? Also. So, Vorgewende-Management aus. Machen wir nicht. Machen wir hier noch einmal die zweite Bahn runter. Heiße Stein, ne? Hm. Das ist nicht das Gleiche. Nee, ich, äh, ja. Ich habe das immer mal ganz gern. Das kostet halt auch immer ein bisschen Kohle, so. Aber es ist einmal auch echt übelst angenehm, wenn man manchmal, im Regelfall ist es bei mir Luxus, so, ne? Die Osteopathie, muss ich ganz klar sagen. Aber manchmal habe ich halt wirklich echte Probleme. Und dann, also zweimal, von den ganzen Malen, die ich war, war echt richtig was für quer. Und das ist halt echt übelst schön, wenn das mal rausgeholt wird. Das ist schon sehr angenehm. Oh, das ist jetzt wirklich auch nicht, nicht alltäglich, sage ich mal. Äh, Marvin, danke schön für deinen Sub, Mann. Vielen lieben Dank für deinen Support. Thunderbolt, alter. 100 Bits, hier ein paar Bits für die Privatmasseurin. Und richte Marmeladenbrötchen, meinen Dank für den 7810. War ihn sehr gerne. Jo, man, danke. Siehst du, es geht aus, Chat. Ach, ich soll von Michi grüßen beim Parler. Oh, danke. So war ich gestern im Chat. Ja, da ist immer zu Zeiten online, wo ich einmal nicht auf dem Start bin. Und andersrum wahrscheinlich genauso. Kalimero, was hast du denn vom Stuhl gegönnt? Weil, also, ich bin mit dem Stuhl, das ist okay. Ich sitze jetzt hier nur schon den ganzen Tag. Ich habe den Tisch halt nicht einmal hochgefahren, wie immer. Und habe jetzt aber auch eigentlich keine Probleme. Heute ist alles okay. Hallo, moin, mal wieder am Luken. Jo, mamin, moin. Weiß jemand, warum ich bei Mehl mit dem Pöttinger Mehlwerke und ein 736 auf 4 km fache? Ja, da gibt es eine XML auf dem Discord-Server von Schnibbel Modding, der das PTO-Problem fixt. Der hat zu wenig PTO-Leistung von Haus aus. Also, was heißt zu wenig? Spielmechanik zu wenig. So. Gut, ich bin hier auch fertig mit Scheiben. Naja, dann müssen wir halt die Heuballen noch holen. Und die... Ach, Strohbein liegen doch auch noch hier irgendwo. Ach nee, hier vorne habe ich doch noch... Hier habe ich doch noch zwei Bahnen. Der Güttel-Schlauchständer. Ähm, Acker kommen, glaube ich. Äh, Community-Bereich oder Vertex-Community-Mod-Bereich. Du könntest auch die 88 noch fix machen, ne? Die ist ja rapidiert, ne? Könnte ich machen. Na, schaff's. Ja, klar. Ja, gut, Tobia. Masterback, das klingt gut. Ergo, Tobia. Ich glaube, ich habe auch keine schlechten Stühle. Ich meine, bei mir geht das alles noch. Also, so ein richtig ergonomischer Stuhl. Da ist ich auch noch besser als das hier. Also, der ist schon nicht schlecht. Ich sehe es da drauf gut. Das ist echt nicht das Problem. Ich weiß nicht, wer von euch halt Nobelchair, Epic hat oder ähnliche Gefährte. Das ist schon okay. Hat jetzt nichts mit einem ultra-ergonomischen Stuhl zu tun, aber... Ähm, sitze ich gut. Thunderbolt, ich muss heute ins Krankenhaus. Hab den Hals meines Pferdes ins Gesicht bekommen. Und meine Brille hat mir einen Cut unterhalb der Augenbraue zugeflickt. Junge! Muss genäht werden. Sock ist ein bisschen NS halten mit den anderen Augen. Boah, Digger. Danke für deinen 75 Spitz und dir auf jeden Fall... Also, gute Besserung, Mann. Gott, wie der Scheiße. Ah ja, so ein Pferd hat Wucht, ne? Na, hier muss ich auch noch eine Bahn runterfahren. Hier noch ein bisschen... bisschen gepennt, ne? Ich hatte eigentlich eine Seite, wo man Güllesaugarm... Ja, das ist ein Thema, das haben wir für uns persönlich auch. Aber es gibt nichts. Es gibt für den 22er nix zum Runterladen. Ist nix. Muss man wieder selber friemeln. Also, ich hoffe ja, der Vertex halt gerade übel viel an Schlauchpumpen und all so ein Kram arbeitet, dass sie sich dem vielleicht auch nochmal annehmen. Das wäre natürlich echt schnucklig. Also, ein Frontsauger, das wäre schon wirklich sehr geil. Das stört. Naja, wäre für uns halt auch mega, ne? Mit einem Schleppgestänge, färs ran, Arm raus, zack, ran, absaugen oder weg. Das wäre perfekt. Äh, die Bohnen. Hey, Junge. Du musst dann natürlich... Dementsprechend auch ein Fass haben, ne? Was ein passendes. Ja. Aber ich meine, wir waren ganz gut dimensioniert. Ich glaube, wir hatten einen 26 oder 24 Kubik Zubringer, 20 Kubik Ausbringer, oder was meinst du? Ja, ich meine, wenn du einen Frontsaugraum hast, muss das auch mit dran angepasst werden. Naja. Genau. Klar ist Xerion DLC, aber das ist halt, wie gesagt, DLC. Also sprich, das rauszunehmen und zu verwenden, wäre quasi nicht gestattet, oder ist nicht gestattet, nicht noch quasi so. Ist so? Na, da kann man auch von Smedia aus dem Motto haben. Der, der auch, äh, Klasse. Genau. Da, sehr, äh, vorzorgabend sind berat. Aber, da muss man ein bisschen was umbauen. Ja, das Ding, das ist ja das Ding. Du musst es schon irgendwie halbwegs ein bisschen mächtig sein. Ja. Ich belebe mich persönlich aus dem Fenster und so, wie man sich den Fanzimiti-Ombau hat. Das ist vom Zeitaufwand her geringer, als wenn man uns allen aus dem 19. konvertiert. Weil der Fanzimiti schon wenn du über die ist. Aber das ist halt modelltechnisch geworden. Und zwar, naja, das ist dann schon für 90% der Leute einfach zu drüber. Also, wenn dann noch ein Blender rein muss und so, das ist Major gar nicht böse. Also, das ist einmal, also, das eine ist, er hat jetzt ein paar Sachen anzupassen, bisschen hier, bisschen da, bisschen GE, aber, wo Blender ist, ach, da wird es doch alles. Also, ich verstehe jeden, der sagt, boah, Digger, da habe ich echt keinen, keinen, ne? Zeitfrisse, ja. Widerlich. Halbe Stunde, wie groß ist denn die 88? Die war so klein auch nicht, oder? Boah, die war klein. Okay. Ich schaff's so. Hm, muss ich mir gleich mal angucken. Wäre vielleicht noch ein Punkt für eine Wette. Ob ich's bis 23 Uhr dann schaffe. Okay. Na ja, wir haben alle nach Wetten geächtet, Sam, ja. Ja. Können wir mal das vielleicht mal angucken. Das wäre geiler Pupf, ne Wette, ey. Was? Die 88. Na, muss ich gucken. Guck, die Heizke, die dumme Frage. Ja, nehme ich mal lieber die Arme ab, die Fässer selber, ja. Ähm, ja, sicher. Aber das Ding ist halt wirklich, guck mal, er könne der Zubringer, äh, ich heb gleich mal aus, der Zubringer hier auf der Straße stehen, ne? Du kommst halt angefahren, ne, du kommst halt angefahren, Arm raus, so, zack, bleibst so stehen, saugst und fährst Rückkehrzeit wieder weg. Der Zubringer nicht noch mit auf, auf die Fläche, das ist halt schon, schon geil. Mhm. So, während der klappt, gucken wir uns das mal an, die 88. Boah, boah, was hat denn die, drei Hektar, das schafft ja nicht in einer halben Stunde, oder? Muss ich hinfahren, muss ich mir angucken. Da muss, muss ich hinfahren. Ich sag, du schaffst so. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich aktuell überhaupt bin. Das ist einfach nur ein Viereck, Junge. Wo bin ich? Ach hier, 111. Ja, die 88, wie komm ich da denn nur wieder hin? Das ist hier, was sind wir hier, was ist denn das hier? Ich bin hier hinten auf der Ecke nie unterwegs. Hier rum, da rum. Gut. In echt macht das ja auch so viel, ohne Sack, einfach vorn dran, in der Zubringerstift der Straße. Ja, sicher, aber nichtsdestotrotz muss ich ja seitlich dann an den Zubringer ran. Also es wäre schon einfacher, ich müsste das Gestänge, zum Beispiel nicht mehr zusammenklappen. So muss das Gestänge zusammenklappen, damit ich neben den Zubringer fahren kann. Naja, und so weiter und so fort. Macht schon so. Würde ich wohl sagen, ja. Wir haben den Hof Wessels, den Lohnerbetrieb und die große BGA. und die kleine BGA beim Händler. Ja, wir haben den Hof Wessels, den Hof wessels, Das ist nicht mehr, sondern das ist nicht mehr. Ich muss das lachen, sondern das ist nicht mehr. Ich muss das nicht mehr. Aber der Hof ist auch. So war es sehr geil. Das ist etwas zu sein, aber ich muss das zu sein, als der Hof wettest. Ja, ist gleich wieder hier rechts rein, ne? War Martin jetzt nicht schon so weit, dass die... Ach hier, das haben wir auch vergessen. Ich glaube, Martins aktuelle Dashboard Live-Version kann die Geschichte schon mit Feldnummern anzeigen. Wir haben es noch nirgends umgesetzt. Schön. Eigentlich nicht. So, halbe Stunde, nicht mal. Nicht mal eine halbe Stunde. Das schaffe ich nicht. Kannst du knicken. Noch mit... Ja, komm. Versuch's noch nicht erst, Digga. Das ist ein Typ, Alter. Ne, das schaffe ich nachher schon nicht. Jetzt können die Fläche anfangen, aber das... Da brauchen wir keine Wette machen. Das ist nicht... Nicht drin. Schade. Guck mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe... Für die... 111. Die 111 hat 5,5 Hektar. Ne, keine Chance. Keine Chance. RDA-Skript komischerweise nicht. Also, ich hätte gedacht, dass wir... Wir haben den 700er und nicht an der Zapfwelle laufen gehabt. Ich glaube nicht, dass wir diesen Fix schon drin haben, weil ich habe keinen RDA. Aber haben wir hier, glaube ich... Oh ja, doch haben wir konfiguriert. Vario-Grip ist drin. Aber ich kann den Druck nicht ablassen. Also haben wir das... Äh, die XML auch noch nicht ausgetauscht. Das hatte ich Dirk gefragt. Ja, das... Äh, aber gut, dann musst du einfach noch mal gucken, was die da geändert haben. Also PTO Motorradio einfach ein bisschen höher und dann denke ich mal, es ist ja schon gewesen. Und halt RDA noch mal reinkommen. Ja, wie gesagt, das hätte für mich jetzt... Ja, gut für dich, ja. Für mich hätte es jetzt erst mal keinen... KIN KIN KOSEN VORANN. Ja, aber ja. KIN KOMOREN. Aber ich habe den sowieso... Eigentlich eher... Also... Hm, ja. Transport. Und sowas halt. Ich weiß, dass du jetzt viel zu viel zur Arbeit gemacht hast. Ja, ja. Aber wenn du fahrt mit dem Pfarrer oder mit dem TMS. Ja. Dirk, 86, grüß ich. Ich meine, es ist ja auch cool so, aber irgendwie die neueren Schlepper... Passt nicht. Ja, es ist halt nicht den gleichen Flair wie mit einer alten Karre. Es ist... Es ist schon... Schon so, ne? Ja. Wir haben ja auch die GPS-Anfassung noch nicht. Na ja, die hat jetzt einen T7 gefahren, hätte ich gesehen, wo die nächste Bahn ist. Das haben wir hier heute mit drin. Das ist, wenn du eine Bahn aussetzt, nach Gefühl fahren. Immer ein bisschen... Musst du deinen Gespann kennen. Ja, ohl, die wunderschönen Namen auch dir. 824 Voto, wenn ja, 824 ist geil, aber wie gesagt, ich spiele da eher im Team 926. 926, 39, das ist so eher, das, wo ich sage, juh, das ist... Musst, also ich hab's tatsächlich auf eine Stufe. Ja, na ja. Das ist klar, ich bin mit dem TMS, aber so ein Monat oder nicht, aber... Ach, manchmal, das will ich ja verschreiben. Ja, gar keine Frage. Und der kommt, wo man sich raus, Junge. Und der wird da von Scheibe aufgemacht. Und der war da, habe ich ja, habe ich ja die Tage aufgefühlt, im Transport. So, gerade mit Ballen, mit Gewicht und so. Das hat schon gepockt, aber... Ja, der Komfort einfach ist halt mit dem Vario schon schön. Das stimmt. Ja, und irgendwie so 2011 oder 2012, 8R mit E23, das ist irgendwie mein Ding. Ich mag den 6R auch sehr. Ja, aber definitiv, ähm, mit Autopower. Aber 8R mit E23, boah, geil, ey. Straßenmodus in der Automatik rein, lass den selber ballern. Am Acker ein bisschen eingreifen, Handgas rein. Boah, ach, das ist schön. Ja, das bockt auch, ne? Das bockt auch, definitiv. Na, können wir dann auch, wenn wir die BGA-Flächen dann bald machen. Haben wir ja, na gut, die neue Generation zumindest, aber der hat E23 drauf. Und dann können wir da wenigstens mal ein bisschen rumrühren. Hat alles irgendwo seinen Reiz, genauso ist es, Justen. Genau. Genauso ist es. Ich habe ja fast auf Arbeit, hat mir das ja fast durchgeboxt, dass wir zwei Fortschritte kaufen. Fortschritt? Äh. Aber sind die nicht mittlerweile auch teuer geworden? Nee. Jetzt hätte es nicht? Nee, also, nee, also, in dem, was war das? Ich glaube, oh, ZKT, 263, so hieß es, okay. Oh, und das war zwei Stück. Alter, es wäre so geil geworden, ne? Kirowitz hat noch auf Plan, aber... Oh, ah, ja, das ist... Jetzt hatte ich mich ja, wo wir Ansgar besucht hatten, mit den Jungs unterhalten. Wir hatten ja ein Hobby, nur Hobby. Ja, ja, klar. Sonst, äh, zu, äh... Ja, schade, und zu teuer, ne? Äh, klar. Ist halt echt... Ist halt mal schwierig. Boah, wir haben halt diesen Kontrasten, mit diesem neuen Glas, Arme und Teile. Hast du eigentlich deine Software nicht aktiv, weil dich zu verstehen ist eigentlich unmöglich? Wie echt, Herr Zuh? Ja. Warte mal. Ist übel leise. Doch, eigentlich höre ich dir. Also, ich verstehe dich gerade so. Ich weiß nicht, wie's mit dem Chat ist, aber... Ich weiß ja, dass du leise machen musst, ja alles gut, so, ne? Aber das letzte Mal warst du... Richtig laut im Verhältnis. Also hast du auch ruhig gesprochen, aber... Warst du im Verhältnis lauter. Keine Erinnerung. Warte mal, 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 warte mal? Nö, nö, also... Ja, ich verstehe dich gerade so, passt schon. Ich kann ja... Ich kann ja... Ja, sie ist so, erkennt das hier, also, passt. Okay. Das ist jetzt besser. Boah, weiß ich nicht. Ne, ich glaub nicht. Ach, lass jetzt... Die letzten paar Minuten. Warte mal, richtig nicht. Weiß ich nicht. Ist das ein Loch hier? Audio immer geil, Chat. Immer geil, Audio immer geil. Immer geil, Freunde. Hallo? Hallo. Ist es jetzt besser? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Ja, egal, jetzt, lass... Was schon? Wir haben ein bisschen leiser bei mir gemacht. Dann hörst du sowieso keinen Motor Sound beim 7,8, 20. Die Chance ist ja, dass ja dieses HyperX Cloud 3 wireless ist. Mhm. Und es gibt eine Filmware-Update. Mhm. Und er will, dass ich das halt, obwohl es kaum los ist, mit dem Mitglied von Graue verbinde. Mhm. PC. Erkennend. Erkennend, aber in der Sof, er nicht, dass es verbunden ist. Ach, schön. Ja. Das ist auch so, Alter, weg. Nee, Michael, das ist besser, weil ich meinen Sound leiser gemacht habe. Aber passt, wie gesagt, wir verpassen ja eh keinen Motor Sound. Aber komisch ist es. Ja, ach, na ja, Audio ist immer... Immer Kampf. Ach, ja. Ey, das hätte ich im Leben nicht geschafft, Alter. Du wolltest hier ganz böse Einflussnahme nehmen. Ihr dürft, wenn der euch zulabert, wenn ich auf Toilette bin, Chat oder so, ne? Wenn der euch zulabert, glaubt dem kein Wort. Das ist alles Manipulation. Das stimmt überhaupt nicht. Obwohl, eigentlich hast du recht, ne? Ja, in dem Fall schon, ne? Wie mit dem Käsekuchen bei meinem Arbeitskollegen, Alter, das... Alter. Das ist alles. Das kannst du... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Manche Dinge kann man hier auch einfach nicht erzählen, ey. Äh... Wie der... Wie der mit seinen Kollegen umspringt, du. Das ist... Das ist... Also... Betriebsrat. Hallo. Kannst du den Hof kurz auf der Karte zeigen kann ich nicht ich muss meine Arbeit schaffen aber ich werde diese oder nächste Woche mal ein Hofrundgang-Video machen Mache wieder ein Update Update Aber das ist ja komisch mit der Software jetzt Ich weiß ja nicht ob es Software ist oder ob Discord da wieder zwischenregelt oder was weiß ich nicht was Discord ist awesome Also ganz ehrlich, also Dirk schimpft auch immer, alle schimpfen, alle schimpfen auch auf Windows Update Ich sage dir, nach jedem Update ist bei mir mein Sound immer gleich, da verändert sich gar nichts Ja Ja Das liegt aber auch daran, ich habe ein Audio Nö, lass doch jetzt, Mensch Oh Lass doch jetzt, Digger, 10 Minuten oder so, ist doch jetzt, dass da den Aufwand nicht wert Musst du mal googeln Was denn googeln? Mit dieser Dreckssoftware Kennt jemanden HyperX, ihr Vertreter? Ja, bestimmt Das ist halt, der hat das Update gemacht, als geht das jetzt nicht mehr Sehr geil Naja, das ist halt wirklich das Geile bei mir einfach, ich meine, als einfacher Spieler und User wird es nicht brauchen, aber ich habe ja mein Audio Interface, ne? Ja Und von dem aus leite ich einfach nur Hardware-Technisch den Sound an das Astro weiter Also wenn es für das Astro Updates gibt, ist mir das Prinzip wäre jetzt sowas von Lattenhagen Ja Einzig und allein, wenn ich halt mal ein Unboxing oder so mache und vom Tisch aufstehe, ist das halt natürlich ultra geil, das Mike von dem Dings zu nehmen, dafür brauch ich die Software dann natürlich In dem Fall ist das aber G-Hub und naja, der G-Hub ist ja auch nicht so begehrt, ne? Ich bin gespannt Aber das ist ja komisch Und letzte Woche war doch super, oder nicht? Letzte Woche war super, da hatte ich dich auch runter geregelt um ganze 100% oder um 50% Ja, Bjarne ist top zu verstehen, ich habe einen Sound bei mir leiser gemacht, Leute Und habe ihn auf 200% gesetzt im Discord 200? Genau Ja Ja, da haut er irgendwas nicht hin Ja, möglich Ich warte mal Ich mach Discord aus Gleich Ach Discord hat ein Update? Was? Oder was jetzt? Was? Keine Ahnung, ich hätte keins Ich bis gleich mach Jojojojojo Dem Discord beitreten Discord.gg slash agrarplay Das ist die URL von dem Server Uh, uh Oh, scheiße, ne? Warte kurz Ja Ähm, Sebastian schreibt, guck dir mal so nah an, wenn du das, ja, das stimmt So nah habe ich für meine Boxen, du hast, was ist das, eine Steel Series, was du hast? Hä? Was ist denn der Hersteller von deinem Dings da? HyperX HyperX HyperX, ist das ein Hersteller? Ja Ah, okay Und echt gut Ja, keine Ahnung Also Das, das geht Das, das geht Maddie ist, danke für deinen zweiten Monat Äh, ich verwende eine Knoche sechs Meter Hm? Klang ist auf jeden Fall top Ja, das ist wirklich gut Das ist wirklich gut Ähm, Hersteller unabhängig So nah ist halt auch so eine Audio Software Aber ich weiß es nicht Ich hätte auch kein Das Ding ist immer Für jeden Scheiß 5.000 Software laufen zu lassen Ist halt Much so Das ist Kacke Wird ich auch nicht machen Aber diese ganze, auch wie viele Leute hier mit irgendwelchen Audio Routing Software Und dann klingt das immer scheiße Das ist, ne, ich weiß nicht Bin ich kein Fan von So, ihr habt so eine Mixline Software für das Astro Das ist in der Tat wirklich sehr cool Mhm Weil Mixline bedeutet, du hast jetzt, weiß ich nicht, verschiedene Audio Quellen Mhm Und kannst die dann durchrouten zu dem Astro Das ist ganz cool gemacht Aber ja, die, ähm, die Sonar Software Ist im Prinzip, kannst du dort auch Gain drauf geben Und so weiter und so fort Also lautstärke verändern Und bla 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 Ich würde es jetzt aber nicht machen Wenn die andere Software das eigentlich könnte Weil wenn das dann wieder geht Und die andere auch noch aktiv Und auch, ne Ja, ne Ja, ne, Mann Es macht schon durchaus Sinn Für die Hardware auch die Software, die es dazu gibt zu nutzen Sind doch immer mal noch ein, zwei Punkte Wie das merken Aber die, äh, das ist ja nicht so, dass ich die irgendwie aktivieren muss oder so Der kennt das Ding und dann ist das gerätzt oder was Naja, ich würde schon den Autostopp packen, dass die Software mit startet, ne Echt? Ja Also ich weiß jetzt nicht, wie die HyperX-Software aussieht Aber, ähm, Software sollte schon mitlaufen, ne Wenn ich bei meinem GoXLR die Treiber-Software nicht laufen lasse Dann, ähm, kann ich es nicht benutzen Beispielsweise, also so ist es auch beim, beim Astro geht das nur, weil ich das Hardware-technisch durchgeroutet habe Aber ohne die laufende Software, weiß ich gar nicht, wie es da wäre Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das bei deinem Headset ist Das Anbauteil ist eine Knoche, Knoche, sechs Meter Scheibe Müsstest du Mod-Up geben, ich weiß nicht von wem Müsste aber auch in der Mod-Liste wahrscheinlich stehen Moin, wie geht's? Gut, 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 danke der Nachfrage Naja, ich sag mal, 20 Minuten mehr, dann hätte ich es geschafft Ja, wendig ist er auf jeden Fall auch der Kollege hier, das stimmt, das hatte vorhin jemand geschrieben Das stimmt, der ist gut, wenn nicht 205 ist auch gleich fertig Ja, sehr schön, die 88, wie gesagt, schaffe ich nicht Das könnte man dann Entweder machst du im offenen, wenn du irgendwie der Zukunftsbock hast, irgendwas testen willst Ist ja nicht wieder deine Pläne sind Oder ich mach's halt irgendwie gemütlich auf dem Donnerstag noch weiter Aber ich würde dann schon Da wir die Zwischenfrucht sowieso noch nicht reinbringen Würde ich wahrscheinlich scheiß Ballen aufsammeln gehen Und dann würde ich halt gern so weit gehen, dass die BGA-Flächen fertig sind, ne? Mhm Ja, die müssen auch noch runter Ja Aber da würde ich sogar gerne so machen wollen Jaja, dass man da wirklich mit den beiden Dreschern, das sind ja zwei Flächen, ne? Dass man mit den beiden Dreschern parallel auf die Flächen gehen, da hätte ich Bock drauf einmal Schön im Duo das da runterreißen Äh, nicht Es ist egal, ob Der Drescher 1 auf der einen Fläche, der Drescher 2 auf der anderen ist Ja, keine Ahnung Da gibt es keinen Geschwindigkeitsvorteil Nö Und für die Abfahrer vielleicht noch ein bisschen entspannter Nö So Jo, 205 fertig Ehrlich Das geht auch wie Sau mit dem Ding, Alter Das ist wirklich heftig, ne? Oh, im Lohn genau das Richtige, ne? Mhm Pumpenmaterial nicht unterstützt, Shazano Ähm Pumpenmaterial nicht unterstützt Klingt so, als hättest du Gärreste im Anhänger Und willst Gülle reinpumpen Oder versuchst in den Stall reinzupumpen Und in den Stall reinpumpen Geht meiner Ansicht nach nicht Kann man die Richtung ändern? Ja, ja Muss man die Tastenbelegung gucken, du kannst die Pumprichtung auf jeden Fall ändern Also musst du ja sogar, das kannst du ja nicht abpumpen, ne? Was auch so schön ist, wenn du über Geschwindigkeit halten fährst, diese weichen Richtungswechsel Das ist, das ist immer, das ist immer so flüssig alles Ja, das stimmt Das gefällt mir schon gut, aber manchmal ist einfach das Drehzahlverhalten Bisschen komisch Macht er nicht Also, Shazano, muss, muss gehen Was ist leer? Ja, Pumprichtung wechseln bitte Du versuchst trotzdem, glaube ich Reinzupumpen Fass auswählen Pumprichtung wechseln Und ab geht er Wow, 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 wow Ruhig, Fendt, ruhig Und übertreiben hier Und übertreiben hier Ansonsten, wenn das auch nicht geht, Shazano, gleiches Prinzip in grün Lock bitte Discord Problemschilderung Lock dranhängen Gucken An was es hängt Hast du ein Absperrschieber auf dem Beim Kuhstein? Warum, ne, dann weiß ich auch nicht Und schweine schnell macht er das Ich habe gesagt, ich kann es dann nicht spannen Tut mir leid Das ist auch so ein Hass, dieser Hochspannungsmast hier In jeglicher Hinsicht Richtig nervig Aber gut, so ist es, ne? Kannste machen Kannste machen nix Kannste machen nix Seit wann übernimmt denn? Das ist ja auch spannend Geschwindigkeit erhalten die Tempomaten Das ist ja geil Wie macht ihr die Log auf? Die Log ist ein Textdokument Was dort liegt, wo auch dein Mod-Ordner liegt Und dieses Textdokument Hängst du einfach in der Problemschilderung bei mir vom Discord mit an Kannst du auch ein Ticket aufmachen Dann sieht das auch kein anderer Außer einer vom Support Aber genau, es ist im Discord alles beschrieben Haben sich die Jungs da einfallen lassen Und machen das alles ganz schicki Schicki Ey! Habe ich vergessen in den Fade-Modus zu gehen Sophia! Hallo! Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Es geht Herzlich Willkommen Wie gesagt Haben sie! Dankeschön! Dir auch noch einen schönen Abend Dankeschön bei 59 Richtig sonniger Tag Das knallt krass rein mit den Re-Light Äh Ne, ich guck mal nicht, ich bin im Stoppelsturz, also mit der Scheibenegge Habe ich auch Habe ich auch Papa kommt dazu Ja, du kannst die Vorgewende auf der anderen Seite schon mal loslegen Was nur Was nur hier Leck Hallo, 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 hallo Oh, was ist denn hier los, Anna? Was hast du aber kurz verschluckt? Kommst du wieder mit deiner Karre an? Äh, verschluckt sich ja alles Ja, genau, das wollte ich so 8000-Sophies Äh, ja, ja, ja Äh, so 4, äh, PC Dann zu zweit könnte es ja auch fertig machen Ja, wärmer ja auch, deshalb kommt ja auch sicherlich gerade rum Das machen wir noch schnell fertig Klar Wenn du eine Bahn gefahren hast, kannst du die Bahn unten auch gleich wieder fahren Und dann kannst du auch hier rüber kommen zum Füllern Mhm Weil da schaffst du natürlich ein bisschen mehr Fläche, das Reicht das vielleicht, wenn ich hier oben das Vorgewende mir schon mal vornehme So 4, du hast, ähh, voll oder einfach rein, oder was? Dann findest du mich halt auch wieder, ne? Ups Oh ne, oh 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 oh, oh ne, oh So Headlet Management aus Sehr gut, Scheißweinung macht das. Und wie ich heiße, siehst du doch auch hier im Kanal. Oder wie? Boah, dann ist es natürlich dann die BGA-Flächen. Da ist natürlich auch deine Maschine dann sehr prädestiniert. Weil sie dann, glaube ich, die größten Flächen auch, die wir zu machen haben. Da kommen wir ja hoch, ja. Ja, ja. Gut, da kann ich ja faktisch schon mal einklappen, weil, ne, ist ja alles durch. Herrlich, haben wir die Donner geschafft, ne, aber nicht in der Zeit. Wir haben drei Minuten drüber und mit deiner Hilfe auch. Naja, also so fair muss es sein dann, ne. Trotzdem gern einen Punkt, du ja gekriegt. Tja nun, ne. So, der 7.28er geht aber trotzdem am Donnerstag zurück. Vorführer, können wir uns nicht leisten. Und tschüss. Kann man eigentlich ein kleines Feld kaufen, wenn du zum Beispiel Beton oder Schotter bemalen und daraus einen Hof machen? Ja, na klar. Kannst du machen. Das kannst du machen. So, wie komme ich jetzt zurück? So, 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 okay. So, trotzdem am Hof müssen wir noch zurück. Die Knochen können wir dann auch wieder sauber machen. Ah, muss ein kleines bisschen überziehen. Muss ein kleines bisschen überziehen. Gehen wir aber hier, ne. Beschleunigungsrampe 4. Oh je. Keine Zeit. Und wer hat da die Überstunden? Der, boah, du. Hast du nicht Schicht eigentlich, sag mal? Zwiebel. Wer hat das denn gefragt? Zwiebel. Assi. Drei kleine Scheiße. Hab' mir auch sehr. Ja. Na gut, das Video. Na gut. Na gut. bis seit halb zehn wieder am start mal hast du halb zehn also 21 und 20 gesagt und gehst auf schicht muss 21 30 wieder am start das lobe ich mir so hat man zuschauer zu sein die zehn minuten ist auf arbeit gefahren wer ein echter premium zuschauer ist wenn die freunde steht für können es ist immer hier übelst schwierig wenn du von den seitenstraßen kommst auf die bundesstraßen die einsicht ist so schlecht fortnight player 10900 90 nichts für ungut aber der name ist natürlich auch wieder komplettes programm herr fortnight player unterstrich 10 9 0 0 0 0 zweite counter über 19 30 gesagt geschichte ok ja gut dann wissen wir ja was wir arbeiten können sie werden ach einfach der player ist ein lass ich nicht ärgern alles gut hauen sali grüßig hauen sali grüßig ja fortnight wäre alles gut alles gut alles gut alles gut guck mal ein fortnight spieler wird das gleich über mich denken aggra player das für name habe ich damals auch nicht drüber nachgedacht nun ist zu spät nix rebranding und so nö 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 jetzt nicht vielleicht irgendwann mal aber ich würde mir versuchen die ap initialien halt beizubehalten das wäre schon sinnvoll aber weiß nö jetzt aktuell nicht verstehe ich doch aber wer bock hat wir suchen momentan chemielaboranten auf vollkonti schicht in leverkusen im chemiepark mhm chemikant aber ja ich meld mich ne ich meld mich mal grad ganz schwierig ich meld mich mal ich seite agathe power dann bitte was du bist ein dicker ich verstehe das nicht Agathe power ich bin ne alter mann du musst ein bisschen mit mir hier ach so wegen ap agathe power digga ich hätte was aber obwohl das doch jetzt gerne nein 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 da ich meinem sohn auch immer wieder so scheibe brauchen wir ja auch erst mal nicht mehr also schon aber nicht in näherer zukunft die halle lagern bankland wird gute nacht auch hier ist donnerstag ansonsten wer morgen mal im log am stadt sein will ich denke mal so 10 11 uhr bis 15 15 30 mal so buschen angespielt auf der elabach scheiß auf arbeit so weiß bescheid arbeit war gestern der arbeit noch berg life balance dies das wissen aber viel vorgearbeitet morgen geht das wohl klar das gewicht noch ab machen und dann lassen wir die bude hier abholen weg mit dem 700er schöner vorführer hat spaß gemacht hat bock immer wie gesagt können wir uns nicht leisten ich finde ja wirklich so fronthydraulik frontkraftheber heckkraftheber von außen bedienen das bockt schon das ist schon geil kann man mal einer sagen jetzt geht das gewicht ab karte fahr hier zurück den holt hier das ding selber ab wenn es funktioniert hab dann mit dem duzdeutsch probleme mit was wo war man gerade wo war man gerade thematisch duzdeutsch probleme achso hydrauliken hatte ich bis jetzt eigentlich nie probleme so außen bedienung hydrauliken eigentlich immer hingehauen und kraftheber außen hatte ich den duzdeutsch keine hohe geteste hatte ich doch geteste das klappte doch auchательно weiß nicht Oh, nee, nee. Ach doch, ich habe vorhin Thumbnails gemacht. Ich dachte, ich hätte schon wieder die Bilder vergessen. Nee. Ja, dann ist ja gut. Dann kann ich ja hier an den Feierabend gehen. Herrlich. Herrlich, Chat. Wen haben wir denn noch online? Bikini-Stream? Mhm, mhm. Warum sowas immer wieder angezeigt wird? Ich verstehe es nicht. Ich wirklich nicht. Guck ich selber. Also guck ich nie. Guck ich nie. Und raus, Digga. Nein, guck ich wirklich nicht. Echt nicht, wirklich nicht. Klopfen wir doch. Digga, mal einfach aus. Nee, warte mal. Ich will gucken, ob wir noch irgendwo schön hin können. Was ist denn das? Jetzt kommt wieder... Geh weg. Was ist das denn? Ein Falter? Wieso kommen denn hier wieder die Fliegeviecher rein? Es ist doch noch Winter, Mann. Was geht das wieder los, ey? Oh, nee. Oh, Mensch. Geh doch mal weg jetzt. Ja. Oh, Mann. Könnte ich gar nicht leiden. Ich spreche kurz. Ich weiß ja auch nicht, ob das an dir liegt. Der so bespielt, der so bespielt an mir oder so. Meinst du? Klar. Weiß ich nicht. Okay. Den Autostart hab ich auf jeden Fall an. Aber ich würde halt gerne dieses Firmware-Update machen, Alter. Vielleicht will er das halt auch wirklich haben, ne? Weiß nicht. Ich finde jetzt hier keinen zum Dingsen. Wir gehen wieder so raus, gleich. Wir gehen wieder so raus, Chat. Wie gesagt, ich guck mal, ne? Wenn dann hier, äh, kündige ich das über Instagram an. Aber ich denke mal, Daytime morgen geht klar. Ich muss mal gucken. Vielleicht ist hier auch noch irgendwie, äh, brennt der Stock im Schacht oder so. Dann muss ich ja noch mal kurz ran. Aber ich denke, das sollte passen. Brennt der Stock im Schacht. Da hab ich mir grad ausgedacht. Krass, oder? Hab ich mir grad ausgedacht. Das, mein lieber Freund, das ist Kreativität. Einfach so raus. Okay, okay. Mein Vorschlag für AP. Mein Vorschlag, er kommt jetzt. Oh, nee. ARSCHLOCH, ARSCHLOCH, ARSCHLOCH. Viel Spaß beim Zensieren. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich bedanke mich für euren Support. Auch, Bjarne, danke für alles. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen ansonsten Donnersach. Wunderschönen Abend, ciao, ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.